Ihr habt mal den Stream von gestern gesehen aus der Beta, ihr wart ja alle hinter dem Schatzgoblin her, als hätte der Toilettenpapier dabei, ja, einer der letzten wilden Hamstergoblins, ne, sind wir sofort ab die Post und hinterher, da gab's keinen Plan B. Okay, Freunde, gestern, ihr habt's wahrscheinlich auf Twitter sehen können, haben wir die letzte Einladungswelle rausgehauen, ja, gestern so gegen 0 Uhr, man könnte vielleicht auch sagen heute, wenn man's genau nimmt und seht euch das an, diese armen, armen Seelen, die sich jetzt einen Tag später angemeldet haben, ne, und jetzt höchstwahrscheinlich bis Shadowlands nicht mehr reinkommen, ja, wir haben gestern auch so viele nochmal gekickt, wir waren runter auf, ich glaube, 960 Member und dann sind allein in den Stunden bis jetzt, und jetzt sind so um die 60 schon wieder reingejoint, sogar mehr, glaube ich, 60 bis 80, insgesamt mehrere hundert Leute nochmal eingeladen, also, mal gucken, was das wird, ne, sad life einfach für all diejenigen, die jetzt diese große Einladungswelle nochmal verpasst haben, die zweite Welle, genau, ganz, ganz bitter, ne, Sheroon heute Morgen gleich reingeguckt und gedacht, na, ob sich wer anmeldet und gleich wieder, zack, innerhalb weniger Stunden, 10, 20 neue Leute, und so mad, oh Gott, hier sogar mit Herzchen, ne, sexy, hexy und es wird jetzt so lang höchstwahrscheinlich dauern, bis wir wieder einladen können, die fünfte Welle, ja, die auch noch, es geht immer weiter, ne, an allen Ecken und Kanten, ganz belastend, ja, gestern Abend war schön, also, die nächtlichen Pärchen-Beta-Streams, die haben echt viel Spaß gemacht, das waren ja auch echt viele von euch noch dabei, das hat mich auch sehr gefreut und mal gucken, wie das weitergeht, ne, in der nächsten Zeit werden uns ja Assassin's Creed erstmal ein bisschen und auf lange Sicht natürlich Shadowlands dann abholen, aber wenn wir die flauten Phasen dann mit solchen Spielereien schön überbrücken können, dann ist das ja eine gute Sache. Kennst du das Problem, ich will noch Rassen hochspielen wegen Tradi-Rüstung, aber hab schon alle Klassen auf Max-Level, ja, das war für mich auch lange Zeit ein Problem, bis ich dann komplett drauf geschissen habe, ne, weil an allen Ecken und Fronten noch jemand irgendwie leveln wollte und hier noch jemand und dann hier mit der Gruppe und hier noch ein Level-Projekt und dann, ja, hab ich einfach komplett drauf geschissen und immer weiter gemacht und, ja, jetzt ist es total eskaliert, ne, jetzt hab ich 10 Krieger oder so. Aber ja, wenn man jemand ist, der da gern, ich sag mal, nach den Statistiken geht, nach den eigenen Daten und dann sinnigerweise kann man ja sagen, ne, auch schaut, welche Kombination habe ich jetzt noch nicht oder welche Klasse habe ich am wenigsten oder noch gar nicht, ja, und dann hat man alles schon, dann ist Kacke, ne, dann fängt ja dieser Freiheitsgedanke wieder von vorne an, dann hat man wieder alles, dann erstickt man am süßen Duft eben jener und dann ist wieder belastend, ne. Hatte mich heute erstmal im Wald verirrt, die Gefahren des Spaziergängers, oh, Kleinfinger, erstmal Horrorgeschichte hier zum Sonntag, Wahnsinn. Kaido, Hallöchen, Silly Bubblegum, Grüße, Grüße, man kann nie genug Warris haben, ja, Lausbub nices Bild auf Twitter bekommen, ne, hab ich gesehen, finde ich immer geil, schön so ein paar Malereien, zick, zack, einwandfrei. Der Schmitz, danke schön für dein Abo, vielen, vielen Dank. Das war ein Mountlister Schadenfallen, diese wirklich überkrasse Wolkenschlange, ähm, warte, können wir einfach Schar eingeben? Ich weiß es nicht, alter, wie viele kommen denn bei Schar? Oh mein Gott, oder Pandaria oder Wolkenschlange, warte, Wolkenschlange ist bestimmt am einfachsten, oder? Wolkenschlange hier, alter, ist die krass, oder was? Holy fuck, also da kann ich auch verstehen, dass Leute seit Jahren Bonus-Rolls von MOP und das Schar und seine Verwandtschaft farmen für dieses Vieh. Also, muss ich sagen, ähm, Weltbosse und ihre Mounts haben mich bisher ja nicht gejuckt, da ich aber mittlerweile so gut wie alles andere habe, was ich schon immer haben wollte an Reittieren, sind die halt mit die Letzten auf der Liste und dann sehen die Viecher auch noch geil aus, ne, in der Regel. Ganz belassen. Habe ich auch, deshalb vor dem Patch, noch allen Rassen einen Decay erstellt, jetzt werden alle simultan über die Garni hochgezogen für die Traditionsrüstungen. Ja, das kann man doch einwandfrei als, ich sag mal, Projekt vor Shadowlands auch machen und dann nicht nur die ganze Rüstung zu haben und die Erfolge, sondern auch dann so eine kleine Twink-Armee zu haben, reden wir ja auch immer wieder drüber, ist einfach eine gute Sache, ja, zum Farmen, zum Hin- und Herwechseln, wenn der Main-Grant nicht bockt. Wo ist das denn? Das Schar, was das droppt, das ist ein Weltboss in Pandaria im Kun-Lai-Gipfel, um genau zu sein. Da spawnt das immer hier bei dieser unauffälligen Markierung. Ganz, ganz dezent, ne, man weiß nicht genau. Wo könnte es spawnen hier? Deswegen haben sie das da mit draufgeklatscht. Herrlich. Cubemix, drei Monate, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Maverty, falls Bedarf besteht, hab wieder drei Skips zur Nachtfestung am Start. Zwei Horde, ein Ali, nice, können wir gerne drauf zurückkommen heute. Ich wollte heute eigentlich auch nur Nachtfestung machen. Ich wollte heute gar nicht viel anderes machen, deswegen bam, bam, hintereinander, Full Run, Skip, ja. Einfach von vorne bis hinten, Gnollde, Hallöchen, Grüße, Grüße, auch da kommt es auch schon. Das ist immer das Indiz, dass es jetzt gleich kommt. Sie haben ja zum Glück auch irgendwann mal so einen, ich sag mal, Sicherungsmechanismus eingebaut bei den alten Weltbossen, dass sie in den ersten drei, vier Sekunden weniger Schaden erleiden. Naja, dass man dann genug Zeit hat, ich sag mal, wieder ins Game zu tabben und dann zu sagen, okay, bevor der jetzt gewoneshottet wird von einem Hexter, der mit Feuersbrunst krittet, hab ich eine Chance, auch noch drauf zu zimmern. Und deswegen hab ich's trotzdem hier und da schon verpasst, weil ich dann zu blöd war, einen entsprechenden Zauber zu wirken. Dachte, auf zwei liegt Flammschock, dann lag da Kettenheilung und dann hab ich's verschissen. Aber an sich, Leute, ist es jetzt Zeit für Gold und Gold, okay. Sad life. Vielleicht haben wir in der Nachtfestung ja mehr Glück. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Daniras hat auch noch zwei Skips, siehste. Es werden mehr. Kronos, Shai, Hallöchen. Grüße euch, Grüße euch. Das Shai hatte früher mehrere Punkte, dann haben sie's auf eingelegt. Genau, früher konntest du dann auch aussuchen, ne. Es ist vorne an dem See, es ist unten in der Mitte, oben links. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das jetzt relativ eindeutig, ne. Und setzen das auf diesen Punkt und ihr habt mehr Zeit, es eben umzuhauen, ne. Geil. Kennt ihr solche Tage, wo man einfach total verpeilt ist? Oh ja, hab heute mein Handy gesucht, wie blöde, und wollte dann mein Handy mit meinem Handy anrufen, ey. Ohne Witz oder dann die Taschenlampe vom Handy anmachen, um das Handy zu suchen, was irgendwo unter der Bettdecke versteckt ist oder so. Um es zu finden, findet ihr den Fehler. Ich kenn die Situation leider. Und, ja gut, das passiert jetzt nicht regelmäßig, aber auch nicht wirklich unoft, muss ich zugeben. Weil das Handy mittlerweile nahezu so verwachsen ist mit mir, ja, dass ich das fast schon als Körperteil betrachte. Und darum fällt das manchmal gar nicht auf, wenn man es schon in der Hand hat, weil das ist sowieso immer da. Und wie es so ist, ne, das kennen manche auch mit primären Geschlechtsmerkmalen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Edric, fünf Monate, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Okay, wir wollen erstmal einen Fullrun starten auf Horde und dann können wir gucken, wie und ob und warum wir skippen. Ich glaube, ich komm mit meinem Wulperer mit. Ja, den hab ich heute mal wieder auch gespielt zum Sharkcampen. Hab heute nur ein bisschen Mad Moments geschnitten, ein bisschen Twitchclips, dies, das. Nur am Cutten gewesen, deswegen ist die Stimme auch schon wieder gar nicht eingeölt. Nur und klingt ein bisschen angehaut, ne, weil ich gar nicht, gar nicht gewarmupt habe heute. Eiskalt. Mittlerweile spawnt das nur noch an einer Stelle, genau. Früher war das viel mehr hin und her. Okay, dann mach ich mich mal auf den Weg, dann ordne ich mal noch das lustige Inventar hier. Nicht, dass ich euch dann aus Versehen Zeug andrehe, was vor drei Wochen gedroppt ist oder so. Leute, ich hab dir noch die Handschuhe, ne, vom Run vom letzten Monat. Wer will die haben? Lule Fresher. Hallöchen. Ich finde es cool, dass Leute wie immer noch Handy sagen und nicht Smartphone. Einer von uns, ja, weiß ich gar nicht, woran das liegt. Ist das so ein Generationsding? Gibt es dann die nächste Generation, die Fortnite-Chance, die Handy gar nicht mehr kennen als Begriff? Und nur noch Smartphone sagen? Ich hab absolut keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also in meinem Kreis, egal ob Freunde oder Familie, die sagen, glaube ich, auch alle Handy. Kenn ich gar keinen. Aber ja, so ist das, ne. Wenn man jetzt auch nicht rausgeht, ich sag mal jetzt in meinem Fall mit 25 und dann irgendwie auf die Jugend zugeht und sagt, Hey, kennt ihr schon die Vorteile von Twitch Prime und wie nennt ihr eigentlich dieses Gerät? Dann tritt man ja auch gar nicht irgendwie in diesen Austausch ein, ne. Und dann bekommt man das ja auch gar nicht so mit. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Papierkram echt nervig finde? Ja, das brauchst du mir natürlich nicht erzählen, ne. Schön die Steuervoranmeldung und so. Herrlich. Besonders diesen Bankkram, Konto da, Sparbuch hier, Paypal da, üff, Freibetrag und Betrag X. Dann heute mal geschaut, bekomm noch eine Nachzahlung von rund 450 Tacken von seit August. Naja, aber ich sag mal so, wenn du am Ende was wieder bekommst, dann ist das ja eine gute Sache, ne. Ich mach den Papierkram fertig, um was abgezogen zu kriegen, Junge. Dat ist diese andere Depression, die geht. Das ist nochmal diese andere Geschichte, ne. Wenn Leute dann kommen und sagen, boah, ich muss hier für Strom irgendwas fertig machen, ja. Und muss hier irgendeine Nachberechnung wegen Kosten bei Wasser und Gas und so machen. Und dann eine Woche später sagen die, boah, ich kriege jetzt 600 Euro wieder. Da denke ich, ja, Bruder, ich sitze doppelt so lange an dem Papier und muss 600 Euro abgeben. Weißt du, was regst du dich denn auf? Ist auch immer schön. So, Freunde. Wir wollen eine schöne Runde Nachtfestung machen. Nämlich organisiert, benutzerdefiniert und dort L-O-H-L. Gruppe-Lol, wer mitkommen möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun. 25, ne, es geht bergab, liebe Leute. Es geht bergab. Das ist dieses Erwachsensein, ne. Das hat uns keiner erzählt damals, Fergischer Lord. Wenn wir das mal gewusst hätten, ne, dann wären wir doch Kind geblieben. Ach man, wie hast du dein Charakterfenster angepasst? Das ist das schöne Add-on Z-Pearl. Kannst du mit Elf UI aber ganz ähnlich gestalten. Ja, Letox, hallöchen. Grüße. Ich arbeite im Mediamarkt und da sagen auch 99% aller Menschen Handy. Ich würde auch spontan sagen, das ist noch der meistgenutzte Begriff, aber sicherlich auch je nachdem, wo und in welchen Altersgruppen man dann unterwegs ist. Kann das natürlich wieder sehr, sehr unterschiedlich sein. Absolut. Du wirst ja eigentlich versuchen, so viele Sets vom Event ab Mittwoch zu bekommen oder eher so nehmen, wie es kommt. Bin auch unschlüssig, weil das Rare-gefahren in Eiskrone wird bestimmt räudig werden. Ja, weil du, wie war denn der Timer? Alle 20 Minuten oder so ein Mob und dann der Reihe nach rum, ne, sodass wenn du einen gezielten farmen möchtest, dann auch jedes Mal alle anderen noch abwarten musst. Und, boah, also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich werde es mir mal angucken. Vielleicht haben sie ja jetzt auf die kurze Endstrecke bis zum Release, bis zum Drop auch noch ein bisschen was feinjustiert, ein bisschen was angepasst. Aber ich habe auch keinen Plan gemacht. Ja, genauso wie zum Release. Ich lasse das erstmal auf mich zukommen. Wegrennen tut es auch nicht ganz so schnell. Und dann schaue ich mir genau an, wie das zeitlich und aufwandstechnisch so aussieht. Gashira, Hallöchen. Grüße, Grüße. Habt ihr auf Eri da gerade Disconnects? Also bisher nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Und auch wenn ich hier im Tool gucke, sind zumindest die hier gerade von verschont geblieben, Leute. Aber vielleicht sieht das auf der anderen Seite der Medaille wieder anders aus, ne. Gestern war ja auch ein bisschen problematisch wieder bei vielen. Okay, vorne. Gruppe ist voll. Wir gehen rein. Wir haben Hexter dabei. Das ist super. Ihr kennt das Spiel. Wie immer bitte Bosse nur dann pullen, wenn wirklich alle da sind und im Vorfeld möglichst die ranporten, die gerade nicht in der Lage sind, den Dollar Loading Screen zu bezwingen oder eben ähnliches. Alle meine Chars stehen beim Schar, außer mein DH, der ist in Mechagon. Gar keinen Bock, alle auf Eiskrone zu schütten. Ja, jetzt hat man so gerade seine Chars positioniert an den verransten Ecken dieser Welt, wo man sonst überhaupt nicht hinkommt, ne. Und dann kommt auf einmal das Pre-Event, ne. Und dann muss er alle wieder umpositionieren. Oha, der Stress. Der miese Ingame-Stress, ne. Ich raste aus. Aber nicht, wirst du doch eh reinsuchten. Ja, durchaus. Wir werden auf jeden Fall alle in einer gewissen Weise reinsuchten. Aber auch da unterscheidet man ja in kurzen und längeren Suchtphasen, ne. Welche Schwierigkeitsstufe. Wir gehen eigentlich immer müde schreien. Morphman, Hallöchen. Grüße, Gesios, hi. Mal was Kleines, um ein bisschen Hass zu ernten. Als Ali bekommen wir übrigens 30% mehr EP, ne, aus Quests mit Kriegsmodus an. Macht also in der Eiskrone fleißig PvP an. Sonst wird es als glorreiche Ali wieder langweilig. Ach so, nicht nur EP. Dann auch auf Maximalstufe, ne. Sind die Belohnungen auch ein bisschen besser skaliert. Das stimmt. Ja gut, aber das ist schon ein guter Vorteil. Aber du hast ja auch einen Nachteil. Du musst halt Ali spielen. Ja. Und da sage ich, das ist halt so negativ. Da kannst du ruhig 100% extra Belohnung geben. Das würde diesen Faktor einfach nicht aufwiegen. Und darum können wir als Hordler durchaus sehr gut damit leben. Na, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Es gibt wahrscheinlich eh keine klassenspezifischen Sets. Also werden es Rüstungssets. Dann brauchst du nur vier. Ja, dann hoffen wir, dass sie nicht ganz so ekehhaft zu farmen sein werden. Raymond Bratzenbo. Hallöchen. Grüße. Ich muss dringend mal meinen Bart nachtrimmen. Ja, das denke ich mir auch immer. Bis ich es dann so einmal alle zwei Monate tue. Aber ich traue mich echt nicht, den selber runterzuschneiden. Der ist aktuell so schön lang und überall ein falscher Kniff und wech. Ich will nicht sagen, dass ich vergessen habe, wie man trinnt. Aber ich lasse seit Monaten wild wachsen im Gesicht. Ja, ich auch. Und in der Regel ist es dann so, dass wenn ich weiß, dass in ein, zwei Wochen irgendwas ansteht oder so, dann traue ich mich langsam ran. Aber mache auch wirklich ganz wenig. Ja, nur so die Spitzen schneiden. Spitzen schneiden mit einem Trimmer. Mit einem Rasierer. Ja, und das ist nämlich dann so ganz langsam vorneweg. Wenn wir sowas planen, wie Shireen kommt im nächsten Monat zum Beispiel, dann weiß ich, dass ich ungefähr so drei Wochen vorher ein bisschen mehr runternehme. Ja, und das dann, ich sag mal, gut in Form wieder nachwächst. Und dann habe ich so nach diesen drei Wochen diesen Mittelstand, den ich sehr mag, bevor es dann wieder zum Urwald wird. Das ist dann ganz gut. Aber die wenigsten Termine, wo man dann heraus muss und sich trifft oder Steuerberater oder sonst was, ja, Familienkäffchen, die planst du ja nicht Monate vorher. Ja, und dann hast du halt die Arschkarte. Dann musst du ganz oder gar nicht gehen, wie es so ist. Die Zeit, Leute. Die Zeit. Sie ist oft auch wirklich sehr, sehr böse. Ab Mittwoch heißt es erstmal in Eiskrone die Rares für die Taschenfarben. Den einen, da sind wir dann wieder bei der angesprochenen Problematik. Ein Rare droppt die und die spawnen der Reihe nach immer und immer wieder. Du kannst also den einen Rare alle vier Stunden oder so umhauen. Geile Sache. Bumsbirne. Zwei Monate. Dankeschön. Und Leodis auch am Start mit den Abos. Vielen, vielen Dank. Mit den Abos? Nein, mit dem Abo. Gottes Sinn, erstmal hier ein, zwei Mehrzahl vertauschen, ne? Man kennt ihn. Es gibt ja einerseits die Fullsets vom Händler, die du für die neue Währung kaufen kannst. Diese bekommt man von den Dailies und den Rares. Und dann gibt es ja noch die ganzen Waffen der einzelnen Mobs. Diese sehen zwar genauso aus wie früher, sehen aber im T-Mock Maddon wieder als neu und unbekannt. Okay, ich glaube, darauf werde ich nicht so viel Wert legen. Da ist mir dann der GS für die Twings wichtiger als das dritte Häkchen bei derselben Vorlage. Aber als Sammler tut es natürlich weh, ne? Das Sammlerherz, das blutet natürlich trotzdem. Und meine Katze schnarcht schon wieder wie so ein Truckerfahrer, Alter. Es ist ja Wahnsinn. Pega, vegane, hi. Weißt du, ob wie die aktuellen Voraussetzungen sind für die Klassenmounts aus Legion? Google schmeißt mir nur alte Artikel raus. Du, ich glaube, da haben die relativ wenig geändert, ne? Du musst deine Klassenhalle durchspielen. Du musst dann an der verhärten Küste diese Reihe entsprechend machen. Und dann ganz am Ende ploppt diese Klassenmount-Quest auf. Also jetzt mal ganz simpel formuliert. Und ich glaube, die Guides von damals, die sind so alt, wie die auch sind, nach wie vor im Groben zumindest aktuell, ne? Und jetzt das Tollste, das darfst du mit jedem Char machen. Aha, nichts mit Accountweit einmal freigeschalten, dann alle Klassenmounts holen. Aha, darf man schön mit jedem Char von 0 auf 100 genauso machen. Großartig. Macht es noch einen Unterschied, auf welchem Server man bei WoW startet, oder kann man mit allen Leuten dennoch spielen? Also du kannst schon mit allen spielen, also insofern sie deiner Fraktion natürlich angehören. Wir haben hier jetzt ja auch Leute von Thrall dabei, obwohl ich auf Ereda bin, oder Leute von Blackmoor und so weiter. Ja, durch dieses Battle.net kannst du ja mittlerweile auch deine Freundesliste einfach die Leute über Battle.net adden, ne? Und dann hast du die drin, egal auf welchem Char die sind, egal welches Spiel die spielen und so. Der Server ist aber dennoch relativ wichtig. Ja, also die Server unterscheiden sich schon in der, ich sag mal, Population und so weiter. Ja, dann in der dominanten Seite auch. Da ist mal mehr Ali, da ist mal mehr Horde. Also da lohnt es sich schon im Vorfeld, ich sag mal, ein bisschen genauer hinzuschauen, um dann je nachdem mehr Auswahl zu haben. Oder wenn du viel, ich sag mal, Wert auf verschiedene Wirtschaftssektoren legst, ja, dann kann es ganz spannend sein, mal auf einem vollen, auf einem niedrigbevölkerten Server zu gucken, wie sich da die Preise entwickeln, ja. Also das sind schon noch Unterschiede, aber wenn es dir jetzt rein auf das Zusammenspiel ankommt und der Rest nicht so wichtig ist und du deine festen Gruppen irgendwo hast, dann, ja, dann ist es wirklich egal, weil da kann man übergreifend eigentlich so gut wie alles mittlerweile unternehmen. Warum gibt es keine Albtraumruns mehr? Gerade mit dem Priester sehe ich, dass zwei Teile da drin zu holen sind. Und, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist genauso gewesen wie mit den BFA-Dungeons. Irgendwann gab es den Punkt, wo wir so viele Xavius-Schultern, so viele Albtraum-Illusionen und Co. rausgezogen haben. Plus die Quote von Leuten, die meinten, sie können das Solo machen, ist hochgegangen. Und darum haben wir gesagt, okay, machen wir mehr Nachtfestungen, machen wir mehr BFA-Dungeons und Co. ziehen da die Mounts raus. Und so hat sich dann so ein bisschen das Ganze relativiert, ne. Temme, Hallöchen, bin zu spät, brauch die Festung noch für den Mana-Siebler. Gestern alleine in Normal-Verreck, GS61 halt, ja, da kommt man nicht so weit. Aber wir werden heute noch ein paar Runs machen. Vielleicht hast du da mehr Glück. Schon gehört, die Mass Effect-Trilogie soll als Remaster rauskommen. Ja, das war gestern nicht zu überhören. Twitter hat gebrannt, unser Chat hat gebrannt, Shion hat gebrannt, ja. Die menschliche Fackel. Und habe ich mitbekommen und freue mich auch sehr drauf, auf jeden Fall. Bei mir ist das Wissen wie auch die Wunden, ne. Alles ist gleichermaßen noch frisch. Und ich bin gespannt, was sie daraus machen. Bin auch sehr gespannt, ähm, wie sie das Gameplay eventuell verändern, verbessert haben. Gerade wenn ich an den ersten Teil denke. Gerade wenn ich an den ersten Teil und die Sniper-Waffe denke. Uh, uh, please no. Sehr gespannt bin ich, ja. Thoratin, Vince, hallöchen. Grüße, Grüße. Hab auch schon Props von Mitschülern bekommen, dass mein Bart gut aussieht und angenehm ist. Kann man so die Mitschüler auf sich zu, ne. Haben so ein bisschen im Bart so rumgestreicht. Ah, zwergischer Lord, haben sie gesagt. Wie sieht das aus bei dir, ne. Schön flauschig, Bruder. Find ich gut. Ähm, nur zu wild, besonders an der Seite, aber Hand aufs Herz. Ich würde ihn persönlich ja noch weiter wachsen lassen. Muss gestehen, wenn man junger Erwachsener ist und der Bart zum ersten Mal überall im Gesicht wächst, feiere ich mich da schon irgendwie. Ja, ist geil, ne. Einfach so Haare im Gesicht. So, Conchita-Wurst-Cosplayen. Das ist der Lifestyle. Wie hat dir das Ende von Mass Effect 3 gefallen? Ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ich war relativ zufrieden. Ähm, ich will nicht sagen, genau so wollte ich's, aber es hat dann schon im Rahmen der Auswahlmöglichkeiten am ehesten auch wirklich dem entsprochen, was ich mir so die Rahmenbedingungen betrachtend vorgestellt habe. Und dementsprechend war ich echt. Echt. Ich sag mal, es war okay. Ich war jetzt nicht übertrieben zufrieden. Und ich war eigentlich generell sehr mad, weil es halt zu Ende war, weil diese wirklich epische Reise ein Ende gefunden hat. Aber davon abgesehen, war es eine schöne Endszene. Es war tolle Musik. Es war großartige Atmosphäre. Und ja, es war jetzt nicht das übertriebene Super-Happy-End für alle. Ganz abgesehen davon, dass man ja verschiedene Enden hat, die ich mir auch alle angesehen habe. Wo man ja auch sagen kann, na, na, was kommt dann noch oder auch nicht. Und ja, darum bin ich erstmal zufrieden und ruhig gestellt, was das angeht. Tavon, vier Monate. Dankeschön. Hast du dir eigentlich schon Gedanken gemacht, wann du in Shadowlands anfangen willst, die BFA-Rates zu machen? Nee. Ich glaube, da kann ich mir auch noch keine Gedanken machen, weil das super stark davon abhängt, wie die Sachen dann skalieren. Ja, da werde ich dann erst bei einigen Kollegen gucken, auch bei US-Streamern und Co. wie das aussieht, wie die ihre Gruppen bauen, wo die Probleme sind. Ja, gerade bei Sachen wie Mecha-Drill und Co. Ob wir da Leute brauchen, die das eben spielen können, die das drauf haben. Ob wir das outdamagen, wenn wir das outdamagen können, was die Leute so für Gier brauchen. Ja, dann muss ich bei uns in der Community ein bisschen gucken, wie sind die Leute equipped. Nicht jeder wird dann auch sofort raiden, nicht jeder wird Full-Epic sein oder whatever. Ja, und das sind ja alles so Faktoren, mit denen man da gedanklich ein bisschen spielen muss. Sodass wir dann auch in den Dazaal-Lore-Rates eben nicht komplett tryharden müssen und mit Taktik spielen müssen und so. Das wäre nicht so cool. Ich sag mal, im Rahmen von E.O.N.A., so einzelne Bosse betreffend, okay. Aber ja, kann halt auch sein, dass der Anfang sehr scheiße skaliert ist und wir dann erstmal noch ein bisschen warten müssen. Ja, jetzt vielleicht nicht bis 9.1 oder so, aber bis dann wirklich alle, ich sag mal, ein bisschen Gier haben und gewisse Sachen dann outscalen können. Deswegen, nee, hab ich da noch keinen Plan gemacht und ich glaube, den müssen wir wie so oft dann zusammen machen, wenn wir's alles sehen. Okay, Freunde, ich habe Plattenarmschienen bekommen. Wer die haben möchte, von Aluriel, eben ganz frisch gedroppt, frisch aus dem Ofen, gerne abholen. Fühlt euch frei denn. Flintenrosi, Hallöchen, da kommt schon der Erste, der gute Alex hier. Einmal handeln, weg Sinzel. Herrlich. Du sprichst gerade von den überarbeiteten Enden, oder? Äh, du, ich weiß gar nicht, was die unüberarbeiteten und die überarbeiteten Enden sind, wenn ich ehrlich bin. So krass bin ich leider dann doch noch nicht drin in Mass Effect. Hab ja jedes Game nur einmal gespielt. Da lachen ja die Mass Effect Fans und sagen, einmal, weißt du, für einmal Mass Effect spielen, da wasche ich nicht mal meinen Opa, sagen die. Und die haben das ja dann so 30.000 Mal durch, ne? So oft wie ich Jars in WoW spiele, so oft haben die mit Garrus geknutscht, weißt du. Und deswegen kann ich bei solchen Sachen noch nicht so krass mitreden, aber das, was ich einfach gesehen habe, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin einfach gespannt auf alles, was noch ansteht, ne? Auch auf Andromeda bin ich sehr gespannt, wenn ich es dann irgendwann mal spiele. Genauso oft das Remaster und jedes Mal wird es eine irgendwie auch neue Reise sein. Und das finde ich immer sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Wenn wir Eona geschafft haben, vor der Vereinfachung, kann man alles schaffen. Sogar ich hab ein Kristall übernommen. Dann müssen wir wieder ein bisschen motivierend wirken, ne? Dann, dann muss ich wieder sagen, komm Leute, traut euch, alle haben Schiss zu verkacken, ne? Ja, alle stehen dann so nebeneinander, wackeln so mit den Füßen, so nee, nee, ich will nicht. Ja, also wir werden das irgendwie hinbekommen. Ja, wir werden uns da irgendwie arrangieren, aber was wir nicht machen werden, ist uns irgendwie eine Woche nach Shadowlands, Blindlings, einfach überall reinstürzen. Ja, wir werden dann auch erstmal ein bisschen entspannt leveln. Alle werden aufgeregt sein, es wird rege Panik herrschen, ja. Leute werden den Stream stürmen, die zum ersten Mal WoW spielen und gar nicht klarkommen. Wir werden einen Haufen Fragen beantworten dürfen. Wir werden uns alle den Mund fusselig reden oder ihr die Finger wundschreiben. Und wenn diese erste Panik- und Chaosphase vorbei ist, die jeden von uns übrigens auch in einer gewissen Form irgendwie betroffen machen wird oder betreffen wird, dann können wir einmal tief durchatmen und dann gucken wir, wie wir einen Plan machen und so einen üblichen Trott entwickeln. Zu Mass Effect Remaster. Erstens, ja, ich hab gebrannt und geschrien. Und zweitens, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann werden sie das Kampfsystem aus Mass Effect 3 benutzen, aber abwarten, bis da mehr bekannt ist. Also, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ihr wisst, technisch habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, ne. Aber, das ist bestimmt nicht so eine einfache Sache, die Sachen von 3 dann in 1 einfach mal rein und importieren, exportieren und gleichermaßen implementieren. Also, das will ich mir irgendwie auch gar nicht vorstellen, wie man da teilweise kotzen muss als Programmierer. Für das Remaster mache ich diesmal aber kein Guide und du musst eine Frau spielen. Ja, hier die Bedingungen als geil und die böse Seite zocken. Alles neu macht das Remaster. Aber Maveritt, die Schlagzeilen, die müssen wir dann auch mit einberechnen. Wenn ich als Gamer eine Frau spiele und dann nur böse Entscheidungen treffe. Oh, 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 liebe Leute. Oh, 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 wenn das RTL und die Bild-Zeitung mitbekommen. Oder Twitter. Reicht ja schon heutzutage. Extra-Welt, 4 Monate, Dankeschön. Roh-End mit dem Abo und Wolfsraben mit dem Shearing, ich danke euch. Dankeschön. Kaffee am Start, bin für fast jede Schandtat bereit. Siever, so wollen wir das hören. Grüße dich. Ich habe, liebe Leute, schöne Handschuhe bekommen. Wer die haben möchte, kann die gerne, gerne bei mir abholen. Das ist Dudu-Set. Jawollo, mit diesen schönen Tatzen dran hier. Und wenn wir, haben wir Dudus überhaupt? Ja, Gnolde ist dabei, aber Gnolde hat das Set doch safe voll, oder? Ja, Gnolde ist da auch so oft am Start. Da glaube ich, dass der gute Mann das voll hat. Vielleicht fehlt ihm ein Gürtel, aber der droppt ja dann sicherlich eh erst woanders. Und wehe, du hast dann keine Romanze mit Garros. Ich würde mir sehr komisch vorkommen, glaube ich. Aber, Freunde, was sein muss, muss sein. So sieht es nämlich aus. Alles muss, nichts kann. Oder wie war das? TK, Hallöchen. Grüße, Grüße. Immer wieder Rohend. Sollen wir Rohend sagen, quasi? Das ist so, ich sehe roh, ich denke an Fleisch. Ich muss es so betonen. Es ist der Lifestyle einfach. Ich hoffe, die Asari-Eulen-Kopf-Bewegungen sind dann noch am Start. Das hoffen wir natürlich alle. Und ich bin gerade erst mal... Mit meiner Hyäne, so ist das, wenn man aus Woldun kommt. Da freut man sich über jeden Tropfen Wasser. Deswegen musste ich hier erst mal baden gehen auf meiner hüpfenden Hyäne. Peps, Hallöchen. Du hast zu viele Viewer. Ich komme mit dem Begrüßen nicht nach. Dann hast du Donnerstag, Alter. Was für Donnerstag? Oh Gott, wie war das vorhin mit? Kennt ihr das, wenn man total durch den Wind ist? Sonntag ist immer gefährlich, ne? Mann, Knolle. Da war er eben. Ich habe ihn gesehen. Man könnte meinen, die Leute haben Freien. Man könnte meinen, die Leute haben Bock, ein bisschen WoW zu spielen. Es ist eine herrliche Sache. Du musst mit ihm kalibrieren. Und dann kommt Charlie und haut mich. Oh, oh, oh. Gibt es einen Discord-Server? Jawollo. Ich glaube, wir haben ein Command mit Ausrufezeichen Discord. Und das ist immer, immer unser Community, Gilden, Stream, Ankündigungs, Lore, sonst was, Video. Gnolle, du brauchst echt die Handschuhe? What? Okay, ja cool. Ich freue mich, wenn ich hier loswerden kann. Einwand frei. Ich habe mal vor einiger Zeit darüber gescherzt, dass ich gefühlt zu jeder Expansion eine neue Klasse anfange und maine. Jetzt habe ich meinen Verstärker beiseite gelegt und levele einen Furorkrieger. Muss ich aber sagen. Gute Entscheidung. Furorkrieger. So unglaublich viel Spaß gemacht, ja. In fucking Torgast, in fucking Dungeons, beim fucking leveln. Und es ist wirklich mega, mega geil. Und in meiner Liste ist er ja auch ein bisschen hoch gerutscht. Ich bin mit den Verstärkeränderungen ja jetzt auch nicht so mega zufrieden. Es ist okay. Ja, es fühlt sich noch nach meinem Verstärker an. Ich werde ihn spielen. Ich werde Spaß mit ihm haben. Ich werde im PvP eskalieren. Aber der Furorkrieger, alter, der ist in meiner Twinkliste auch ordentlich nach oben gerutscht und habe ich Bock drauf. Und ich freue mich besonders, denn das ist ja mein Magarkrieger mit den geilen Schultern von Garrosh. Und jetzt kann ich endlich diesen Char, der ursprünglich nur für passendes T-Mog auf Maximalstufe gebracht wurde, den kann ich jetzt endlich richtig anpacken. Und das ist geil. Was ist deine Meinung zu Feral in Shadowlands? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wird eine runde Sache. Wenn du mythisch Raider bist oder dich nur an irgendwelchen Statistiken orientierst, weil er M25 laufen willst, dann wirst du vermutlich nicht ganz so happy sein wie immer. Aber ansonsten hat Spaß gemacht. Kam überall super durch und kann man machen, würde ich sagen. Kann man machen. Furorkrieger hat nur den großen Nachteil, wenn man zum Beispiel Einhand spielen will und nur Zweihänder droppen. Das ist immer so ein Problem. Dann durch die ganzen Änderungen jetzt mit Monkern, Einhand, Zweihand und Krieger und Frostiker und so. Überall noch Konkurrenten am Start. Und da beginnt dann natürlich nicht das große Krabbeln, einer meiner früheren Lieblingsfilme, sondern das große Kotzen. Und das ist dann natürlich so ein Problem. Okay, wir sind schon bei unserem Brückenboss, Leute. Die wollen Brücken bauen, aber auch Brücken einreißen. Ihr wisst Bescheid. Und darum wird es Zeit. Ging mir auch so, nie Krieger gespielt, fucking 15 Jahre lang nicht. Vor kurzem doch mal angefangen und ich bin verliebt. Ebenfalls, Furor. Es ist geil, oder? Und es ist ja auch super zum Farmen oder so. Ihr wisst, das ist bei mir auch immer ein großer Punkt bei den Twings. Wie nice ist es, mit denen alte Raids zu ballern und so, ja. Und beim Furorkrieger allein, dass du diesen Wirbelwind halt spammen kannst, ohne vorher Wut aufbauen zu müssen, wie beim Waffenkrieger. Das ist halt einfach eine Offenbarung, ja. Du gehst in den Raid, du spammst einfach die Wirbelwindtaste, alle fallen um und du lootest. Mega, also noch geiler geht es ja fast gar nicht mehr. Außer halt mit dem DH durchchargen, Jumpen, Feuerbrand, Aura, alles krepiert, ja. Und das ist natürlich nochmal so ein bisschen die Krone der Farmschöpfung. Aber davon abgesehen, Furor, leckere Sache. Und dann macht er auch noch im aktuellen Content Spaß, ja. Schon geil. Was packst du sonst noch an, Frage für einen Freund? Alles, einfach alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Gibt es Erfahrungen zum Unheilig Todesrader in Shadowlands? Aktuell geht er ja ab wie Schmitz Katz. Ja, also ich kann euch da schon gern was zu sagen. Ich muss aber vorher klarstellen, dass ich niemand bin, der auf Statistiken schaut. Bin niemand, der mythisch raidet. Bin niemand, der M plus 30 oder so läuft. Ja, ich spiele seit BC das, was mir Spaß macht. Hab noch nie irgendwas gespielt, was oben in Listen steht. Und bin auch immer mit dem, was unten in Listen steht, sehr gut klargekommen. Egal, ob ich selber spiele oder es in meiner Gruppe habe. Und deswegen achte ich darauf, wie sich die Klassen anfühlen. Und da ich dann auch selber nur so M plus 15 laufe und heroisch raide, ist mir das auch scheißegal, ob der eine Pakt jetzt in der aktuellen Rechnung, bevor er morgen wieder verändert wird, 3% mehr Schaden macht oder 3% weniger bringt. Das ist mir halt Jacke wie Hose. Und darum kann ich euch eigentlich zu so gut wie allen Klassen, die wir uns im Rahmen von Torgast Runs, Dungeons und Co. in der Beta angesehen haben, sagen, dass sie sich auch im Vergleich zu jetzt, zum Pre-Pitch, aufgrund der Paktfähigkeiten, die dazukommen werden, sehr rund gespielt haben, sie sehr viel Spaß gebracht haben, sie den Schaden gefahren haben, den ich brauchte und den ich erwartet habe. Und ich deswegen auch in Shadowlands problemlos, vom Katzen-Droiden bis zum Ele-Schamanen, über den Holy Priest bis zum Blutiker, alles spielen werde, alles wird mir Spaß bringen. Und wenn ihr jetzt sagt, jo, bin auch kein müde Schrader, hab kein Spaß an diesen Statistiken, wenn ich 30.000 Mal Mechagon-Rennen für die Armschienen, die gerade irgendwie im Trend liegen, als Feuermage, dann nehmt den Pakt, den ihr wollt, spielt die Klasse, die ihr wollt, macht das, was ihr wollt und es wird funktionieren. Weil keine Klasse wird unspielbar sein und kein Pakt wird eure Klasse unspielbar machen. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich allgemein dazu sagen kann und zu den Statistiken, die sich jetzt sowieso wieder tagtäglich gefühlt verändern und auch sicherlich mit dem Release weiterhin eine fließende Sache sind. Ja, sobald dann auffällt, wenn mehr Leute in den Raids sind, auf dem Live-Server natürlich, als auf dem PTR oder in der Beta, okay, die Paktfähigkeit ist noch ein bisschen zu krass, dann wird die wieder genervt, dann wird die nächste gebufft, dann wird sie ausgetauscht oder was auch immer. Und darum, ja, beurteilt euch da richtig, guckt, was ihr machen wollt, guckt, woran ihr Spaß habt und dann müsst ihr je nachdem diese Statistiken gefühlt tagtäglich im Auge behalten und euch eben anpassen oder ihr sagt eben, ist mir scheißegal, ich spiele so, wie ich möchte und dann läuft das. Salisch, Dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Du spielst so häufig Tank, ich mähne Tank, jawohl. Wie waren da deine Anfänger? Hast du dich schlau gelesen? Also grundsätzlich habe ich mit WoW angefangen, Mitte, Ende BC als Hunter Kiddy. Ja, da war ich wirklich nur am rumhüpfen, ich war am flamen, ich habe keine Fähigkeiten benutzt, die eine Cast-Zeit hatten, weil ich dachte, okay, in der Zeit mache ich Autoshots lieber oder einen AK-Schuss, dann mache ich mehr Schaden. Und diese grenzdebile, völlig dümmliche Einstellung hat dazu geführt, dass ich mir einfach gar keinen Kopf über irgendwas gemacht habe. Also nochmal eine andere Form als von dem, was ich eben erklärt habe. Ja, nochmal dieses andere keinen Kopf machen. Und darum habe ich mit so einem kindlichen, präpubertären Leichtsinn einfach alles ausprobiert, was ich gerade probieren wollte. Christa, Hallöchen. Und habe mir dann auch über die Leute, die in Dungeons flamen, dass ich jetzt ein Anfänger-Tank bin und die Gruppe nicht so perfekt getankt habe oder so, da habe ich mir gar keinen Kopf gemacht. Ja, und das ist eigentlich auch mein Tipp für Tanks, die anfangen wollen. Entwickelt ein dickes Fell. Ja, klar, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, in welchen Dungeon, auf welchem Schwierigkeitsgrad, belest euch vorher, informiert euch, ja, fragt Leute, denen ihr da vertraut, oder lest euch einen Guide durch. Ich kann da immer Wow-Head nur empfehlen. Die haben ja alles, ja. Die haben ja News, bevor Blizzard die raushaut. Die haben ja Guides noch und nöcher in allen Formen und Farben und informiert euch da. Ja, und dann gibt es nach wie vor Idioten in WoW. Okay, das ist so, solange es Idioten generell auf der Welt gibt, würde es sie auch in WoW geben. Das heißt, rechnet auch damit, dass ihr auf den Kopf bekommen. Dass auch Leute da sind, die euch dann vielleicht im schlimmsten Fall mal aus der Gruppe kicken, weil ihr ihnen zu langsam seid oder wie auch immer. Aber diese Leute repräsentieren eben nicht die ganze Community. Ja, und deswegen ist mein Tipp immer, lasst euch von den negativen Erfahrungen nicht runterziehen. Lasst nicht den Gedanken in euer Hirn, ja, dass ihr dann glaubt, dass so jetzt alle sind und dass alle ihre Tanks hassen. Vielmehr sind viele Leute sehr dankbar für jeden, der anfängt, auch sich fürs Tanken zu interessieren, der sich da rantraut, der rumexperimentiert, das probiert. Bei uns allen verkürzt es letztendlich die Wartezeiten, ja. Und das ist ja erstmal ein Grund zur Freude. Und darum ausprobieren. Ausprobieren, machen, dickes Fell entwickeln und Attacke. Das ist eigentlich so mein Tipp, ja. Besser kann man, glaube ich, da nicht rangehen. Man muss auch hier und da mal aufs Maul fallen, ja. Man muss auch, ich sag mal, dann lernen, wann man als Paladin zum Beispiel auf welchen Mob jetzt sein Schild des Rächers setzt. Das sind dann Erfahrungswerte. Zu wissen, okay, jetzt habe ich die Verbesserung vom Schild des Rächers, dass zum Beispiel der erste getroffene Mob nicht nur Schaden bekommt und das Ding überspringt, sondern der auch zum Schweigen gebracht wird. Aber damit du dieses Wissen von der Fähigkeit auch anwenden kannst, brauchst du ja zum Beispiel das generelle Wissen und den generellen Überblick, welcher Mob von dieser Gruppe jetzt eher der Caster ist und welcher der Melee. Wo wir jetzt sagen, als Nerds, als VW-Spieler, ja weiß ich, der hat eine Robe, ist der Caster, der hat ein Schild, ist der Melee. Aber auch das sind Erfahrungswerte, die wir für selbstverständlich halten, wo so ein neuer Spieler denkt. Und wir sehen es momentan, denn aktuell leveln wir, wo ich heile und Jana tankt. Und wer aktiv die Mad Moments verfolgt, weiß, kann nur geil werden. Und da merkt man auch immer, wie sie dann vor so einer Gruppe steht und überlegt, wie mache ich das? Dann klickt sie die Mobs an, ne, und der hat dann kein Mana, der hat Mana, der andere wieder nicht. Dann wirft sie das Schild eben zum Engage auf den mit Mana und solche Sachen. Ja, das sind eben Erfahrungswerte, die man dann nur mit der Zeit bekommt, wo man dann, ja, das nahezu im Muskelgedächtnis dann abspeichert, ja, und dann mit der Zeit, mit der Übung ein richtiges Auge dafür bekommt, irgendwann nicht mehr überlegen muss. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel, was dann letztendlich dafür sorgt, also weniger das Beispiel, als natürlich die Anwendung dieses Wissens, das, was man ansammelt, dass so ein Dungeon dann schneller geht, weil man dann nicht mehr überlegen muss, weil man weiß, okay, das ist der und der Mob, bam, engage, nächste Gruppe, dann weiß man, was kann ich mir zutrauen, wie benutze ich meine Dev-CDs, ja, wann heile ich mich selber und so weiter und so fort, aber das kommt eben alles nur, wenn ihr es quasi anpackt und wenn ihr loslegt, ne, und das kann euch auch kein Guide in dieser Form erzählen. Okay, wir sind durch, liebe Leute, leider ohne Mount, leider, leider ohne Mount, aber es gab, denke ich, auch so viele, viele sehr schöne Teile, die man sich an dieser Stelle einmal abholen konnte. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir nutzen, bevor wir zu den, zu den Alli-Runs kommen, nutzen wir die Skips, die vorgeschlagen wurden. Es waren, glaube ich, drei bis fünf gefühlt, ne, allein auf der Hordenseite und Skip bedeutet, dass wir die letzten beiden Bosse nur machen. Das heißt, wenn ihr noch ein Spielzeug, noch einen Erfolg, noch ein, weiß ich nicht, Questgegenstand oder generelle Items, Mounts und Co. von Elisande oder Gul'dan braucht, dann jetzt gleich mitkommen. Wenn ihr aber einen Fullrun wollt, dann, äh, ja, muss ich euch enttäuschen. Der kommt dann gleich erst auf Alli-Seite. Jetzt wollen wir aber erst mal skippen. Du ziehst die Mobs, alle laufen zu dir und zwei biegen direkt ab, weil ein DD wieder komplett durchdrehen muss, ja. Und das, das ist aber auch so eine Situation. Das passiert natürlich ständig, ja. Und als unerfahrener Tank stehst du dann natürlich da. Ja, und hast erst mal Panik. Was ist passiert? Warum macht der das? Aber als erfahrener Tank weißt du, okay, Dully, den einen spotte ich, der nächste kriegt irgendwie wieder ein schildes Rechers Richturteil, habe ich mehr Schaden, kommt der zu mir, ja. All solche Sachen. Und das sind dann diese Erfahrungswerte. Beim Denken überlegen, ja, das sind wieder Anforderungen, ne, utopisch, wie es so ist. Da bin ich voll, äh, alte Schule, ja. Voll old school. Hatte zwei Horde ein Alli, fängst du an, Mavrid, dann mache ich meine zwei Horde nach dir. Okay. Heißt, wir haben jetzt vier Horden Runs, liebe Leute, mit nur Elisande und Gul'dan. Sehr, sehr nice. Dankeschön für dieses Sponsoring. Dann werden wir ein kleines Päuschen machen und dann ruloren wir auf der Alli-Seite einmal durch. Tank ist mir zu viel Verantwortung, genau wie Heiler. Ja, und wenn du sagst, das ist so, dann ist das ja auch voll okay, ne, dann werde ich dir da jetzt auch nicht reinreden und dich mit religiösem Fanatismus davon überzeugen, wie toll doch das Denken ist, wenn du sagst, nö, will ich nicht und ich hab auch Spaß, so wie ich grad hier spiele, dann ist das ja voll okay. Nicht wundern bei den Taschenfreunde, die sind sogar für meine Verhältnisse besonders zugemüllt, das ist mein Bankschorke. Torbjörn, acht Monate, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Okay. Mavrid wollte anfangen, wollte anfangen, wo ist er denn? Äh, dä, 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 werde ich ihn finden? Oder wird er sich verstecken? Man kann sich nicht ganz sicher sein. Mavrid, ich hatte dich aber in meiner Liste, oder? Letztes Mal hatte ich so das Gefühl, weil mein Freundesgruppen-Add-on hier auch rumgesponnen hat, ne, dass ich irgendwie gar keinen mehr finde hier. In meinem Add-on ist es ganz, ganz seltsam. Ah, mit Ebenhorn war das der Fall. Genau. Ich habe Tank angefangen mit Mönch, jetzt und ein paar BFA-Dungeons gerannt, bin dann immer ganz gut mit dem Ochsen am Agroziehen gewesen, aber oft kein Plan, wo lang. Ja, und das ist dann genau so ein Beispiel, was eben mit reinschneidet in meinen Bericht, gerade von wegen Erfahrungen, liebe Leute. Erfahrungen, Erfahrungen. Harry, 29 Monate, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Heiler in WoW ist meiner Meinung nach in Ordnung, aber beim Tanken ist es mir auch zu viel. Ja, das wird jeder eben anders sehen. Es gibt bestimmt auch Tanks und Heiler, die sagen, ja, also als DD ist mir das zu viel, ne, mit diesen Mechanikenspielen und dann genug Schaden machen und unterbrechen und so, wie es so ist. Ebenhorn, Eguin. Okay. Äh, Slash, Inf, Ebenhorn, minus, Eguin. Zack. Jawollo, das hat funktioniert. Einwand frei, Freunde, dann kennt ihr das Spiel. Ich checke nur nochmal die ID gerade, aber das sieht soweit sehr, sehr gut aus bei den Chars. Jawollo, dann geht das Grüppchen auf, ganz entspannt wieder, Freunde, ganz in Ruhe, Porten. Es sind, wie gesagt, jetzt Skip Runs, vor allem für das Mount. Ja, und da bitte vor allem schauen, dass wir keine Bosse pullen, wenn noch nicht alle da sind. Manchmal hilft auch einfach, die Leute fragen, ja, klar, man würde sich wundern, wie viele dann doch, ne, mit den neuen Spielern auch, ich sag mal, unterstützend am Start sind und so. Sind ja nicht alles Arschlöcher, ja, auch wenn es gerne so irgendwie dargestellt wird. Ist ja nicht bei allen so. Domrad, 15 Monate, Dankeschön. Okay, wieder, organisiert, benutzerdefiniert, L-O-H-L, serverübergreifend für die Horde Gruppe Lul. Fühlt euch frei denn? Dachte ich mir auch, mit dem Tank, aber ich will im Endeffekt alles beherrschen, um die Gilde zu supporten. Ja, das ist da ein sehr nobles Ziel, auf jeden Fall. Das ist ja nahezu motivierend, wenn du sagst, ich will das an sich schon und dann auch noch für die Gilde zum Repräsentieren und supporten und so. Das ist ja eine sehr, sehr noble Sache. Und das kann natürlich auch dazu beitragen, dann länger und besser und härter am Beiz zu bleiben. Absolut. Herr Rönix, Hallöchen, Grüße, so, wir laden hier noch fleißig ein. Da sieht es sehr gut aus, werde ich auch schon geportet, Leute, ist ja hier heute mit Service in der Nachtfestung. Ich glaube es ja nicht, habe ich jetzt eins zu viel? Leute, ich habe wieder eins zu viel. Zum Glück nicht, das sieht sehr gut aus und dann sind wir ja auch voll. Wunderbar, Dankeschön für den Port. Unsere liebe Port-Crew ist am Start für uns und dann starten wir in den ersten Run von vieren, haben wir gesagt. Vier Skip-Runs, Horden-Seite, einer Alli-Seite. Sehr schön. Kommt meist besser an, vorher zu sagen, du warst hier noch nicht als mittendrin. Ja, und ich denke auch, dass sie wenigstens nach wie vor ein Problem damit haben. Ja, und selbst wenn du in einer Gruppe bist und schreibst dann, hey, ich bin neu, ja, nicht wundern, wenn es hier und da ein bisschen länger dauert und einer macht einen blöden Smiley und die anderen halten die Fresse, ja, dann darf man nicht vergessen, dass die, die die Fresse halten, höchstwahrscheinlich einfach total fein damit sind, ja, und der eine dann halt, ja, ein bisschen aus der Reihe tanzt und soll er halt, äh, genervt sein. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt, nicht ärgern lassen. Ihr muss noch auf müde stellen, liebe Leute. Hoffe, ihr seid noch nicht drin und dann gehen wir rein. Aus meiner Sicht gibt es immer Bosse, wo einer der vier Bereiche einfacher, schwerer ist, daher kann man das nicht sagen, dass das schwerer ist oder das, genau, es ist generell eine individuelle Sache, ja, und davon abgesehen, je nach Boss, ja, wenn ich mich da an meine Tank, äh, Positionen und Co. erinnere, da muss man auch mal mehr, mal weniger aufpassen, wenn ich an diesen, wie hieß der denn, Orsogosa oder so hier im, im, wo war denn das, ewigen Palast, ne, hier, Orgozor erinnere an dieses Kackvieh als Tank, der hat ja auch so Debuff-Stacks gegeben, ne, und wenn du zu viele davon, äh, davon bekommen hast, warst du One-Hit, warst du einfach tot, Herzstillstand, war irgendein Gift, ja, Gorgonzola, genau, und das war auch so ein Boss, da musstest du wach sein, du musstest nebenbei, dann natürlich noch abspotten, Ads ziehen, irgendwelche Flächen soaken, ja, und das war so ein Fight, auf den hatte ich einfach gar keinen Bock mehr, weil da musste ich mich richtig konzentrieren, auch als Tank, ja, musst du sonst auch, und kannst ja dann, auch wenn du mal eine Hand frei hast, die Gruppe hier und da noch supporten, da ein Schmuckstück, oder da noch irgendwie, was weiß ich nicht, ein antimagisches Feld haben wir ja jetzt wieder, und so weiter, ja, nur weil du gerade nicht zu 100% gefordert bist, kannst du ja trotzdem 100% geben für das Team, und dennoch gibt es halt Bosse, die dich komplett einspannen, und dann scheidet diese Option mit dem Team aus, weil du musst gucken, dass du selber irgendwie klarkommst, ne, und so ist das, wie Harry das gerade richtig gesagt hat, auch von Boss zu Boss, nochmal unterschiedlich, und gerade, wenn wir dann auch noch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade mit reinwerfen, dann wird halt jeder, von sich aus, schon eine eigene Meinung haben, und die kann dann auch noch beeinflusst werden, durch diesen Content, den er eben macht, ne, krass, wieder Whisky und Tee verwechselt, und ach nein, es ist schon wieder passiert, ne, Mann, ey, da komme ich aber auch nicht mehr klar, sehr belassend, was hilft dir sonst noch so länger, härter und besser zu werden, dein Erscheinen, Gnolde, immer wieder aufs Neue, Kussi geht raus, Alex P, Hallöchen, MS, Grüße, Grüße, und dann haben wir hier schon mal schön aufgeräumt, sehr gut, wir haben auch wieder einen Hexter dabei, oder, wollte ich sagen, Gnolde und Elokin sind dabei, wunderbar, dann können wir hier auch nochmal porten, und dann gleich eskalieren, Howie, Herr Immermüde, hi, 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 ja, ansonsten, Freunde, es wird Zeit fürs Pre-Event, ich bin gespannt, wie viele Leute dann auch wieder die Livestream-Chats dieser Welt stürmen werden, und fragen, wie sie jetzt nach Shadowlands kommen, ob denn das, oh Gott, es wird passieren, es wird passieren, denn es gab ja offizielle Posts von Blizzard, zur Verschiebung von Shadowlands, zum neuen Datum, für den Pre-Patch, zum neuen Release, haben Leute nicht mitbekommen, stand im fucking Launcher, über der Spielen-Schaltfläche, die man drücken muss, um das Spiel zu starten, kommen Leute und fragen, wann Shadowlands live geht, ja, und, es wird auch so sein, dass sie a, also dieselben Leute, dass sie denken, dass der Pre-Patch, oder das Pre-Event, besser gesagt, gleichzusetzen ist mit dem Add-On-Release, und es wird Leute geben, die sich wieder im Vorfeld nicht ausreichend informiert haben und dann sowas schreiben wie, hä, war's das jetzt schon mit der Quest-Reihe? War's das jetzt schon mit den Boss-Belohnungen? Und dann sage ich, ja, und jetzt halt dein Maul, Hans-Johannes. So sieht's nämlich aus. Oh, ich hab keinen Bock auf die. Leute, ich hab keinen Bock, aber sie werden kommen. Sie werden wieder kommen und werden sich im Recht sehen, wenn sie sowas sagen wie, ja, aber das hätte ja eigentlich mehr sein müssen. Nein, muss es nicht. Oh, du hättest es alles lesen können. Ach, die Hainis wieder, ne? Kriege ich Blutdruck, Freude? Kriege ich Puls, wenn ich an sie denke? Dabei sind sie nicht mal da. Die sammeln sich gerade noch wie so Wasser in so einem Staudamm, weißt du? Und dann kommt hier, wie bei Isengard, kommt Baumbart an mit den Ends. Befreit den Fluss, zerstört den Damm und dann kommen sie rausgeflossen, weißt du? Echt, die Fischen ist scheiße, scheiß Blizzard, noch kein Release. Oh, nee, komm. Geh da nach Hause, weißt du? Geh da nach Hause. Es gibt immer minderbemittelte Leute. Ja, leider, aber warum alle in meinem Shattern, Harry? Nein, so eigennützig wollen wir ja nicht sein, die sind überall. Die sind überall im Discord-Server. Sie kommen, ja, sie kommen, oh nee, beim fünften Licht des zehnten Tages, weißt du, Blick nach Osten und dann kommen sie. Da kommen nicht die Rohirrim, dann kommt Sören Pascal, weißt du, mit der Egwin-Kiddy-Armee und schreit irgendwelche PvP-Ratings. Nee, da würde ich als Uruk-Kai auch wegrennen, weißt du. Muss nicht sein. Ach, Mann. Quell der Nacht, ja, das war Elisande. Wir sind ready für Gul'dan. Gibt es heute Abend noch mal Bless? Nee, tatsächlich nicht. Geht ja nur noch bis morgen. Wir wollten ja ursprünglich den Stream nicht gestern, sondern heute machen, aber dann ist uns aufgefallen, dass wir noch, dass wir noch, dass wir noch Kies haben zum Raushauen und deswegen haben wir den vorgezogen, damit die Leute, die die Kies gewinnen, dann auch ein paar Tage und nicht nur ein paar Stunden zum Spielen haben. Und deswegen bis heute Abend keiner. Noch mal. Gestern waren sie gesammelt in Leipzig, uff. Ey, es wäre halt so unglaublich witzig und traurig und blamabel, wenn echt irgendeine Studie mal so eine Schnittmenge feststellt. Das wäre so krank. Ach, Mann. Ich meine, es wäre auf der einen Seite schon sehr witzig und für weiteres Vorgehen auch sehr einfach, wenn das wirklich immer bei allem dieselben Leute sind. Aber ich glaube, leider ist es nicht so einfach. Scheiße, Mann. Manchmal ist es einfach schwer, da müssen wir wieder nachdenken und differenzieren. Och, der Stress. Nessi, Hallöchen. Vielleicht sind sie unter uns, oh Gott. Vielleicht sind sie schon da und hören zu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die Angst. Sie kommen, sie kommen, und trommeln in der Tiefe. Sie haben einen Höhlentroll und dann kommt er rein. Weißt du, was für Addons habt ihr? Scheiße. Nee, Herr der Ringe, ohne Witz. Ohne Witz. Ich sehe mich da auch, wenn diese ganzen, die ja zu Recht da sind, so diese Urheberregelungen und so, wenn die nicht da wären, ne? Und wenn das nicht so krass verschärft worden wäre und so weiter und dieses Fair Use Prinzip weiter ausgebaut worden wäre, dann wäre ich, glaube ich, auch so ein Typ, geworden, so Cold Mirror mäßig, der so Parodien macht, ne, zu filmen und dann hätte ich keine Mental-Manfred-Videos gemacht, wo ich solche Themen verarsche, sondern hätte dann irgendwelche ikonischen Filmszenen genommen. Ich hatte das tatsächlich zur, zur Beta von WOD hatte ich so ein Video, was dann seltsamerweise sehr schnell gestrikt wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwo habe. Mount Drop jetzt, Leute, let's go. Let's go. Nicht? Schade. Schade. Sad Life. Dankeschön, trotzdem fürs Mitkommen. und natürlich Dankeschön fürs Sponsor, der Nice in ID, einwandfreie Sache und ja, dann machen wir gleich die nächste Runde, würde ich sagen. Und da hatte ich von den Avengers, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, Age of Ultron, kann das sein, von den Avengers so Szenen genommen, wo ich die neuen Klassenfähigkeiten vorgestellt hatte. Und da war es ja beim Jäger so, dass er unterschiedliche Munitionen zur Auswahl hatte. Ne, so Brandmunition und Giftmunition und solche Sachen. Und da habe ich die Szene genommen, wo Hawkeye, der Bogenschütze, ne, aus dem Gebäude steht und Loki kommt gerade vorbeigeflogen. Und da war es zu dem Moment so, dass die Brandmunition super schwach war. Ja, dass alle die Brandmunition so ein bisschen gehatet haben. Aber der Explosivschuss, der war so krass skaliert, gerade in der Beta, konntest du gefühlt Dungeon alleine machen. Mal ganz übertrieben jetzt dargestellt, dass ihr das Setting im Kopf habt, ne. Und dann hat Hawkeye so wirklich seine Pfeile durchgeschalten. Und da habe ich dann diese Icons, einfach voll billig gemacht, die Icons eingeblendet von der Munition, die der Hunter durchschalten konnte. Und habe dann den Brandpfeil genommen. Und den hat er dann auf Loki quasi geschossen. Und Loki hat den Pfeil einfach gefangen, ne, weil Brandmunition, I don't give a damn. Aber an dem Pfeil war eine Granate dran. Und dann habe ich so das Icon umgeschalten und genatzt drunter geschrieben, weil war keine Brandmunition, war eigentlich Explosivschuss. Und dann ist er halt hochgegangen und Loki ist abgestürzt. Mit solchen Szenen habe ich da gearbeitet. Hat auch mega Spaß gemacht, aber kannst du halt nicht bringen, ne. Kann ich einfach fucking WoW-Avengers-Videos machen, was geht. Aber in dem Moment war es ganz cool und hat Spaß gemacht. Äh, wer hat denn garantiert, noch keine ID, mein Vulbra bestimmt. Welches Set ist das? Das ist das, äh, T20, ne, oder? Doch, T20, mythisch, aus dem Grabmal vom Shorken. Grabmal des Sageras, mythisch dürfte das gewesen sein. Und diese Sets sind ja die weitergedachten T6-Sets. Ne, wir können ja hier auch mal kurz gucken. Ja, gut, Todesritter, schlechtes Beispiel, aber generell im Grabmal, ähm, gibt es ja so gesehen, bei den Normal- und LFR-Varianten, einfach HD-Varianten vom T6 aus BC, was ja nur super ikonische Sets sind, ne. Und die mythisch Sets sind ja dann nochmal so ein bisschen extra aufgepimpt, ne. Und das war das gerade. Hab mich heute nochmal kurz alt gefühlt, bin beim YouTube-Schauen mal wieder auf das Video von Bam Lee gestoßen. Oh Mann, kennen vielleicht einige mit dem, dann hab ich ihm eine reingehauen. Bam eben, ja, kenn ich tatsächlich auch noch. Bam Lee, oh mein Gott, das waren so die ersten Sachen, die man dann auch auf dem Handy hatte, ne. Ah, crazy. Manpad, hallöchen, scha, warte was, äh, scha, 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 ich grad heim und mal essen, da kann ich nicht zocken. Ja, das ist natürlich schade, aber Essen ist ja erstmal auch eine gute Sache. Möchte ich malen. Hab ich Maverick jetzt in der Liste eigentlich? Ich war so verwirrt, da ist er. Ja, wollte ich sagen, dann können wir ihn hier jetzt einladen. Ich war vorhin ja schon verwirrt, dann war ich nochmal verwirrt und jetzt nochmal, aber jetzt hab ich die Verwirrung einfach beseitigt, Leute. Eiskalt, wie ich bin. Organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe, L-O-H-L, Gruppe Loll, einmal mit Skip, letzten beiden Bossel. Nachtfestung, geil, Dalen, hallöchen, das stelle ich mir witzig vor. Ja, das war auch echt witzig, aber, ja, die Urheberrechtsverstöße, die waren da nicht so witzig. Das war das Problem daran, und ist ja auch richtig unwichtig, die Sache. Aber wenn das eben nicht so verschärft wäre, diese ganze Rechtslage, dann wäre ich auch irgendein Harry Potter, Herr der Ringe, Synchro, Lord of the Reed Typ geworden, mit Sicherheit. Okay, Freunde, nächste Gruppe, wir gucken mal, ob uns das Lootglück etwas holder ist, und selbst wenn nicht, es muss ja nicht nur um das Mount gehen, es gibt ja auch so geile Teile, ich glaube, ein sehr fetter Plattengürtel, kann bei Elisande droppen, bei Gul'dan, einige, einige Schultern und so ein Kram, glaube ich, ne, also auch jenseits von den, ich sag mal, begehrten Standardsachen, gibt es ja einiges zu erbeuten hier, im nächsten Run. Port auch schon wieder, Mensch, ihr seid aber auch fix unterwegs, ne, Dankeschön. und wir haben auch wieder Hexter dabei, das ist super, dann können wir drinnen porten, nutzen dann wieder rechts den Weg zu dem Port Pinöppel, ja, statt links zum Boss, dann geht es zur Nachtspitze, wenn ich mich nicht irre, und dann sammeln wir uns da und rasten aus, geil, T6, ja, haha, Sex mit T, Lul, Biuki, Hallöchen, Grüße, da meinte einer, ich hätte voll abgeschmatzt, was los mit denen, oder? Ich raste aus, schwarzer Kaffee, oh Gott, schwarzer Kaffee, frisch und heiß muss er sein, hey, es gab so viele geile Parodien, und es ist alles so scheiße alt, aber die Leute, die damals im Internet am Start waren, die haben das einfach so auf die Innenseite ihrer Haut tätowiert, ja, und wenn sie mal was vergessen, dann können sie da einfach nachschauen, das ist so krank, das ist so ein, das ist so ein Erkennungsmerkmal, ja, wenn du irgendwo, also habe ich ja auch immer gesagt, wenn ich irgendwo reinkam, und gerade zu der Studentenzeit waren wir ja gefühlt auch jeden Abend in einer anderen WG, du kamst rein und die Leute sind, ich sag mal, angesprungen, ja, angesprungen auf Monty Python Zitate, auf Lord of the Weed Zitate, auf Harry Potter Cold Mirror Synchros, oder Lamas mit Hüten, oder was zum Fick, egal, ja, all diese Sachen, holy fuck, dann wusstest du schon mal, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein, ne, und dann ging das da auch, zur Sache, nennen sie es, hallöchen, ich hatte damals in BC ein Bam Addon auf dem Schorken, bei jedem Crit kam der Bam Sound, follow Combo Punkte, und dann Vollgas, das war mega lustig, ja, gerade so diese Comic Sounds und so, ne, das war dann der, der Real Shit bei den krittenden DDs, mit irgendwelchen Einblendungen noch, mit Kaboom und Co, das Bam Addon, ja, man kennt es auf jeden Fall, auf was für einen Monitor zockst du, auf irgendeinem Standard Ding, da ist überhaupt nichts Besonderes bei, muss ich sagen, ähm, den hab ich irgendwann mal sehr günstig in der Amazon Sale Woche geschossen, und was ist, was ist so der gängige Monitor Standard, ihr wisst, technisch hab ich auch gar keinen Plan, also, der ist ganz normal, der ist auch schon mehrere Jahre alt, und, äh, nicht sonderlich breit, oder so, wie es so ist, und wir reden immer noch über meinen Monitor, ihr Schlingel, Sinnlos im Weltraum, Beste, die Jungs wohnen bei mir in der Nähe, oh, Prominenz, oder, Prominenz um die Ecke, sehr, sehr, schöne Sache, Todesgriff beim DK, get over here, ja, von Mortal Kombat, einwandfrei, sehr cool, ich hab echt keine Daten mehr im Kopf, aber es ist irgendein relativ billiges Standard Ding einfach gewesen, also, bei Bildschirm, jetzt, wenn ich, sag mal, irgendwann einen Dritten holen würde, oder die mal aktualisiere, würde ich drauf achten, aber ansonsten, sind das echt so Standard Dinger, die du dann auch, keine Ahnung, in der Grabbelkiste bei Mediamarkt findest, oder so, da hab ich leider keine, keine super coolen Details, oder Infos für euch, morgen kommt mein neuer Schreibtisch, dann ist endlich Ende mit Kabelsalat, und so, dann muss ich nur endlich mal einen zweiten guten Monitor anschaffen, und den alten 4 zu 3 TFT, der noch mein zweiter Monitor ist, in Rente schicken, ja, die gute Röhre, ne, Lul, wenn er so alt ist, dann wird's eventuell ein bisschen problematisch, aber, an sich, Gnolle, ne, neuer Schreibtisch, neues Glück, sagt man ja so schön, einwandfrei, es gibt sogar eine Doku über die Jungs, kommen aus Rennerod, okay, das ist ja krass, ne, die haben's einfach geschafft, sehr, sehr cool, hast du dein WoW optisch per Nvidia angepasst, nö, ich glaube nicht tatsächlich, vielmehr ist es der Fall, dass seit dem Pre-Patch irgendwie, ich weiß nicht wie das bei euch ist Freunde, einiges sehr rumspinnt, zum einen komme ich, selbst wenn ich alles mit Schwellwerten und Co. aus habe, nicht mehr über 60 FPS, was vom Pre-Patch anders war, und ich kann trotz meiner, trotz meiner nicen Grafikkarte, kann ich Raytracing hier nicht anmachen, wo ist es denn hier, da steht wird aus Grafikgründen nicht unterstützt, ja, keine Ahnung, was da los ist, alles aktualisiert, alles geupdatet, im Forum schon geschaut, mit den, mit den Jungs und Mädels, die haben immer gequatscht, wie das bei denen aussieht, die meinten auch, ja, äh, du, keine Ahnung, geht bei mir auch nicht, neu installiert, hin und her, und im Forum sind auch viele Berichte, dass seit dem Pre-Patch irgendwie einiges nicht so läuft, bei FPS und neuen Grafikoptionen, deswegen, äh, ja, läuft da gefühlt gar nichts aktuell. V-Sync könnte man noch probieren, können wir auch mal gerne gucken, ja, seht ihr, wenn ihr noch einen Tipp habt, dann können wir gleich mal schauen, aber, eigentlich bilde ich mir ein, alles kreuz und quer durchgeklöppelt, gucken wir gleich mal, ähm, da-dam, da-dam, System, Grafik, wo haben wir das denn, ist das hier mit bei, oder ist es hier mit bei, äh, ne, das sind hier oben, ist aktiviert, und ihr habt gesagt, V-Sync, warte, ausschalten, das begrenzt sie, ach, gucke, aha, das machen wir gleich mal nach dem Run in Ruhe, vielleicht geht dann auch das mit den Raytracing-Dingern, uh, du musst Windows-Update machen, hab ich auch schon, hab ich auch schon, Raytracing hab ich ausgeschalten, bringt aktuell kaum etwas, ja, irgendwie, äh, haben wir es uns in der Beta und so ja auch angesehen, da ging es lustigerweise, und, ja, hier, Kategorie geht's so, ne, aber ich will wenigstens die Option haben, weißt du, ich kann ruhiger schlafen, wenn ich wenigstens die Option habe, ich hab auch seit dem Pre-Patch extreme FPS-Drops, und das mit einer 2070 super, ja, es ist, also diese Probleme, die gibt es auf jeden Fall, ähm, auch wenn ihr ins Forum schaut, auch im Englischen und so, da sind wirklich ein Haufen Leute, die da nicht mehr ganz so klarkommen, und wie gesagt, schon viel probiert haben mit Updates und Co., wir probieren das gleich mal noch mit dem, Pausing, und vielleicht haben wir dann einen weiteren Lösungsansatz, und, ja, ansonsten müssen wir einfach drauf hoffen, dass die Behebung dieses Problems gerade keine Priorität bei ihnen hat, und dann mit Shadowlands das Ganze mehr oder weniger automatisch gefixt wird, ne, schauen wir mal, schauen wir mal, da fehlte das Windows 2004 Blablabla Update, ich hab das auch letztens nicht glauben wollen, aber das Update musste man manuell anschubsen, echt, okay, ja gut, das sind dann so die Sachen, die ich natürlich als Technik-Guffel auch überhaupt nicht auf dem Schirm habe, ne, sehr interessant, V-Sync immer aus, sehr wichtig, aha, Grafiktreiber, alles aktuell, ja, so Updates hab ich überall geladen, braucht kein Mensch, ja, aber ich will trotzdem die Option haben, ich will auch keine geile Grafikkarte eingebaut haben, und dann kann ich das theoretisch nicht mal anmachen, aus Gründen, ich will wenigstens können, weißt du, lieber erstmal haben, als brauchen, wie es so ist, das hilft ja wirklich, eben teilweise 29 FPS, jetzt 71, nein, als ob wir jetzt mit dem Random-Gespräch kurz mal ganz vielen geholfen haben, das begrenzt seine FPS auf 60 oder 240, je nach Monitor, guck, interessant, interessant, und das Windows-Update musste man manuell runterladen, ist seltsam auf jeden Fall, wir gucken gleich mal in Ruhe, jetzt erstmal Mountrop, Leute, ich bin gespannt, ob Illidan heute im Gönierungsmodus ist, oder ob er sagt, ihr miesen Stinker, ihr kriegt hier gar nichts, ich krieg auf jeden Fall gar nichts, da haben wir schon mal ein Spielzeug, das ist nice, geht set an unseren DH, da kann er Illidan cosplayen, aber kein Reitier, Dankeschön trotzdem für den schönen Run, hoffe ihr habt so ein bisschen was bekommen, Hotshocks, Dankeschön für dein Abo, vielen, vielen Dank, fragt doch einfach, ihr rennen genug rum, die sowas wissen, wir haben gerade über dieses Technik-FPS-Gelöt und so gesprochen, da war Shia auch dabei, und die Leute haben gerade gesagt, Fausing ist das Problem, und das wollen wir jetzt mal gerade testen, weil ich seit Pre-Patch ja nicht mehr über 60 komme, und ich werde es jetzt mal deaktivieren, drücke übernehmen, okay, oh mein Gott, es ist instant auf 90 hoch, es ist instant auf 90 hoch, Leute, ich verbeuge mich vor eurem Technik-Wissen, oh mein Gott, oh mein Gott, okay, okay, das ist, das ist ein wichtiger Hinweis da, fuck, okay, bei mir auch, ja, Props, Dankeschön, krass, ich denke so, ja, habe ich so mit gefühlt zehn Leuten durchgesprochen, alle so, keine Ahnung, habe ich auch, einmal im Stream angesprochen, alle so, ja, Bruder, muss nur Fausing ausmachen, weiß man doch, Penner, und läuft, ja krass, Dankeschön für diesen Hinweis, und hier bei dem Raytracing gelöt, allerdings, oder geht das jetzt auch, warte mal, nee, das hängt dann mit diesem Update zusammen, sagt ihr, ne, irgendein manuell zu laden ist, pass auf, das schreibe ich mir nur gleich mal auf, nur mal so als Notiz, weil kann ja eine interessante Sache sein, jetzt finde ich keinen Stift hier, ah, da ist er, man, ich habe so einen Stift auf dem Schreibtisch, ne, und wenn der mal irgendwo runterrutscht, Freunde, Feierabend, komplette Katastrophe, am besten hat die Katze den irgendwie zum Spielen mitgenommen, ne, wie es so ist, habt ihr einen Link zum Update als PM geschickt, ja, Dankeschön, danke, danke, solange du kein Bild zerreißen hast, und EDC, würde ich V-Sync auch immer auslassen, okay, ja, good to know, werde ich mal im Hinterkopf behalten mit der Geschichte, sehr cool, sehr cool, V-Sync war früher dafür gedacht, dass der Bildschirm und die Graka FPS gesynct werden, damit es nicht flimmert, bei neueren Monitoren ist das nicht nötig, ah, okay, okay, das ist natürlich höchst interessant, alles klar, ähm, ich schreibe mir eben nur Update auf, ja, und dann Dankeschön nochmal, für diesen spontanen Technik-Talk, das ist ja höchst interessant, okay, dann können wir an der Stelle weitermachen, verändere mal die maximalen Vordergrund-FPS, ähm, ja gut, ich kann das einfach ausmachen, oder, dass sie beschränkt sind, wenn ich jetzt sage, also, ich muss jetzt auch nicht unbedingt über 100 haben, aber wenn ich das ausmache, jo, dann geht das natürlich auch noch ein bisschen höher, ne, dann geht es auch über die 100, okay, krass, sehr, sehr krass, ja, Freunde, jetzt müssen wir natürlich drüber reden, wie ist das eigentlich mit dem menschlichen Auge und den Konsolen, nein, 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 wir wollen darüber ganz und gar nicht reden an der Stelle, gut, wir wollen jetzt nämlich umloggen und den nächsten Skip-Run machen, ich möchte, äh, doch mal ganz doll, ganz doll, ganz doll, bei dir bedanken, dass man auch als Ereda-Neuling deiner Froscharmee beitreten darf, ne, klar, ich bin wegen dir auf Ereda gewechselt, und freue mich, riesig aufgenommen worden zu sein, auf das ich noch viel von und mit euch lernen kann, jawohl, Prost, würde ich sagen, willkommen in der Gilde, Du hast ja eine Nvidia-Grafikkarte, was viele immer übersehen, ist die Tatsache, dass man den Monitor erst umstellen muss, falls dieser mehr als 60 FPS hergibt, das geht wie folgt, Rechtsklick auf dem Desktop, Nvidia-Systemsteuerung, Auflösung ändern, und dort dann Aktualisierungsrate ändern, wie gesagt, geht nur, wenn dein Monitor mehr als 60 FPS hergibt, auch sehr interessant, wusste ich original alles nicht, Freunde, Dankeschön für eure schönen Erklärungen, Dankeschön auch an alle, die viel geschrieben haben, und ich es eventuell nicht vorgelesen habe, ich habe versucht, alles zu überfliegen, und jetzt hier kurz zusammenzupressen, krass, 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 jetzt verbrauchst du aber unnötig Strom, wenn dein Monitor nicht mehr wie 60 Hertz, bringt das nichts, muss ich mir nachher mal in Ruhe angucken, werde ich mal gucken, wie das bei meinen aussieht, und dann nochmal ein bisschen feintunen, wir wollten ja jetzt nur mal gucken, wie das, wie das, wie das, ich sag mal, funktioniert hier, oder auch nicht mit den eventuellen Einschränkungen, coole Sache, okay, nächster Run, mit der Nachtfestung, Freunde, wir haben noch zwei Skips, wenn ich mich nicht irre, ihr müsst nur mal gucken, wo Maverett denn hin ist, da unten ist er, auf den Krieger, und dann geht das auch schon wieder weiter, habe letztens bei einem Kollegen auf der PS4 gezockt, habe nach drei Minuten wieder ausgemacht, weil 30 echt nicht mehr gehen, belastend, das sind ja auch immer so die großen, die großen Twitter-Kriege, das stimmt, Daniras hat ja den Skip, oh nein, ich habe euch einfach fusioniert, ich hatte nur noch im Kopf, dass wir mehrere haben, wo ist denn Daniras hin, ich glaube, Daniras habe ich bei der Raid-Gruppe, jawohl, da ist er, sehr schön, Daniras habe ich dich einfach zu Maverett gemacht, und Maverett zu Daniras, damit müsst ihr jetzt leben, Ah ja, Hallöchen, Hallöchen, warte, kam jetzt der Invert durch? Ah ja, man muss nochmal, nochmal richtig hier, mit Gefühl, alles klar, dann, Freunde, organisiert, benutzerdefiniert, Horden-Seite-Server-Übergreifend, ihr kennt das Spielchen, Gruppe LOL gleich einmal offen, und dann geht es zum nächsten Nachtfestungs-Run, sehr, sehr schön, toll, jetzt überall diese zwei von zehn IDs hier, einfach nur reingeskippt, Fresh, L-O-H-L, dann schon mal vielen Dank an Maverett, fürs Stellen dieser schönen Runs, finde ich super, De Latsche, Hallöchen, Grüße, Grüße, so, machen wir mal auf, und dann gucken wir mal, ich bin die Woche steil gegangen, und habe mir einen 4K-Monitor gekauft, ich war all die Jahre blind, so viel geiler ist das Bild, man will das auch immer gar nicht glauben, wie krass das dann ist, doch neue Technik zu haben, ob das jetzt ein neuer Rechner ist, so, und man dann auch in WoW, was ja jetzt nicht die größte Grafikgranate ist, mal aufdreht, und kurze Ladezeiten und so, oder neuer Bildschirm, oder auch mal so ne neue Tastatur fürs Gefühl, wenn man nur so Standard-Windows-Guffeltastaturen hatte, oder so, weiß ich auch noch, meine erste Gaming-Maus, erste Gaming-Tastatur und so, ja, ein richtig geiles Headset, was nicht für 20 Euro im Baumarkt hing, oder so, ja, das sind schon geile Sachen, und dann denkt man immer, ja, brauch ich eh nicht, eh kein Unterschied, und dann hast du's doch, ja, hast dich so langsam in deinen Träumen von deinem Unterbewusstsein überreden lassen, und dann weiß, jo, war geil, war geil, drück mal Alt-F3 bitte, das wird höchstwahrscheinlich nichts bringen, oder ist das ne WoW-Einstellung, weil ich nehm ja im Stream auch nur das Spiel auf, ne, und nicht irgendwelche anderen Sachen, die dann eventuell aufploppen, so, da ist die Gruppe voll, das ist super, wie immer bitte dran denken, nur zu pullen, wenn alle da sind, wir haben Hexer, darum im Vorfeld bitte porten, das passiert hier schon, herrliche Sache, herrliche Sache, bei WoW ist das eh egal, alles über 60 FPS, macht bei der Engine für uns derzeit eh keinen sichtbaren Unterschied, weil bei WoW die Hauptarbeit die CPU hat, und nicht die GPU, ne, das ist dann diese FPS-Geschichte und Wahrnehmung und Co. wieder, auch interessante Sache, dann Juma, 17 Monate, Dankeschön, Dankeschön, es gibt eine Doku über den Unreal Tournament Jungen, der im Grunde der erste YouTuber war, der sich selber nicht so ernst genommen hat, der echte Gangster, ne, und hat einfach nur lustige Videos machen wollen, wurde aber von RTL und Co. als Sündenbock für die Internetgewalt genommen, ist dadurch total abgestürzt, echt, ach du Scheiße, danke RTL, so krass habe ich das dann gar nicht verfolgt, ne, aber den Ausraster, starte das Spiel, du Hurensohn, und der echte Gangster, ja, der einfach real ist, und Straße, weil er mal ein Brötchen geklaut hat, oder so diese Geschichten, ja, kennt man, kennt man aber, dass es da so Doku-Gelöt gibt, oder irgendwelche Berichte und Co., das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, da ist das Abendprogramm ja gesichert, 3.080 und der Monitor waren 1.700 Euro, was man so in der Sofa-Ritze findet, man muss sich auch mal gönnen, ja, man muss sich auch mal gönnen, auf jeden Fall, ach man, okay, wir gehen wieder rechts rum, sobald die Tür offen ist, um uns nach oben zu porten, und dort warten wir dann auf alle Gruppenmitglieder, um dann herrlich zu eskalieren, geil, dabei wollte er doch nur Unreal Tournament spielen, ne, er wollte das alles gar nicht, und plötzlich so ein Ding ganz belasten, wie findest du die neuen Schamanen, ich mag sie nicht so, ähm, ich mochte den Verstärker auch lieber, wie er jetzt zu BFA, in der jüngsten Vergangenheit war, weil ich ein Sturmschlag fixierter Burst Boy bin, konnte mich aber mit allen Shadowlands Änderungen bisher sehr gut arrangieren, muss ich sagen, ja, und genauso wie wir dann zum Beispiel jetzt sagen, boah, ich vermisse den Sturmschlag, sagen andere, und auch nicht wenige, endlich ist der Fokus weg vom Sturmschlag, ne, dementsprechend, ist das mal wieder Kategorie, allen kann man es nicht recht machen, und wenn wir gerade ein bisschen nicht zufrieden sind, dann sind andere umso zufriedener, ne, und wir dürfen uns was anderes suchen, oder müssen uns arrangieren, insofern vermisse ich schon meine Procs, aber Schamana haben wir auch wirklich häufig in der Beta gespielt, und ging ganz gut, ja, ging ganz gut, aber der ist doch mega trainiert, wenn man so die letzten Berichte sieht, ja, mittlerweile vielleicht wieder, ne, aber dann diese Phase, so zwischendrin, hm, schwierig, habe ich aber letztens auch erst wieder so einen Mitschnitt gesehen, von den ganzen, ich sag mal, äh, Meme-Gesichtern, ja, von, ja, von fucking allen, ja, ich brauche jetzt gar nicht anfangen aufzuziehen, da wären wir gar nicht fertig, aber so die ersten, bekannten Meme, Boys and Girls, und wie sie heute aussehen, was sie heute machen, und so, und, ja, 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 auf jeden Fall, sind da jetzt nicht alle zwangsläufig drogenabhängig geworden, ja, und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen an der Stelle, Urlaub ist ja nicht dieses Jahr, sowieso nicht die Wirtschaft retten, so ist nämlich die richtige Einstellung, sehr, sehr gut, naja, hab mein PC plus Bildschirm für 400 Euro geholt, allerdings günstig gebraucht, gekauft, wollt grad sagen, da ist bestimmt ein kleiner Haken dabei, sonst eigentlich immer neu kaufen, aber bei dem Preis und der Leistung geht's klar, ja, und warum soll man nicht auch, vielleicht auch über so drei Ecken gehört, privat dann irgendwo mal ein gutes Händchen haben, ein bisschen Glück, ja, und dann ein gutes Angebot erwischen, ist sicherlich jetzt nicht der normale Fall, aber wenn du da gerade ein bisschen Glück hattest, ist doch top, jetzt erst mal Mount Drop, immerhin habe ich es wegen einem DC nicht in die Gruppe geschafft, oha, Malverid gibt hier alles, um uns das Mount zu ermöglichen, dann hoffen wir mal das Beste, Leute, dass wir hier eine schöne Hellenbessche, ja, oder auch eine Dunkelbessche, wir unterscheiden da, eine Höllenbessche natürlich, dass wir die bekommen, schauen wir mal, Sirius, Hallöchen, weiß jemand, ob es einen Unterschied in der Droprate für das Mount im steinenden Kern gibt, zwischen Norm und HC, äh, nö, dürfte eigentlich nicht, und es ist ja auch in jederlei Hinsicht sinniger, das auf Normal zu farmen, weil du dann immer mit dem selben Char, reingehen, raus, resetten, reingehen, raus, resetten, und aufgrund dieser Frequenz, in der du das Spammen kannst, ist die Droprate ja so oder so dann begünstigt, im Gegensatz zu einmal pro Tag Heroic Reihen, ne, wie es so ist, Mr. Lucifer, Dankeschön für dein Abo, vielen, vielen Dank, das ist schön, keine drei Stunden Ladescreens mehr, das ist das Geilste, oder, in Dalaran ankommen und nicht erstmal, halbe Stunde warten müssen, bis man den Charakter sieht, das ist schon, ne Offenbarung, auf jeden Fall, okay, wir haben, übrigens, schöne Schultern hier gezogen, und mit wir, meine ich mich, liebe Stoffis, wenn die jemand braucht, ziemlich geile Teile, dann könnt ihr die gern bei mir abholen, einfach anhandeln, boah, die sind schon lecker, oder, schön mit der Leere, und dann könnt ihr die, als T-Mock speichern, nice, okay, dann mal etwas flexen, mein Monitor kostet 4000 Euro, vom PC reden wir nicht, der ist fünfstellig, Bruder, Bruder, aber Melvred ist ein guter, den kann man das auf jeden Fall, von Herzen gönnen, das ist das Blöde jetzt dabei, Melvred, wir wollten gerade die Fackeln rausholen, und dann sowas, ey, das ist auch wirklich, so eine Geschichte wieder, Sven, Hallöchen, Grüße, kommt auf die Anzahl der Chars an, zwecks HC Mount Farm, ja, aber trotzdem ist das ja, ein erheblicher Mehraufwand, oder, jedes Mal umloggen, dann die ganzen Chars dahin holen, klar, wenn wir jetzt wirklich, von einer Veränderung sprechen, im Sinne von, Normal Drop Rate 0,5, HC Drop Rate 20%, oder so, dann kann man da im Detail nochmal streiten, aber, an sich ist ja mit mehreren Chars Farmen, so oder so, immer erst mal, nicht ganz unerheblicher Mehraufwand, allein was das Umloggen, und das Positioning dann angeht, ne, uff, Kobrak, Salöchen, halb ihn durchs Dorf, Leeroy hat ein DC, Leute, ist aber noch im Chat, ist Nemesis, warten wir kurz einen Moment, dann ist er bestimmt schon, wieder auf der Datenautobahn, und dabei schön einzuloggen, gerade als Gamer lohnt es sich durchaus, mehr Geld auszugeben für den PC, wenn man viel Zeit daran verbringt, als Tipp übrigens, wenn ihr einen guten Rechner braucht, Hero Systems, absolut richtig, Freunde, wer Bock hat, vor Shadowlands, vor Cyberpunk, vor Assassin's Creed und Co., noch abzugraden, wobei Assassin's Creed ein bisschen knapp werden dürfte, checkt gern meinen Sponsor aus, schaut gern bei Hero Systems vorbei, tolle passende Fertigsysteme, oder auch ein PC-Formular, wo ihr ein paar Eckdaten eingebt, und die bauen euch euer Wunschsystem, im Rahmen eures Budgets, schaut gern mal vorbei, gerade auch jetzt in der Zeit, Richtung Black Friday und Weihnachten und Co., kann man ein Auge drauf haben, weil Angebote, 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 ne, leckere Nummer, in dem Rahmen übrigens, hat mich der liebe Markus auch noch angeschrieben heute, und all diejenigen, die sich einen solchen individuellen Rechner haben, zusammenstellen lassen, liebe Leute, und die, die das im Oktober getan haben, die haben ja Cyberpunk dazu bekommen, ne, das ist eins dieser Angebote zum Beispiel gewesen, in der jüngsten Vergangenheit, und da gibt es einige, die sich diesbezüglich noch nicht gemeldet haben, das heißt, wenn ihr einen solchen Rechner gekauft habt, im Oktober, und ihr habt euch noch nicht gemeldet, wegen dem Code, dann müsst ihr das bitte noch nachholen, ansonsten würde der mit der Zeit verfallen, und das wäre schade, Hashtag Info, Hashtag Werbung, Hashtag Huhn, was geht. Dann flex ich auch mal, mein Rechner ist 8 Jahre alt, damals 800 gekostet, und packt WoW auf hohen Einstellungen, 8 von 9, sowie COD-Wazon auf Mittelhoch, in Easy 60 bis 80 FPS, das Kerrigan Nars, so aber wirklich eine schöne Höllenmaschine gebastelt, nochmal. Nice, so wünscht man sich das aber auch, oder? Luft nach oben ist immer, das wissen wir gerade bei der Technik, ne, kaufst du heute was, morgen ist schon veraltet, und dann ist das nächste, was du brauchst, wieder doppelt so teuer, und dann nicht mal mehr erhältlich, und ach komm, hör mir doch auf, und wenn das dann Bestand hat, und dann derart lange, oder? Das ist so eine herrliche Sache. Ich sag's aber wie es ist, bevor man 1000 in einen neuen Rechner investiert, während der alte noch hält, macht was für ein Rücken. Ja, das kann man auch tun, Freunde, wenn ihr sagt, ey, Spielzeug gedroppt, dann ist das nice, geht's steady, aber wenn ihr auch sagt, Mensch, wir werden alle nicht jünger, wir brauchen mal so einen richtigen Stuhl, dann lohnt es sich jetzt auch, mit Hinblick auf Angebote und Koma, bei den Gaming-Stuhlfirmen vorbeizuschauen, weil das sind echt Offenbarungen, verarschend Rücken. Ja, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, von wegen euer guter Holzsessel, oder euer guter Hocker, oder was auch immer, das reicht schon, wenn ihr in so einem Ding mal drin sitzt. Holy fuck, ihr wollt einfach nie wieder aufstehen. Ist noch was gedroppt? Nee, ne? Gamaschen, Gamaschen, kein Mount, Leute, so sad, aber einen Run haben wir auf jeden Fall noch, und da würde es bestimmt kommen. Da würde es bestimmt kommen, mit Sicherheit. Wo hole ich mir meine Prämie für die Werbung ab? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, das müssen wir im Detail noch klären. Ich habe das so verstanden, dass ich einen Code mit meinem Rechner bekomme, wenn der geliefert wird. Äh, ja, nee, glaube ich, kein Ohr. Wenn du dich dazu zählst, und du hast irgendwie eine Mail, wegen dem Austausch, dann schreib am besten nochmal hin, weil Markus hat sich heute bei mir gemeldet, und eben gesagt, sagt, yo, man hat mal einen Aufruf, ähm, dass die Leute bitte nochmal schreiben sollen, aus dem und dem Grund. Ich weiß nicht genau, ob da vielleicht auch was bei der Kommunikation schiefgelaufen ist, oder so, sind ja ein bisschen chaotischere Zeiten, aber, meldet euch, für die Sicherheit am besten einfach nochmal, ja, hebt doch die Hand, und sagt, yo, Cyberpunk bitte, und dann läuft das, denke ich. Okay, einen Char habe ich noch, ähm, ich nehme meinen Kriegertang, yeah, beste Leben. Offenbarung für den Arsch und Rücken, den merke ich mir, ja, tu das, weil es ist wirklich wichtig, ja, ich werde leider nicht bezahlt für diese Werbung, aber, es ist mir ein persönliches Anliegen, dass die Leute, die mindestens genauso geistlos zocken wie ich, dann nicht bald auch beim Chiropraktiker sitzen, und ich sage bewusst auch, weil das ist mein Platz beim Chiropraktiker, okay, macht ihr bitte was für euren Rücken. So, die letzte Runde jetzt auf Hordens Seite, mit meinem Krieger war ich nur an Toros bisher, dann können wir jetzt schön in die Festung schippern, geil, welches Add-On nutzt du für deine Action-Bars und UI, das ist überwiegend Elf-UI, außer hier mit den Porträts und so, diese Anzeige, das ist Z-Pearl, ansonsten so gut wie alles Elf-UI, geil, sohi, hallolien, machst du auch ein Ali-Run, jawollo, kommt dann nach unserem Päuschen. So, jetzt muss ich erstmal Daniras wieder suchen, da ist er schon, guck mal, muss ich gar nicht suchen, den Mann, oder? Der ist gleich ganz oben dabei, herrliche Nummer, oder können wir gleich ein weiteres schönes Grüppchen machen vorne, möchte es nochmal, hervorheben ist ein Skip-Run, das heißt, wir geiern vor allem auf das Reittier, was der Endboss droppen kann, obwohl wir eben auch Spielzeuge und Co. hatten, und schöne Rüstungsteile und so weiter, und darum bitte nur anmelden, wenn ihr diesen Skip-Run auch machen möchtet, wir hatten schon mal den Fall, wo dann einer gesagt hat, hey, ich wollte den ganzen Run machen, wo ich dachte, ja, aber wir nicht gerade, gibt es auch, organisiert, benutzerdefiniert, L-O-H-L, Kruppelol, letzter Run Horden-Seite erstmal, und dann Attacke. Aber egal, ob Gaming-Chair oder normaler Stuhl, trotzdem sollte man sich oft bewegen, glaubt mir, den ganzen Tag nur zu sitzen ist nicht gut, hab selber momentan immer wieder Probleme, und bewege mich jetzt auch immer wieder mehr, und es hilft Wunder, also tut euch was Gutes und bewegt euch öfter, ich zwinge mich auch dazu, tatsächlich, immer mal wieder, wenigstens so ein bisschen, wenigstens so 10 Minuten irgendwie, bisschen seltsame Sportübungen machen, und sich verrenken, und solche Sachen, dass man nicht komplett verkalkt, ja, in der nächsten, äh, nächsten Zeit, und das, was man jetzt investiert, das kann man dann hinten raus länger zocken, ne, ist doch auch herrlich. Das Add-On mit den IDs, das heißt Saved Instances, und zeigt euch alles übergreifend an, was ihr mit den Charakteren gemacht habt, dann könnt ihr einstellen, welche Marken ihr sehen wollt, die die haben, und so weiter und so fort, also Marken, so Bonus-Roles, und Agentum-Turnier-Marken, und Zeitverzerrte Abzeichen, und so, kann man da alles einstellen, sehr geiles Add-On, was die Übersicht bei gerade vielen Chars betrifft. Auch diese Gruppe ist voll, auch hier sind wieder Hexter dabei, das ist sehr, sehr schön, können wir drinnen porten, und dann bitte auch wieder erst pullen, wenn alle da sind, das wäre sehr, sehr schön. Freue mich schon auf nächste Woche mit Mox, schade nur, dass es noch nicht am Halloween-Stream fertig war, oha, es wurde gebastelt, sehr nice, sehr nice. Hatte gerade einen komischen DC, seit langem mal wieder unschön, ja, hatten wir heute einige, die tatsächlich ein bisschen gemeckert haben, wegen Disconnects, ähm, bleibt nicht aus, ne? Oh, da können wir uns auch schon mal, so ein bisschen anschnallen, für den, ja, Pre-Patch war ja schon, aber für das Pre-Event, und auch für den Shadowlands Release, also, wenn man jetzt mit dem Schlimmsten rechnet, ne, dann ist man hinterher, nicht ganz so enttäuscht. Kurze Frage, ist es ein Bug? Ich hatte mich beworben, jetzt steht dort eingeladen, aber ich kann nichts machen. Ich schätze, das ist ein Bug, ja, weil die Gruppe ist ja voll, ne? Und eigentlich müsste da abgelehnt stehen, wenn die Gruppe voll ist, und ich das abmelde, deswegen, äh, kann ich dir gerade, oh, Katzi wacht auf, Miau, Miau, hört man ihn? Katzos, was ist los? Jetzt sitzt er, jetzt liegt er auf meinem Kissen, und guckt mich an, ne, was ist, Miau, Miau, hehehe, schlafe weiter, ja, äh, kann ich mir gerade auch nicht erklären, ist vielleicht ein kleiner Bug, das kann durchaus gut sein, mythisch ist eingestellt, wir können rein, dachte ich, hallo, Nachtfestung, aufmachen, Drogenfahndung, Dankeschön, naja, muss nur wissen wie, dann geht das auch, schön, ohne Hund würde ich mich gar nicht mehr bewegen, ja, das ist immer so ein Argument für den Hund, dass man mal rauskommt und so, frische Luft, ich muss mich auch richtig motivieren, ja, weil dann, gerade wenn man einmal sitzt und dann bequem, und dann am besten noch essen, trinken am Start, ja, schönes Discord-Gespräch und so, mit Homeoffice und Co sind sowieso alle zu Hause, stehst du noch weniger auf, dann zu sagen, ja, jetzt mal 10 Minuten ein bisschen bewegen und Sport, na, da ist aber noch ein schönes Meme-Video und hier ist noch eine News und da ist noch ein Dungeon-Invide und Tag rum, ja, belastend, sehr, sehr belastend, Janik, Hallöchen und Gloom, vielen Dank für dein Abo, Dankeschön, Katzus vermisst die Ente, das kann sein, ja, das kann sehr, sehr gut sein, auf jeden Fall, da fällt mir gerade was ein, was wir eventuell mal ausprobieren sollten, um zu Bossen zu kommen für den Skip, muss man ja die Questin abgeschlossen haben, die Tür öffnet sich dann, sobald jemand mit vollendeter Quest in die Nähe der Tür kommt, bis zu diesem Zeitpunkt hat man ja noch keine ID, weil keine Blobs tot sind, denkst du, es würde gehen, wenn jemand mit Skip das Ding öffnet und dann aus der Gruppe geht und er dann keine ID bekommt, aber die Tür offen bleibt, boah, das ist ein interessanter Gedanke, das können wir in der Tat mal testen, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, ich könnte mir beide Szenarien sehr gut vorstellen, sowohl, dass wir diesen Fall nicht einprogrammiert haben, als auch, dass sie sehr penibel drauf geachtet haben, dass man da nicht groß rumbuggen kann, was steht heute noch an, wir machen lustige Nachtfestungsruns, tatsächlich ist nichts anderes geplant heute, wir machen Horde, gerade den fünften, sechsten oder so sogar, mit Skip, dann machen wir gleich kleines Päuschen und dann geht es auf alle Seite weiter mit Fullrun und dem ein oder anderen Skip und wenn wir dann die Schnauze voll haben sollten, dann können wir noch ein bisschen Königsruhe rödeln oder so, aber das ist erstmal nicht fester, ich sag mal Planbestandteil, geht nicht, habe ich schon versucht, ah, schade, 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 nachher ist es Abuse und zack, dann sind wir alle gebannt, ne, oh Gott, dann müssen wir alle den ganzen Tag League of Legends spielen, Leute, ne, das wollen wir natürlich nicht, aber einige haben schon geschrieben, geht leider nicht, sad, sad, sad life, Freunde, wir können nicht mal abusen, wenn wir es wollten, oder, und es ist schon wieder dunkel, ich muss jetzt wieder, Freunde, ich muss jetzt meine Taschenlampe anmachen, ich habe Crackbytes Tipp mit dem Klebeband, nämlich noch nicht befolgt, und muss jetzt auf meine Touchpad Lampe leuchten, äh, und diese anmachen, und jetzt muss ich nochmal wegrollen, und meine Vorhänge zumachen, sonst gucken die Omas von nebenbei, von nebenbei, von gegenüber, wieder gratis den Stream, ohne mit Twitch Prime zu supporten, da werde ich rasen, Freunde, ah, da werde ich rasen, so, ihr Omas, keine Streams für euch hier, weißt du, gucken die von drüben durchs Fenster, und denken, aha, ich gucke einfach so den Stream, das wäre so krank, wenn das so wäre, holy shit, wenn da echt Omas am Fenster stehen, und dann, so den Bildschirm beobachten, alter, das wäre schon, echt gruselig, holy fuck, ich hoffe, das ist nicht so, früher konntest mit dem Gruppentool, sogar deine ID, von einem Twink auf alle anderen Chars kopieren, durch Invaldfunktion, das stimmt, gutes alles ID-Sharing, hatten wir damals auch bei Jogsaron, beim Kopf von Mimiron-Farmen, auf jeden Fall sehr geholfen, und das hat ja generell nicht bei allen Raids funktioniert, ne, ich glaube, so Schlacht um Ogrima und so, hat leider noch nie geklappt, und jetzt ist es auch noch ein bisschen schwieriger geworden, seitdem sie diese Auto-In-Funktion eben rausgenommen haben, ne, belastend, 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 du kriegst es auch hin, Fenster zu schließen, zu sell out, ja, man muss wissen, wie, ne, man muss ja kreativ werden, und auch mal die Omas von gegenüber ansprechen, die wissen das doch sonst nicht, Mensch, gucken den ganzen Tag da irgendwie Amazon-Serien, und dann sowas, da wäre ja vorher, kriege ich wieder Puls, und Rücken, da sind wir wieder beim Stuhl, und dann sind wir auch ganz schnell bei Horst Schlemmer, da muss ich aufpassen, in die Richtung möchte ich eigentlich nicht erbiegen, musst du an deinen Vorhang so einen Schild, bitte 5 Euro einwerfen, dran machen, und dann müssen die aus den 5-Euro-Scheinen so Papierflieger basteln, und die dann rüberwerfen, weißt du, und die müssen dann genau treffen, kommst du morgens raus, liegen unten ganz viele Fünfer, weißt du, ey, von mir aus, da würde ich dann sogar mal ein bisschen Laub haken, und mir den ein oder anderen schlibitzen, ne, und einen schönen Döner auf Nacken von bastelnden Omis, ist das toll, ich würde denen aber auch einen mitbringen, ja, unsere Nachbar-Omis, Freunde, es sind ja nicht alles fiese Hexen, es gibt ja auch wirklich nette Rentner, ja, ihr macht jetzt große Augen, aber es ist so, wirklich, es ist so, Omas auf Sofas, oh Gott, Omas von der Müllhalde, auch diese Filme kennen wir, über, über, über einen Freund, ja, von einem Freund, der davon erzählt hat, klar, die Omis wollten die Skillung wissen, ja, wenn die merken, das klappt, ne, mit dem Fünfer, den sie einwerfen, dann schießen sie bestimmt auch so Fragen rüber, das ist die beste Klasse für Shadowlands und so, ja, solche Sachen, dann hab ein DC, Kerrigan, gucke vorhin auch jemand an der Stelle, ne, Leeroy vorhin, dann warten wir noch auf Kerrigan, liebe Leute, kleiner DC, und dann gönnen wir uns, dann gönnen wir uns, Gul'dan, die Omas wollen wissen, welcher Pack der beste ist, das wäre halt so krass, ohne Witz, das wären solche Szenarios, wo ich mir auch echt denken würde, yo, besser wird's eigentlich nicht mehr, ne, jetzt hast du WoW, auch IRL durchgespielt, das ist immer die, was heißt größte Angst oder so, wenn man beim Bäcker vielleicht reinkommt, und, man labert dann so ein bisschen, und dann wird man wegen der Stimme erkannt oder so, ne, und ich glaube, wenn dieser Moment echt kommt, und dann jemand da ist, und meine Stimme erkennt oder so, und dann nicht fragt, oder irgendwas macht, sondern, halt so ein Gag macht, ja, weil es einer von euch Eumeln ist, und dann sei, ey, zu dem Brötchen, welcher packt es denn eigentlich der Beste, dann müssen die, glaube ich, schreiend aus dem Bäcker rennen, und mich auf der Straße verbuddeln, und da lebe ich dann, in diesem Loch, und nur das befriedigende Geräusch von drüberfahrenden Autos, über meinen eigenen kleinen Straßenbunker, das kann mich dann nur noch beruhigen, ja, es gibt dann nichts anderes mehr, Geilo Gamer, Hallöchen, Grüße, die Omis wollen wissen, wann Shadowlands kommt, ah, wann ist eigentlich das Pre-Event und so, ne, oh, 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 ist das schon passiert? Ne, äh, zum einen, weil ich super selten rausgehe, vielleicht so viermal im Monat, und zum anderen, äh, weil ich Menschen generell meide, IRL, virtuell ist echt okay, macht Spaß und so, aber IRL, boah, da bin ich auch mit fast 2 Metern und 100 Kilo, so eher der Typ, der die Straßenseite wechselt, ne, einfach nur, um zu verhindern, dass der, der gerade in 100 Meter Entfernung auch die Straßenseite genommen hat, auf der ich bin, vielleicht jemand ist, der mich kennt und mich dann noch, also nicht in diesem Sinne, er kennt oder so, sondern irgendein alter Klassenkamerad oder so, der mich dann voll labert, obwohl ich gerade nur zum, keine Ahnung, Käffchen mit Oma gehe oder so, und, darum bin ich eigentlich ein, ein Schatten, ne, bin so ein Ninja und komme dann in die Bäckerei reingerollt und roll schon wieder raus und, so weiter, deswegen ist das noch nicht vorgekommen, aber ich meide auch die meisten Situationen, die sowas provozieren oder erzeugen könnten, eigentlich sehr, sehr direkt, ne, ich hatte nämlich schon immer in meiner Klasse auch so, so richtige Drahtschweiber, ich muss es so sagen, so richtige, richtige Drahtschweiber, die dann auch echt nichts zu tun hatten, nochmal ein Spielzeug, geht's, ja die, und den ganzen Tag an irgendwelchen öffentlichen Plätzen gehockt haben und wenn du da dann vorbeigerannt bist, weil du zu einem Kumpel wolltest oder zu Nachhilfe oder zum Friseur oder was auch immer, dann haben die dich voll gelabert, weil die den ganzen Tag nichts zu tun hatten, außer zu warten, ob irgendwer kommt, irgendwas passiert, mit dem sie dann labern können oder über den sie labern können, und das hat mich damals sehr geprägt und zwar dahingehend, dass ich generell einfach niemanden sehen möchte draußen, sondern einfach nur zu meiner, straight zu meiner Ziellocation renne und dann bin ich happy und deswegen entstehen häufig solche Situationen auch gar nicht. Ja Leute, es sind Spielzeuge gedroppt, das ist schon mal lässig, ich danke euch fürs Mitkommen, vielen Dank an unsere beiden Gönner für das Stellen der IDs, das war auf jeden Fall eine sehr nette Geschichte. Ich werde extra in deiner Nähe im Rettungsdienst Schichten fahren, um dann mit Blaulicht zu dir zu kommen und zu fragen, One Release, oh mein Gott, das wäre halt absolutes Endgame. Ja, das wäre so mein persönliches Schnipsen von Thanos. Geil, klingelt irgendwie der Sanitäter, und dann, oh was ist passiert, ja wann kommt ein Shadowlands, Alter, scheiße. Oh Gott, ein 2 Meter 100 Kilo Ninja, ja man ist ja heutzutage Ninja, wenn man so ein 2 Euro Naruto Stirnband bestellt, ne, wenn du besonders cool bist, dann streichst du das Symbol noch durch und ziehst so eine schwarze Robe mit roten Wolken an und dann bist du halt mehr Weep als Ninja, aber fuck it, dich sieht ja keiner, da sind wir wieder. Okay, Freunde, dann werden wir jetzt ein kleines Päuschen machen, ein kleines, kleines Päuschen von wenigen Minuten zum Lunge und Hirn lüften, zum Wasser holen und Wasser lassen, und dann machen wir auf Ali-Seite weiter, machen erstmal einen schönen Full Run, und haben dann noch den ein oder anderen Skip und dann gucken wir, wie es aussieht, so zeitlich und lusttechnisch und Huhn mäßig, ne, wie immer. Dankeschön für diese sehr illustre erste Runde und, ja, das war eigentlich alles, was ich noch sagen wollte. Ich hab grad überlegt, irgendwas war noch, nö, 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 haben wir schon besprochen. Nice, bis gleich. Dann gönnen wir uns, gönnen wir uns, wie Ali-Seite. Hab eben in der Pause Twitter gescrollt und den neuen Mini-Mini-Hund vom lieben Onkel gesehen und das ist ja, ich muss sagen, ist nicht meine allerliebste Hunderasse, aber das ist ja, also, unglaublich niedlich, oder? Wat für süße Welpen wieder zu sehen sind auf Twitter, Freunde. ein Segen. Okay, Ali-Seite. Ali-Seite Nachtfestung ist eigentlich sehr egal, mit was ich mitkomme oder mal wieder ein bisschen, bisschen cool die Radar hier, jawollo, süffisant soll es werden. Geil, geil. Kurze Frage, ist es ein Bug? Hat er mich beworben? Jetzt steht dort eingeladen, es passiert nichts, muss ich mich neu bewerben? Ähm, meinst du jetzt bei der Gruppe oder meinst du bei der Gilde? Weil, vorhin, dann hast du bestimmt geflüstert vorhin, oder? Da war dieselbe Frage. Da habe ich es halt auf die Gruppe bezogen und konnte mir das nicht wirklich erklären und bei der Gilde könnte ich es mir ehrlich gesagt noch weniger erklären, weil ich es auch gerade zum ersten Mal höre. Ähm, bei der Gilde, okay, höre ich tatsächlich auch gerade zum allerersten Mal. Vielleicht, das war bei mir mal der Fall, liegt es, so blöd wie es jetzt klingt, aber an einem deiner Addons, ähm, welches das Ganze ja so ein bisschen manipuliert. Was ist denn das für ein Mist? Habe gehört, Mittwoch kommt noch nicht Shadowlands. Nur paar doofe Quests, die man in fünf Minuten durch hat? Wirklich? So ein Scheißspiel. Wofür zahle ich 13 Euro im Monat? Ja. Ich gehe lieber wieder zu TikTok. Das ist leider ein sehr realitätsnahes Beispiel. Lieber Manfred, Dankeschön für deine sehr herrliche Meinungsschilderung und vielen, vielen Dank für deinen Fünfer auf meinen Dudunacken. Dankeschön, Dankeschön. Den Bug habe ich auch bei dem Gilden-Inf. Echt? Okay, dann ist entweder die Gilde jetzt endgültig kaputt, nachdem wir gestern, keine Ahnung, 300 Leute oder so auf einmal eingeladen haben oder, was auch sein kann, wie gesagt, das ist ein Add-on, welches irgendwie Interface-mäßig den Gilden-Browser beeinflusst, dass das irgendwas blockiert. Das ist bei mir tatsächlich auch schon mal vorgekommen. Oder, es kann tatsächlich sein, dass, dass das ihr vielleicht, muss jetzt nicht bei euch sein, aber an alle, die es auch gerade hören, dass ihr einen Schar habt wie einen Pandaren, der noch keine Fraktion gewählt hat. Dann kann man den Gilden zum Beispiel auch noch nicht joinen. Wobei ich dann nicht wüsste, warum sie es überhaupt noch drin haben sollten, dass man dann schon Gilden suchen kann. Aber, das sind so ein paar Gründe. Ansonsten, ja, Pre-Patch-Problem nach wie vor. Ich weiß es nicht. Also wir haben auch schon wieder über 1000. Also es sind, ich glaube momentan, 1030 Leute oder so in der Gilde. Deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, warum es bei dem einen gehen soll, obwohl die Gilde voll ist, bei dem nächsten nicht. Kann ich euch gerade original nicht beantworten, leider. Hab gerade eine Lösung für den Bug gefunden. Klickt einfach mal im Gilden-Fenster auf die Tabs durch, dann geht es auf einmal, sowas zumindest bei mir. Okay, ja, das klingt dann einfach nach Buggy und dann immer irgendwie Resetten nochmal probieren. Tabs durchgehen und dann hoffe ich, dass das so ein bisschen löst. Dankeschön für den Hinweis und dann drücke ich die Daumen, dass die volle Gilde noch voller werden kann. Und jetzt keiner, der auf einen Invite gehofft hat, eingeladen wurde und dann nicht annehmen kann. Das wäre super kacke. Major Krampus, Hallöchen. So, Freunde, ihr kennt das Spiel. Ali, Full Run, Nachtfestung, organisiert, benutzerdefiniert, L-O-H-L. Gruppe LOL, wer mit möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun. Wenn man Kuldirana-Dudu hat, bekommt man die Gestalten bei den anderen dann auch? Nee. Also diese eigenen Gestalten, wie auch beim Zandalari-Troll, sind meines Wissens nach, liebe Dudu-Mains, korrigiert mich gern, aber diese eigenen Gestalten, die jetzt nicht mit Artefakt-Skins oder so zusammenhängen, die sind auch an diese Rassen gebunden, meines Wissens nach. Guti, gucken wir mal, wie das aussieht hier mit einer schönen Ali-Gruppe. Da wurde leider abgebrochen. Entweder mies gefettfingert, was natürlich super ärgerlich wäre oder im letzten Moment noch gesehen, ich habe ja ID, oh Gott, das ist natürlich dann auch unangenehm und die Ali-Seite sieht wieder sehr aufgeräumt aus. Ihr guckt mal, herrliche Nummer. Oh, dann machen wir auch dieses Grüppchen einmal voll. Wir haben auch hier wieder mehrere Hexer dabei, das ist super, die bitte ich wie immer einen nervösen Finger am Portstein zu haben und ansonsten, Freunde, ruhige Kugel schieben. Ist kein Marathon, es ist Sonntag, ganz aufentspannt, gemeinsam durch, Bosse nur pullen, wenn wirklich alle da sind, gucken, dass wenn ihr euren Loot nicht braucht, ihr den unter den anderen verteilen könnt. Und dann legen wir los und hoffen das Beste, vielleicht jetzt Ali-Seite mal einen Mount-Drop. Schön der Horde ein Reinwürgen, na klar. Ioannix, hallöle. Volksabhängige Gestalten müssten auch genau das bleiben, also ich hatte keine davon bei mir beim Main eben. Hab vor 10 Minuten dem Markus eine Mail geschrieben wegen Cyberpunk Key und er antwortet tatsächlich sofort, kriege meinen Key mit der Rechnung direkt geschickt. Ja, siehst du, dann ist doch schön, dass wir das direkt klären konnten. Ja, der Mann, der antwortet sehr, sehr schnell. Der ist auch immer am Handy. Wie ich vorhin gesagt habe, ich bin mit meinem Handy verwachsen, ist bei ihm auch so. Was auch den Effekt mit sich bringt, dass er morgens um zwei oder so schreibt, wenn er gerade eine geile Idee hat. Ich glaube, wir haben mindestens genauso viele Chats morgens um zwei wie irgendwie nachmittags um drei oder so und ja, letztens hat er sich auch beschwert, ne. Ich markiere dich nicht mehr, ich markiere dich nicht mehr bei irgendwelchen Beiträgen auf Twitter hier ständig das Handy nur vibrieren und noch einer antwortet und noch wäre ein Meme und so. Das ist dann der Nachteil, ne. Belastend, liebe Leute. Sehr, sehr belastend. Hast du das Dodo-Set schon voll? Ja, Nachtfestung müsste ich eigentlich so gut wie alles voll haben. Diese Gestalten sind doch der einzige Grund, einen Kuldirana zu erstellen. Ja, für die Rüstung ja schon fancy, ne. Aber klar, die Dodo-Form, dieses verwesende Drustgelö, das ist schon an sich eine coole Sache, ne. Absolut. Okay. Haben wir auch diese Gruppe wieder füllen können. Träumchen. Der antwortet sofort, der hat wohl zu wenig zu tun. Bestellt mal mehr Rechner. Dieser Mann, der muss nur zum Bauen verdannert werden. Ach schön, und damit könnten wir ihn nicht mal ärgern, ne. Es ist wieder belassen. Morgens um zwei kommen doch die besten Ideen. Ja, ja, das ist dann auch immer die Aussage, mit der er die Chat beginnt. Guter Mann. Magst du Schnitzel? Auch so gern, wie ich Schnitzel. Ja, sind eine leckere Sache auf jeden Fall. Es hat geklappt. Nice. Super, das freut mich. Dann willkommen. Willkommen, willkommen. Was wird dieser Markus ganz allein PCs zusammen? Ne, also Hero Systems ist schon eine Firma mit Mitarbeitern und diesem und jenen. Er macht das schon auch selber, weil er ist ja auch sein Hobby und da ist er ja voll drin und hat er schon seine Hände mit im Spiel und er ist auch der, der sich dann bei den Bastel-Streams auf ihrem Kanal vor die Kamera setzt und das Ganze gestaltet, aber er baut nicht alle Rechner alleine. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Oh Gott, der Arme, oder? Da wird man bestimmt auch wahnsinnig werden. Das wäre so, als wenn ich jetzt auch nur noch jeden Tag dann Nachtfestungen irgendwie mache. Wirklich jeden Tag, jeden Stream, nur Nachtfestungen. Oh mein Gott. Das wäre echt dieses andere Schlimme, ne? Holy fuck. Tikka, Saludin. Die Ideen, die ich morgens um zwei habe, die sind meistens ganz und gar nicht die besten gewesen. Die sind ja morgens um zwei, je nachdem. Ist ja auch gerne mal so ein Tropfen, ich nenne es mal Substanz im Spiel. Das kann natürlich, ich sage mal, diverse ungünstige Begleiterscheinungen mit sich bringen. Das ist wohl warm. Das ist wohl warm. Wollt ihr einen richtig geilen PC, dann schreibt Hero Systems am besten zwei Uhr morgens. Das ist doch mal ein Slogan, oder? Na, aber sicher, klar. War das die November-Challenge von dir? Welche jetzt worauf bezogen? Möglichst oft gerade um zwei Uhr morgens zu sagen, könnte sein. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Unser DK fehlt noch, aber der kam ja auch als letztes. Ja, ich wollte gerade porten, da sind schon zwei Portale offen, Leute. Unsere Gruppe, die ist mal wieder einfach wach. Finde ich klasse. Ein IT-Kumpel hat mir mal ein Video gezeigt, wie man seinen PC nicht baut und auch wenn ich vom PC-Aufbau relativ wenig Ahnung habe, tat selbst mir das weh. Das ist immer ganz krass, ne? Selbst wenn man gar keine Ahnung hat, hat man doch immer so eine gewisse Gefühlslage. Ja, das ist ja jetzt 2020 sowieso im Trend, Fakten fühlen und Sachen, Sachverhalte emotional bewerten. Aber gerade bei solchen Sachen merkt man dann doch, gerade wenn es so ein bisschen zu laut knackt oder so oder die Wasserkühlung dann sich plötzlich in Form des flüssigen Inhaltes auf der Grafikkarte verteilt, dann merkt man auch als Laie, mh, irgendetwas stimmt hier nicht. Eine Illusion, was verbergt die. Und da sind wir wieder in Syramar gelandet. Wie es so ist, wie es so ist, mein Freund arbeitet in der IT, was der für Anrufe bekommt, und da packst du dir selber als Unwissen da an den Kopf. Das glaube ich gern. Also, das ist natürlich, wenn man dieses Angebot, ich sag mal, macht, ja, oder dieses Angebot eben im Rahmen der Firma logischerweise raushaut auf der Homepage oder so und ich ja auch sage, auch wenn ihr gar keinen Plan habt, so wie ich, ja, dann schreibt ihr das in dieses Formular und dann werden die Experten euch da weiterhelfen können. Oder kommen natürlich wirklich die verschiedensten Sachen bei rum, ja, absolut. Und, ja, da ist es dann manchmal auch nicht verwunderlich, dass man nach so einem Tag des Beantwortens dieser Mails dann auch noch denkt, boah, wo bin ich hier gelandet? Ja, und das ist dann bei den ITlern genauso wie meine persönliche Add-on-Frage, ne? Ach, schön. Herr Craft, du wurdest von einem deiner Streaming-Kollegen beschuldigt, deine Stimme zu Bass boosten. Ist das so? No Front. Nee, das ist nicht so. Wie macht man sowas? Brauche ich da so ein Mischpult oder so? Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, nicht mal die Software von meinem Mikro geladen. Ähm, aber höchst interessant auf jeden Fall, dass ich in dieser Form Thema bin. Dann wünsche ich dem Kollegen, der sich damit irgendwie beschäftigt, dass er zeitnah wieder ganz viel Glück und Positives in seinem Leben hat, dass er sich über so einen Käse keinen Kopf machen muss, ne? Also, interessant, Freunde. Sehr, sehr interessant. Agronex, hallöchen. Ich sitze auch im First-Level-Support der internen Klinik-IT. Leute, studierte Ärzte und Professoren, natürlich habe ich den Monitor eingeschaltet. Drücken Sie mal den Knopf nur für mich. Oh, er geht plötzlich an. Ja. Da ist keiner vorsicher. Da kannst du der klügste Mensch der Welt sein. Da kannst du sonst was für ein studierter Superingenieur sein, ne? Und manchmal scheiterst du an den einfachsten Sachen, ne? Das bleibt nicht aus. Das ist in vielen Bereichen so und man kann ja auch nicht immer alles wissen, ne? Und dafür ist dann dieser Support da. Da gab es ja auch diese schöne Szene bei Modern Family, wo Jay, der ja eine eigene Schrankfirma besitzt und auch viele verschiedene Angestellte hat, wo diesen IT-Fachmann ranruft, ja? Um, 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 ich weiß gar nicht mehr was zu machen, irgendeinen Film zu drehen oder so und den zu schneiden und der sagt dann auch direkt, ja, soll ich wieder die Zigarrenasche aus ihrer Tastatur entfernen? Und er sagt dann, nee, nee, was anderes. Wobei, das machen wir gleich mit, ja? Solche Sachen. Das ist dann IT quasi, Tastaturreinigung und Sachen zusammenschneiden, ne? Das war ja sowieso so ein Problem. Ich weiß nicht, ob das viele von euch kennen, aber ich, äh, der ja nun mit den Anfängen des Internets und Gaming und so aufgewachsen ist, bis heute schaffen es verschiedene Familienmitglieder, Gamer und Techniker und so. Die kriegen das nicht hin, das zu differenzieren. Und ihr kennt mein Technik-Level. Ihr wisst, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich für eine Grafikkarte selber eingebaut habe und so. Ja, vorhin hatten wir es wieder bei dem Monitor-Beispiel und solchen Sachen. und ja, dementsprechend gibt es da die verschiedensten illustren Anfragen und wo man doch mal helfen soll. Irgendwie, das war mal an Weihnachten, da kam dann auch die Schwester meiner Oma zu mir und hat dann gemeint, ja, wir bräuchten mal Hilfe bei unserem Fernseher. So, und das ist ja die väterliche Seite, ihr kennt die Story, halbe Großfamilie, ne? und noch zig Cousins und Cousinen da, aber sie kommen dann quasi auf mich zu und sagen, wie sieht denn das aus, ich habe hier Probleme mit meinem Fernseher. Und ich denke so, okay, und ja, vielleicht kannst du mal kommen und gucken. Und ich denke weiterhin so, okay. Und ja, das sind so ganz seltsame Sachen, wo ich mich dann auch immer rauswinde und so, ja? Oder dann anderes Weihnachten kam dann, kam dann mein Onkel und hat auch gesagt, ja, wie sieht das aus, ich habe hier meinen Laptop und er hat so ein Update gezogen und jetzt sind all meine Symbole weg. Ja, äh, okay. Keine Ahnung, Mann, ich kann dir sagen, wo du dieses T-Mock farmen kannst, aber frage mich halt nicht, was jetzt dein Laptop für ein Anschlussproblem hat oder so. Das kriegen die einfach nicht hin, ja? Die kriegen das nicht hin und das ist oft sehr schwierig gewesen. Darf ich den haben? Oh, ja, klar. Gottes Willen, sorry, habe ich gerade im, im Monolog komplett verpeilt. Wo bist du denn da? Ja, dann kannst du den natürlich, ah, warte, 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 dann kannst du den natürlich gerne haben, diesen schönen Umhang. Bitteschön, bitteschön, sind wir den gleich losgeworden, herrlich. Guti, also im Fernsehen gucken, bin ich echt ein wahrer Experte. Ja, das würde ich auch noch hinbekommen, aber darum ging es an der Stelle leider nicht, solange er das Internet nicht löscht, genau. Genau, genau. Ganz wichtig, niemals irgendwem erzählen, was ihr könnt und was ihr gelernt habt. Ich hatte Honig und Maler gelernt, im Staff, also IT-Stuff, so rum, selbst beigebracht. Jetzt fragt mich ein bis zwei Mal die Woche jemand, ob ich über den PC oder das Auto gucken kann und bei Umzügen mit dem Maler, oh, will ich gar nicht erst anfangen. Ja, Mann, wie fucking unangenehm, ne? Oh, und dann wollen die Leute ja auch, dass man das dann gratis macht und so und irgendwann hat man halt auch Feierabend und das verstehen dann auch viele nicht, ne? Also abgesehen davon, dass man es für diesen und jenen sicherlich auch gerne mal gratis macht und mal hilft und so, aber man ist ja nicht dann der gratis 24-7-Pannendienst auf Nacken, ne? Und da haben wir auch so einen Fall in der Familie, einer meiner Cousins, der hat hier so Physio-Gelöt gelernt, ne? Und ist ja auch in der Praxis und so angestellt und vermutlich eine normale Sache, davon abgesehen, aber der musste dann auch immer einiges sich anhören, ne? Und bei Familienfeiern dann, ja, guck mal hier, weißt du, haben wir so einen Restaurantsaal da gemietet für irgendeine Feier, das ist auch schon Jahre her und dann kam halt auch meine eine Tante, die haben sie ewig nicht gesehen, die hat dann erstmal ihre Hose so ein bisschen hochgezogen, nicht auf die Alabama-Art, keine Sorge, so die Wade gezeigt und auch, guck mal hier, kannst du da irgendwas machen? Und grad war Buffet-Eröffnung und so, alle essen und sie steht da so mit ihrer Wade, das ist ja ja keine Ahnung, super, super strange irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich mach zum Glück viel mit Videospielen und da ich bisher noch keinem, der sich mit einer Technikfrage an mich gewendet hat, ja, irgendwie weiterhelfen konnte, haben sie es mittlerweile zumindest verstanden, nicht was ich mache, aber zumindest, wobei ich ihnen nicht helfen kann und das ist für mich ein sehr, sehr großer Vorteil und damit bin ich erstmal auch zufrieden. Freunde, ich habe übrigens noch Leder-Non-Set-Handschuhe eben bei Alulriel bekommen, wer die noch braucht, kann die gerne, gerne abholen. Wie, du willst Geld dafür, was bist du denn für ein Freund, ne? Du Mist, Sau, als nächstes willst du Spritgeld, weil du mich quer durch Deutschland fährst zu Bewerbungsgesprächen, du miese Ratte, ich bedeute dir wohl nichts. Ach Mann, ich hatte auch immer diesen einen Kumpel, also für mich war es selbstverständlich dann irgendwie, weiß ich nicht, den nächsten Meckesbesuch oder so ausgeben oder Spritgeld dann für eine längere Fahrt und so, aber ich hatte diesen einen Kumpel, der das echt ausgerechnet hat, der nicht gesagt hat, ja, Pi mal Daumen, gibst du einen Zehner, Fünf war Zwanziger, Fuffi, je nach Strecke, whatever, sondern er hat das fucking ausgerechnet, Alter, der betreibt heute vermutlich diese Allman-Seiten oder so auf Insta. Barkaros, zwei Monate, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Meine Eltern sind immer übelst mad auf mich, wenn ich denen nicht helfen kann bei irgendwelchen Problemen mit technischen Geräten, super anstrengend. Ja, vor allem, bei Eltern war es dann bei mir zumindest so, dass sie sich dann auch ausruhen, weil der Sohn, der kann das ja. Wie oft ich in meinem gesamten Leben meiner Mutter erklärt habe, wie sie einen YouTube-Account macht und dass sie sich das Passwort merken muss und dass sie da immer mal was annehmen muss und dass sie auch das verändert und so. Das ist ein sehr langer Prozess gewesen, der bis heute gefühlt anhält. Muss ich mal gucken bei WhatsApp, wie es aussieht gerade. Aber, ja, das ist dann auch so eine Ausruhe. Wir haben da jemanden und dann muss ich das auch nicht merken und generell ist Technik ja auch scheiße und ich bin zwar interessiert, aber nicht so, nicht so sehr und dann wird das schon. Wobei ich sagen muss, zum Glück, meine Eltern sich bei allen Sachen nie blöd angestellt. Mein Vater sowieso sehr technisch versiert und meine Mutter war zum Glück auch eher das Gute als das schlechte Beispiel für diese eher witzige Geschichte jetzt. Was war hier noch irgendein Whisper? Achso, danke. Ja, alles klar. Bitte, 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 weil das hier unten noch so aufblinkt, ne, mit extra Whisperfenster und nicht und ach, kenne ich, ich werde auch immer wieder gefragt und wenn als Ansprechperson genannt, wenn irgendwo was kaputt geht, was elektrisch ist, nervt nur noch, ne. So, ja, wir wollen ja hier in der Familie nicht alle über einen Kamm scheren, aber du, du bist doch Föhntechniker, oder? Kannst du mir eine Rakete bauen? Ich will zum Mond fliegen. Wie, kannst du nicht? Penner, ich hasse dich, wirst du enterbt, weißt du. Ah, belassend. Mein Onkel, mein Onkel, mein Onkel hat mich neulich auch mal angehauen. Du, unser Internet und Telefon geht nicht. Kannst du das mal reparieren? Hm, Router Reset, nichts getan. Ein Eingangssignal, also lag es am Anschluss. Also, der Router ist okay, aber Vodafone hat gerade einen Ausfall. Er, okay, ich rufe mit dem Handy nochmal da an, ja, und lässt sich dann vom Kundendienst einen neuen Router aufschwatzen. Wow. GG, ach man, und aber ist es manchmal gar nicht so einfach, einen neuen Router oder ein neues Modem zu bekommen, ne, da muss der Gefühl das Haus abgebrannt sein, dass das mal passiert. Zumindest bei den Anbietern, wo ich war. Und, naja, Fluch und Segen, ne, wie es so ist, wie es so ist, wie es so ist. Darf man seinen gelernten Beruf überhaupt privat gegen Geld anbieten? Ich glaube nicht. Da darf man doch nur kostenlos arbeiten. Ja, also gut, es wird vermutlich dann nicht so sein, dass man, äh, dass derart verbucht und der Freund dann noch eine Rechnung schreibt oder so, aber wenn mir wer hilft, ja, und seine Zeit opfert in dieser Form, dann ist das für mich, je nachdem was ansteht, auch eine Form, ja, von Arbeit mehr oder weniger und ich fühle mich dann schlecht und möchte ihm irgendwas zurückgeben und dann gibt es halt einen Schein in die Hand, ne, und, ja, wenn ich das demnächst vor Polizisten so mache und die mich dann zusammenschlagen, dann, äh, ja, blöd gelaufen. haben sie dem gerade Geld gegeben? Lul. Frauchen und ich haben gestern Abend euren Stream verfolgt, fänden wir echt super, wenn ihr das regelmäßig macht mit euch beiden, ist da was geplant? Äh, nicht wirklich, aber es gab wirklich sehr viel positives Feedback und es waren auch drei, vier Mal mehr Leute tatsächlich am Start und wach und dabei, ja, als ich, äh, erwartet habe. Deswegen ist das natürlich ein gesendetes Signal seitens der Community, was ich auf jeden Fall im Hinterkopf habe, allerdings auf jetzt erstmal kurze Sicht ist da nicht wirklich was geplant, weil mit Shadowlands stehen ja erstmal genügend Umstrukturierungen und so an, ja, wo wir erstmal sowieso so ein, ich sag mal, Stream-Schema wieder erarbeiten müssen und alle leveln und Equippen und Raids wieder und so, ja, aber wenn dann mal wieder so eine, ich sag mal, Flautenphase ist oder das alles läuft, dann kann man da auf jeden Fall mal schauen, ja, also ich hab's im Hinterkopf und war sehr positiv überrascht auf jeden Fall. Wie viele Stellen nach dem Komma hat dein Kollege es ausgerechnet? Das weiß ich zum Glück nicht mehr. Zum Glück ist diese Erinnerung sehr lückenhaft, ist auch ewig, ja, und das war eh immer so ein Typ. Oh, das war so ein Typ, da kann ich glaube ich auch ein Buch über den schreiben. Trixa, Hallöchen, Grüße, das kann ich unterschreiben, ich bin Friseurin und ich werde auch gerne gefragt, ob ich dies und jenes mal eben machen könnte. Meine Antwort darauf ja, also bei mir auf der Arbeit bezahltst du 49 für einen Haarschnitt, wenn du einen in meiner Freizeit willst, wird es teurer. Oh, das ist auch gut. Das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Ist ja dann wie Privatunterricht, ne? Ich habe früher, früher, solide Polizeiarbeit, ja, top, ähm, ich habe früher ja Kung Fu gemacht und in meinen ostdeutschen Kaffstätten waren dann viele, ich sag mal, Kurse bedroht, weil wenig Teilnehmer. Und da haben die dann auch immer gesagt, ja, also wir gucken uns das jetzt noch eine Weile an und ansonsten müssen wir das unter Privatunterricht verbuchen, ne? Und zack 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 war die Motivation von uns allen höher, dann doch lieber, als wir die Preislisten gesehen haben, in die Nachbarstadt zu fahren und uns da zu sammeln für einen einheitlichen Kurs, ne? Wie es so ist. Ja, interessant, gewusst wie, ne? Kreativ muss man sein. Kreativ. Ist doch ganz simpel, wenn die Frau möchte, dass man wäscht, macht man es einfach so falsch, dass man es nie wieder machen muss. Genauso bei der Familie. Ja, bei mir hat das geklappt, obwohl ich diesen Plan nicht mal verfolgt habe. Eigentlich geile Idee. So im Grundsatz. Kannst du dich um meinen PC kümmern? Du kannst das doch. Ja klar, mach ich. Bam, Hausbrand, Alter. Upsi, spricht sich dann rum und man hat Ruhe. Ja, zwar auch ein paar Rechnungen mehr, aber an sich erst mal. Ruhe, musst du ja nicht immer gleich ausarten, aber an sich klar. Einmal so ein bisschen verkacken und fertig ist die Laube. Was war denn gestern? Die letzten Abende hatten wir die Morning-Stream-Planung vom Wochenende umgedreht und hatten quasi Late-Night-Streams so von 19 bis 23 Uhr und ich habe mich mit Chirun zusammen in so einer Art Pärchen-Beta-Stream Bless Unleashed angeschaut und war ziemlich cool. War echt auch normal. Obwohl nicht WoW und obwohl ungewohne Zeit so 300, 400 Leute aufwärts da. War nice, hat Spaß gemacht. Mein Papa hat ein neues Smartphone, ruft mich ganz verzweifelt an, weil er keine Anrufe entgegennehmen kann. Er meint, ich drücke und nichts passiert. Ich, Papa, wischen, nicht drücken. Das ist auch, wenn das Kind das erste Mal selbstständig auf Toilette geht. Drücken und wischen und beides und nicht und wie es so ist. Mockgönnung am Ende. Können wir machen. Bitte keine Full-Sets oder Sets, sich an Full-Sets erinnern. Das wäre super. Ich finde es immer sehr belastend, die Fehler anderer auszubaden. Sage immer allen Bekannten, falls ihr Probleme mit dem PC habt, dann meldet euch bei mir. Sie melden sich bei mir, aber lassen vorher Personen XYZ dran, die null Ahnung von nichts haben. Könnte ich immer ausrasten. Ja, das ist dann natürlich scheiße. Wenn dann so viele und ganz viele Meinungen, das ist ja auch immer die Gefahr, wenn man irgendwie im Internet schreibt, ey Leute, ich will mir ein PC bauen oder ich suche ein neues Headset oder ich suche eine Tastatur oder was auch immer. Und du willst eigentlich nur ein paar Meinungen, aber es herrscht Krieg. In der Kommentarsektion es herrscht Krieg, Ausnahmezustand, ja, ganz unangenehm, weil der hat die Meinung und der ist ein Fanboy von der und der Marke und der nicht und dann wird sich auch nicht zurückgehalten. Dann werden nicht die anderen Kommentare ignoriert und man gibt einfach seinen Senf dazu. Nein, man muss an den anderen Kommentaren auch antworten. Barlow schreibt ja mittlerweile dann auch, wenn er irgendwas sucht dazu, bitte kein Spam, bitte keine Diskussion, bitte nur Leute, die auch Ahnung haben, weil ich meine, wir sind in den sozialen Medien, da antworten dann Leute auch mit, ja, du, ich hab keine Ahnung, aber ich würde es so und so machen, wo ich denke, cool, danke. Danke für deine Hilfe. Löl. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr beiden nochmal zusammen streamen, fand das echt super, vor allem weiß man jetzt, was seine Schwäche ist, ja. Lohl, Shy hat erstmal das halbe Game gekauft, ja, wir waren komplett die, die Wohlhabenden in Bless, ne, und dann sind wir wieder in WoW rein und, aah, alles vorbei, voll sad. Askade, Hallöchen, Grüße, das mit dem ersten Smartphone, Eltern sind zu blöd zum Wischen, obwohl die Pfeile ist, Anzeigen kenne ich gleich zweifach, ja, es ist, es ist genau so ein Beispiel, was jetzt auch mit rein sharet, in das, was ich ja eben auch beschrieben habe, mit Eltern und Technik und man bringt denen was bei und dann haben die das, aber dann verändert sich diese Technik, irgendeine neue Bestimmung, der man zustimmen muss, ja, Nutzungsbedingungen geändert und sonst was, direkt Panik und dann haben sie jetzt seit Monaten oder Jahren dieses Drücken drauf und dann ist es anders. Panik, Nahtoderscheinung, Armageddon, Napalmregen, es gibt keinen Kommen, leider wahr. Mir ist gerade einmal aufgefallen, dass beim Krieger wütender Schlag ab Level 12 freigeschaltet wird, man ihn aber erst mit Level 14 benutzen kann, weil man erst da zweimal zwei Handwerfen benutzen kann. Es ist vieles noch ein bisschen seltsam, ich halte es immer noch für nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir uns alle seltsam vergucken und zu blöd sind, aber wir hatten letztens auch das Beispiel beim Dudu, dass unser mitlevelnder Katzen-Dudu eine Fähigkeit bekam, eine Passive, die ihn irgendwie in Verstohlenheit schneller macht und den Schaden erhöht, Verstohlenheit selber bekam er aber erst drei Level später oder so. Frag mich nicht, was da irgendwie noch nicht ganz so im Detail richtig gelaufen ist, wie sie das ursprünglich geplant haben, aber ja, die Beispiele häufen sich in letzter Zeit, was sowas angeht, also seit dem Pre-Patch eigentlich. Reuben, Hallöchen, das mit dem Helfen und so, ich kenn da einen, der ist da spitze, aber kannst du mal schauen, warte, warte, ich, plus, ich kenn da einen, der ist da spitze, aber kannst du mal schauen, achso, so als Formulierung meinst du, ne? Ja, ich, ich kenn einen, der mir da richtig helfen kann, der weiß das auch, aber jetzt bist du ja grad da, ne? Du machst das jetzt, dann muss ich den auch nicht nerven. Du hast ja sowieso kein Leben, du spielst ja nur WoW, hilf mir jetzt, Penner. Lul, Quell der Nacht, Freunde, ich habe für unsere Magier den Set-Helm bekommen, wenn wir Mages dabei haben, lass mich raten, haben wir nicht, haben wir natürlich nicht, wenn ich Teile abgeben kann, aber da wäre der Helm gewesen. Geil. Durfte gestern den Smart TV meiner Eltern einrichten und dann auch nur die ganze Zeit, du hast doch Game Design studiert, du musst das doch können. Klar, habe ich nur gemacht in den drei Jahren, sie sind schon drollig manchmal, man lernt bei Game Design einfach Fernseher richtig einzustürzen. Geile Nummer. Ich meine, bei den ganzen Sachen und HD Ready und noch irgendein Stick und dann noch irgendeine Karte und ein Receiver und nicht und Modem und Router und dann ist hier der Router in dem Modem und so. Ich meine, da kann man ja überfordert sein und es ist ja nur auch keine Schande bei solchen Sachen, um Hilfe zu fragen. Manchmal bin ich da selber noch der Typ, der erstmal lesen und gucken und fragen muss, davon abgesehen, aber es ist ja ein Unterschied zwischen nach Hilfe fragen und sich anstellen wie ein Höhlenmensch. So, und eins von beiden ist okay für mich und das andere triggert mich. Und je nach Tagesform wechselt das dann, wie so ist. Wieder DC hier, zwei sogar, diesmal, ja, das war die letzten Runs irgendwie immer mal wieder der Fall. Nero, Hallöchen, Grüße. Ja, irgendwie hier bei dem Port, da hat es heute insgesamt schon vier, fünf Leute zerrissen, muss ich sagen, beim Quell der Nacht. Warten wir natürlich den Moment. Ist so ein schönes Gefühl, wenn man beim Questen eine Gruppe bildet, ohne überhaupt in der Gruppe zu sein. Ist schön, wenn man als Varinupen Heiler bekommt. Ja, das ist nice. Das war gerade oder ist immer bei den ersten Alpha- und Beta-Tagen ganz toll, ja, wo alle einfach super happy sind, wo du echt nur so die Gehyptesten, die Blizzard-Tester und die Fanside-Betreiber und so hast, ja, und alle sind mega happy und nett und helfen sich und buffen sich und so, so dieses Ursprungs-WOW-Feeling, was ja viele in Classic dann wieder sehen wollten, ne. Und diese Phasen ist schon geil, auf jeden Fall. Ist immer geil, dann einfach auch dieses Random-Gemeinschaftsgefühl, ja, dieses MMO-Feeling feiere ich auch immer sehr. Auf jeden Fall. Mein Bruder hat heute meinen Eltern den Chromecast installiert. Naja, das wird einige Anrufe bei ihm noch auslösen. Niemand checkt was von denen. Oh Gott, ja, da hat man sich dann so sein eigenes Grab geschaufelt in dieser Hinsicht, ne. Da schenkt man den Eltern am besten neue Technik, so, und dann schenkst du ihnen gleichzeitig, dass sie dich dieses Jahr noch ein paar Mal öfter sehen. Ja, einfach, ha, 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 einfach um alles einzustellen und hier noch ein Problem und wie es so ist. Jetzt bin ich in der Warteschlange beim Bnet einloggen. No. Was ist da denn los? Haben wir ein Bnet-Update? Warte, ich gucke mal gerade. Nö, auch nicht, aber ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach der Spitze der Serverprobleme. Ich meine, geht jetzt auf Sonntagabend zu, ja, da loggen sich jetzt nicht gerade wenig Leute ein. Dementsprechend ist das vielleicht jetzt hier die Spitze von dem, was wir den ganzen Tag jetzt hier bemerkt haben. Die miesen Server wieder. Ich raste aus. Wir warten natürlich noch. Also, den Moment haben wir jetzt auch noch. Hoffen wir, dass sich gleich einpegelt und nicht, dass wir alle gleich rausfliegen. Das wäre natürlich sehr, sehr unangenehm. Die sollen mal ihre Server raffen. So sieht es nämlich aus. Mal klar kommen die Kollegen. Lul. Er will mich auch einloggen und stecke im Ladebalken fest. Das hatten wir gestern aber auch schon. In Boralus, da hatte ich ja drei Minuten Ladebildschirm oder so. Dalaran habe ich dann in Ruhestein benutzt, also nach Dalaran. Dann war der auf Abklingzeit und zwei Minuten später habe ich erst den Loading Screen dafür bekommen. Also es bahnt sich wieder ein bisschen was an und ich bin mir sicher, dass das Mittwoch auch zunächst nicht besser werden wird. Naja, aber wir können uns schon mal so ein bisschen warm trainieren für den Ernstfall dann und uns schon mal jetzt vorärgern. Toll, dann ist der Ärger hinterher nicht mehr ganz so groß. Toll, oder? Es ist ja bald wieder Weihnachten, traditionell das Fest an dem Kinder heimkehren, um die Technikprobleme ihrer Eltern zu lösen. Ja, mittlerweile müssen wir das leider ganz klar so sagen. Was für eine tolle Beschreibung auch, oder? Da überlege ich ja, ob das schon auf irgendeine Tasse gedruckt ist oder so. Ansonsten wäre das ein schönes Geschenk. Ich hatte so eine Phase oder eigentlich haben wir die immer noch, mein Vater und ich, dass wir uns so Tassen und Becher und Gläser uns so geschenkt haben. So ganz verschiedene Sachen, so mit Gags zum Beruf drauf oder mit irgendwelchen Serien oder so. Ich weiß nicht genau, warum das angefangen hat, weil wir sind beides Whiskytrinker und wir trinken auch gerne zusammen mal was und vermutlich kam darüber irgendwann einem von uns, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es angefangen hat, so dieser Glasgedanke und Tassen und schön und hier. Jetzt nicht mal nur Whisky-Sets, aber vermutlich ging es darum zu vermeiden, dass wir uns Suff schenken. Und darum haben wir angefangen, ja, dann nehmen wir halt irgendwas, woraus man auch andere Sachen trinken kann und darum haben wir uns sehr lange Zeit immer Tassen und Becher und so hin und her geschenkt, so von GOT und beruflich ist er, Zimmermann hatte ich so ein paar Tassen und ganz viel Kram, bei mir dann Gaming und One Piece und was nicht alles, WoW-Kram, ja, und darum sind unsere Schränke voll und unsere Flaschen auch, weil wir Whisky nicht aus den Tassen getrunken haben, ne, so schnell kann es gehen. Großartig. Ich habe auch alle paar Minuten mal einen Disconnect, immer mehr heute, boah, das ist kein gutes Zeichen, Freunde, dann hauen wir Gul'dan mal eben aus dem Leben, sodass wir dann jetzt schnell das Mount looten können, bevor ihr alle wegdet sehen, das wäre natürlich unangenehm. Ist am Mittwoch endlich Pre-Event, jawollo. Ich freue mich schon auf den Shadowlands Release, das wird ein Fest mit den Servern, oh ja, man sollte keine Wunder erwarten, ne, können zwar hoffen, aufgrund der längeren Bearbeitungszeit, dass es kein WOD 2.0 wird, aber der goldene Super Release wird es mit Sicherheit auch nicht werden. Also das wird mich natürlich freuen, ich lasse mich da super gern überraschen, aber ich glaube es ja nicht. Dieses Jahr ist schon vorm Pre-Patch so schlimm mit den Servern wie die letzten Jahre nicht mehr. Ja, dann wird es vielleicht so rumgedreht, dass ab dem Pre-Patch alles besser wird oder ab dem Pre-Event. Müssen wir ja differenzieren, momentan ein bisschen krasser als auch in der jüngsten Vergangenheit noch. Vielleicht ist das ja auch ein positives Zeichen, wir werden es sehen. Pascal, Hallöchen, Grüße, mit welcher Cola mischt ihr den Whisky am liebsten? Muss ich sagen, ist mir komplett egal. Ich trinke auch jede Sorte von Cola, ich esse auch Pizza Hawaii, ich esse auch Kapern in der Soße und so, also da kann man mich überhaupt nicht mit ärgern, muss ich zugeben. Und da habe ich überhaupt keinen, keinen, ich sag mal, ähm, ja, Lieblingsgeschmack oder so. Und bei Whisky muss ich sagen, trinke ich meistens auch pur. Ähm, mischen tue ich nur die gute Goldkrone oder Wodka, wobei Wodka trinken wir auch oft pur. Eigentlich trinken wir echt oft pur, was ist eigentlich mit uns? Und Whisky, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so der Oberspezialist und schwenke so das Glas und rieche dann Stunde dran oder so, ja, aber Whisky, dann mal, ja, und dann eigentlich pur, so nicht ständig einfach reinkippen. Oder Blizzard stellt was um, das kann auch sein, ja, das kann auch sein. Real Talk, Shadowlands Release wird so easy und smooth wie zu Legion und BFA oder eine reine Katastrophe, weil wir alle in derselben Zone starten werden. Äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sie die Zeit genutzt haben und auch mit ihrem Layering und Phasing und was sie nicht alles an Techniken haben, dass sie da eben geschaut haben, ja, ähm, dass sie, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, die Server gut vorbereitet haben und dass sie natürlich wissen, dass wir alle in einer Zone starten und deswegen mit Phasing und Layering entsprechend aufgedreht haben im Vorfeld und ob das reicht, ist immer die Frage, ja, ich glaube, die Vorbereitung ist da, aber ob die das alles richtig berechnet haben und wie es so ist und, ja, da sind wir wieder im Hätte, Wenn und Aber und zack, zerab, ne, so schnell kann es gehen. Sitzen wir wieder in der Warteschlange für den Server. Ach man, raus oder gönnst du ja ab und zu eine gute Zigarre? Ne, tatsächlich konnte ich noch nie mit irgendeiner Form des Rauchens besonders viel anfangen. Durch die asozialen ostdeutschen Kellerpartys ohne Fenster bin ich schon immer recht aktiver Passivraucher gewesen, zumindest in meiner jugendlichen Eskalationszeit, aber an sich selber tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Man zahlt 13 Euro, die raffen immer noch ihre Server, dann stell dir das vor. Der Hass, der Hass. Okay, wir wollen noch ein bisschen T-Mock angucken und dann hatte Maverett noch eine Skiprunde auf der Alli-Seite, wenn ich mich nicht irre. Nice. Nice, nice. Hoffentlich wird Shadowlands nicht WOD 2.0. Das hatte ja auch einen großen Hype. Viele Wiedereinsteiger und war im Grunde eher Mäh. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also vor allem, wie sich auch manche Eindrücke und Ansichten rückwirkend so verändern. Wenn man sich dann anguckt, den höchsten Spielerzahlenpeak, den gab es glaube ich zu fucking Qatar. Das heißt, diese Zahlen sind auch nicht immer für wirklich alle Punkte aussagekräftig und wissen dann rückblickend hier und da die individuellen Meinungen mal zur Seite gestellt, ja, wirklich zu überraschen. Insofern, ja, werden wir es zeitnah rausfinden. Hoffen wir das Beste. Wir hoffen das Beste, rechnen mit dem Schlimmsten und dann kann es eigentlich nur gut werden im Rahmen der Umstände. Gut, gucken wir mal, was ihr so gebastelt habt. Wir haben Killjay in einem sehr geilen Wildhammerzwergen-Berserker-Mock mit dem schönen, schönen Iroh, mit blauen Tätowierungen in der Fratze und am Körper. Dazu die Vorstufe von unserer legendären Schattengraben-Axt aus ICC. Das dürfte die Schattenschneide sein. Und untenrum schön zwergische Rüstung. Jawohl, das ist unsere Traditionsrüstung. Sehr, sehr cool. Passend auch zum Bronzebart. Ja, sehr nice Nummer. Einwandfreie Kombination und schön auch die neuen Charakteroptionen. genutzt, ne? Wir haben als nächstes Napadnitsa in einem sehr schönen, durchaus auch rötlichen Set. Ich war gerade nur auf diese Blautöne fokussiert, aber das sind ja eher die Essenzen, die ja überall sind. Hier mal kleine Punkte, hier im Schwert auch, so kleinere leuchtende Sphären. Aber ansonsten geschaut, dass vor allem Vodekar-Sachen, da haben wir ein bisschen was vom T8, vom Todesritter, paar Nacktschultern und so. Die Handschuhe ist glaube ich Standard-Platten-Set, droppt irgendein Vrykul in Burg Utgard oder so, ne? Also schon schöne Sachen hier auch kombinatorisch und farblich passend rausgesucht. Denn dazu eine Waffe, die ein bisschen neuer ist, das dürfte MOP, das dürfte Schlacht um Orgrimma sein und hier so ein bisschen die Char-Verderbnis genutzt, die in dieser Form, ja ohne das schwarz-weiße Standard-Thema auch gar nicht so ans Char erinnert und darum auch hier sehr, sehr gut in das Gesamtgefüge und in das Farbschema passt, ne? Cool. Wir haben als nächstes Seliastrix mit Gulliverdan Oha! Der arme, leeren, verdorbene Welpe oder Sad Life haben die Dunkeleisenzwerge eine Tradirüstung, also die verbündeten Völker haben alle eine Tradirüstung, wenn ich mich nicht irre. Ja, die sollte verfügbar sein. Seliastrix in einer sehr grünen Kombination, sehr schön auch hier wieder das Hexerfarbschema, wir haben es immer festgemacht am Chaosblitz und am dämonischen Zirkel ist natürlich viel Grün, viel Teufels, viel Fellenergie, aber auch so ein bisschen Leere, beziehungsweise Schatten, ja, Schattenblitz und Co. haben wir es ja im Namen, deswegen passt diese leeren Elfe mit den blauen Augen und diesem Tentakelhahn finde ich sehr, sehr cool in Anbetracht der Hexerfarben zu diesem Gesamtambiente, was hier gebastelt wurde. Sehr markant natürlich die mythischen Hexerschultern aus der Schwarzwelzgießerei, dazu dieser Hauer vom Grubenlord, von unserem guten Manoroth, der vorletzte Boss in HFZ und hier so ein bisschen T20, ne? Richtung Legion noch geschaut mit den Handschuhen und ach, guckt mal, auch wieder mit einem Auge hier, sehr, sehr interessant, ähm, das ist auch wieder Richtung Schlacht um Orgrimmar und Co., wobei diese Sachen auch mit den Inse-Expeditionen wieder im großen Rahmen gerecolored wurden, da haben wir ja ganz, ganz viele Items auch einfach noch mal mit einem neuen, äh, mit einem neuen Farbschema. Davon aber abgesehen, gefällt mir das sehr, sehr gut, zumal wir nicht nur diese grünen Teufelsfarben, sage ich mal, haben, wie wir die auch von den Standard-DH-Sets kennen, ja, sondern eben wirklich ein paar Aspekte, die sowohl mit unterschiedlichen, ich sag mal, Farbtiefen und Helligkeiten eben spielen und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Wir haben als nächstes Algorn und Algorn ist irgendwie auf der Schusstaste eingeschlafen oder so. Was ist da denn los? Hat hier so einen Vogel wie bei den Simpsons, ne, dann immer so auf die, auf die Taste und wieder hoch und wieder runter. In einer sehr geilen Lila-Kombination, sogar die Haarfarbe in Sachen Dunkelheit ein bisschen angepasst und der gesamte Flow des Sets, der gefällt mir wieder sehr, sehr gut, zumal bis auf einige leuchtende Essenzen auch R-Kategorie unauffällig, ne, und dazu dann die lilane Variante vom Hidden Skin des Gesetzlosigkeits-Schorken, der natürlich an unser Donnerzorn, fast vergessen, wie das Ding heißt, Gottes Willen an Donnerzorn angelehnt ist. Nice one. Der Wappenrock ist so ein Ali-Ding, oder? Was ist das? Meeresklinge, jawohl, Ankuana, das ist Nasiata, der passt natürlich wunderbar zu diesem Set, ja. Algorn, ich hoffe, es ist alles gut bei dir und das Set ist auf jeden Fall nice. Ich gehe jetzt ganz langsam zum nächsten, drehe mich ganz langsam um. zu Alex, Hallöchen, Alex mit einem Feuer, jo Bruder, wo geht's hier zur Ballermann-Party? Es ist auf jeden Fall dieses andere Mocken, ne, wird das Herz von Azeroth in Shadowlands noch relevant sein? Story-technisch vielleicht, ansonsten werden Azerid-Boni und Co. deaktiviert, sobald wir die Schattenlande betreten. Alex ist hier vorbereitet mit der schönen Geburtstags-Party-Brille, der alte Backpacker, mit dem Wanderstecken, wenn man ein bisschen eskaliert, mit den Boys in der Wildnis, mit dem Rucksack, wo bestimmt keine Bierdosen drin sind, ein bisschen Faxe gehortet und natürlich schön das Hemd offen, kurze Hose oder erstmal den Rausch ausschlafen, na klar. Was für eine herrliche Präsentation, oder? Ein Teil von uns ist immer in Alex auch zu finden, hier müssen wir es so sagen. Nice. Wir haben... Oh, unsere Schorken sind kaputt, ich bin auch nicht auf der... What? Echt? Schade, wir haben keinen... Das ist bei allen so. Oh Gott. Shira. Ja, hat auch so ein bisschen die Animation leicht verpackt und hat eben irgendwie ein sehr glitchiges Schwert und kriegt das nicht so richtig gegriffen. Das ist ein schlüpfriges Scheißerchen. Boing. Boing. Entweder der Schwertgriff ist sehr, sehr glitschig oder es ist ein sehr starker Magnet dran installiert und es verbreitet sich, oh Gott. Und dann ploppt das immer wieder gegen, so. Sind sie verbuggt oder doch du? Oh, interessante Frage. Vielleicht wir alle. Okay, kommen wir trotzdem zum Set. Was ich sehr, sehr geil finde, ist erstmal die generelle... Es ist der Magnet. Ja, ein Magnet in meiner Hose, Freunde. Lul. Was ich sehr geil finde, ist erstmal das Spiel mit den hellen Lichtfarben und der Dunkelheit. Wenn wir uns allein den Kopf ansehen, im Rahmen der neuen Charakteroption mit diesen goldenen Augen und der schwarzen Mähne, das allein ist schon richtig, richtig cool, was die Kontraste angeht. Dann relativ simple Schwerter aus BFA, auch wenn ich mich nicht irre, mit einer schönen goldenen Illusion. Ein paar Teile sehr markant auf den Schultern vom Monk, ja, genommen, die eben ein ähnliches Licht ausstoßen und ansonsten geschaut, das war schon eher mit dunklen und kalten Tönen hier spielen, in der Brust, in der Hose, hier mal ein bisschen blau, da mal ein bisschen grau, ja, was aber wirklich gut zueinander passt, was wirklich schön kombinatorisch wirken kann und ja, auch wenn die Animation mit der Zeit so leicht auf den Sack geht, ist das wirklich eine richtig geile Kombination, die wirklich mit diesen hell-dunkelen Elementen sehr schön zu spielen weiß, ja, wirklich cool. Wir haben Issa am Start, oh, was hier direkt auffällt, natürlich zum einen schönes DK-Set, ja, schön beim Blau-Thema geblieben, schön ein paar Todes-Insignen dabei, sehen wir hier im Gürtel, ist mein Mauszeiger gerade drauf, aber auch die Brust, ja, so ein paar eisige Knochen da angedeutet, die sich nahezu rippenartig zusammenzufügen versuchen, Frisur und Co. entsprechend angepasst, ja, hier wieder die fetten Schultern, die wir aus Naxo ähnlich erbeuten können oder unsere Abschlussrüstung natürlich aus dem DK-Startgebiet, und dann die Frostrecher hier, sehr, sehr schön, unsere Artefaktwaffen natürlich, einmal das Feuer, Grüße an Bolvar, und einmal natürlich frostig geblieben. Was ich hier noch geil finden würde, wäre, wenn wir dieses Feuer ein bisschen mehr noch repräsentiert hätten. Das wirkt so ein bisschen verloren, wisst ihr, was ich meine? Ich finde es nice, ich mag diesen Farbtupfer, aber ich glaube, es könnte ganz geil sein, und wenn es nur der Gürtel ist, oder es müssen jetzt nicht die Schultern sein, aber ich glaube, noch so ein orangener Farbtupfer kann man vielleicht mal probieren, könnte glaube ich als Ausgleich richtig, richtig cool sein. Kann auch sein, dass Scheiße aus wird, aber ich stelle es mir gerade, das Scheiße wird, aber ich stelle es mir gerade ganz cool vor. Nice, interessante Kombination. Haare orange, auch gut, ja, auf jeden Fall, was sehr eigenes, und hier sind Blümchen, die sind von mir, oder? Kacke ich Blümchen? Wegen meinem Stab, ne, wegen, wenn man eigentlich ein Date beim Picknicken hat, aber morgens wieder die falschen Tabletten genommen hat, ne? Ach, eine Situation vorne. Unangenehm. Wir haben außerdem Zwieback am Start mit Orochi, oh, wow, ich sehe, was du da getan hast. In einer, schon eher, Old-God-lastigen Variante, mit dieser herrlichen Maske aus den Visionen, mit einigen Teilen aus 8.3 mit einer sehr schönen Todesritterschulter und dazu, was ist das für eine Waffe? Das ist auch wieder MOP mit dem Schar. Da haben wir ja heute drei Leute mit Scharwaffen, das ist ja auch crazy, hör mal. Coole Idee. Auch hier wieder, waffentechnisch, muss ich sagen, coole Idee mit dieser Umsetzung. Eine sehr leerenartig verzerrt und eine eben mit diesen Todesessenzen von der Shadowlands Vorbestelle-Illusion. Und ich finde, das funktioniert an sich ganz gut, nur das linke, das können wir ihm jetzt nicht irgendwie negativ aufheimsen, ja, aber die ist mir fast zu dunkel. Das liegt aber alle an der Illusion. Ich finde, diese Illusionen, die wirklich die Waffe voll und ganz vereinnahmen, die sind einfach sehr schwer komplett unterzubringen, ohne dass die mega rausfallen, ja. Deswegen verbuchen wir es einfach mal als sehr besonders auffällig, aber wenn die jetzt noch so mittelwert wäre, ja, zwischen, ich sag mal, der anderen Illusion und diesem Blauton, den die Schultern aufweisen, wenn die so aufklappen, das wäre natürlich mega geil, aber auch so funktioniert das mit diesem vorherrschenden leeren Thema und diesem Tod und diesen farblichen Essenzen wirklich sehr, sehr gut. Definitiv auch eine coole Sache und hier unten, schaut mal, die Zehennägel, oder? Oh, Pediküre, Maniküre, Gorkenmaske, liebe Freunde. Crazy. Also die Server spinnen wirklich, stehe hier rum, dann Disconnect, dann sehr langer Ladebalken und mit Glück wieder drinnen oder ein Charakter mit diesem Namen ist schon vorhanden oder startet erst gar nicht das Game. Wird bestimmt geil am Mittwoch, ja, wie gesagt, hoffen wir das Beste, aber rechnen mit dem Schlimmsten. Bin mal raus für heute, wünsche euch noch einen schönen Abend, kleinen Finger, danke fürs Reinschauen, mach es gut und euch danke ich für den Run und Dankeschön natürlich auch für die schönen Sets, die hier wieder einmal präsentiert wurden. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, ob das funktioniert, ob wir jetzt unseren Allianz Skip Run entsprechend auch noch hinbekommen oder ob das eher düster aussieht. Ich bin ja froh, dass es erst jetzt langsam eskaliert und nicht gleich 16 Uhr, wo wir angefangen haben. Das ist ja so ein bisschen, nennen wir das Positive Sehen bei all der Scheiße, aber naja, schwaches Trostpflaster in dieser Hinsicht. Bin, also noch bin ich online, na dann, wollen wir das mal schnell probieren. Ich komme auch mit Mr. Explodiertes Kissen als Frisur. Und dann gucken wir mal, Freunde. Skip Run, wie vorhin auf der Horden-Seite, jetzt auf Ali-Seite. Dankeschön an Mavrid für Stellen von eben jenem. Und da machen wir quasi nur Elisande und Gul'dan. Ich port mich eben hin, dann lade ich ein und dann geht die Gruppe auch schon auf. Wo habe ich es denn? Da, Dalaran und Mavrid Raid wieder zu, runterscrollen zu M. Da ist er. Jawoll, können wir dann gleich mal noch einladen. Der Zwerg mit seinem Mock am Anfang hatte er etwas von Sheamus, von der WWE. Kenne ich leider gar nicht. Shion, bin ich zu krass raus. Muss ich gleich mal gucken, wenn ich fliege. Und dann weiß ich bestimmt auch genau, was du meinst. Dann gucke ich eben, was das ist oder wer das ist, besser gesagt. Und dann geht die Gruppe auf. So, goggeln wir einfach mal. Da ist der gute Mann. Okay. Ja, ich verstehe auf jeden Fall deinen Vergleichspunkt. Nur fehlt ihm hier überall so ein bisschen die blaue Malung noch. Dann wäre es real. Aber kann den Vergleich auf jeden Fall nachvollziehen. Fühlt man nicht. Ich gehe mal die Haare färben. Ja, gönn dir auf jeden Fall. Ich habe letztens, ich habe ja reingeschaut beim lieben Herrn Hedenberg, Alter. Man kennt ihn, Hedenberg natürlich. Ist auch immer schön vorbeizuschauen. Und da hat er so einen 24, 25 Stunden Stream gemacht. Und ich habe anfangs kurz reingeschaut, habe dann selber gestreamt, habe dann nochmal reingeschaut. Und dann ist etwas passiert, was sehr häufig bei so längeren Streams mit Events vorkommt. Der Mann hatte auf einmal rosa Haare. Und ich denke so, hä? So im Effekt so ein Sekundengedanken. Nicht mal bruchte er in einer Sekunde half-falscher Stream und dann rasselte es so durch. Ja, von wegen nee, Challenge, 24 Stunden gelöht und Co. Aber ich habe erst mal wieder blöd geguckt. Das war bei Muri auch so. Das war, wann war das? Vorletztes Friendly Fire? So gucke ich rein, gucke wieder weg, gucke wieder hin. Hat Muri auf einmal rote Haare und sieht aus wie das Sams, weißt du das? Das war auch schön. Okay, Gruppe LOL, LOL-Freunde einmal Skip-Run-Nachtfestung. Wer mit möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Und dann rödeln wir einmal durch Hegenkranz. Vielleicht auch das Mix. Hallöchen. Grüße. Meine Frage, die Bosse im Dungeon Endzeit sind ja random. Wechselt die pro Tag oder ist das für jeden Tag random? Ich glaube, das ist pro Run random. Oder weiß es jemand genau? Aber ich meine, dass das tatsächlich immer wechseln kann, wenn ich jetzt nicht falsch liege, aber das werden wir gleich die wissenden Endzeit-Fans bestimmt genau beantworten können. Ich mache das jetzt gerade daran fest, dass ja Endzeit auch bei der Zeitwanderung mit drin ist. Wenn Cutter Zeitwanderung ist und ich meine, dass ich da jedes Mal bei einem Run fiebere, ob das jetzt der Schrein mit Bane wird oder lieber Tyrande oder Sylvanas und so und dass das da, zumindest wenn man über den Browser anmeldet in der Eventwoche von Run zu Run wirklich unterschiedlich ist. Aber ob sich das jetzt ändert, wenn du so rein rennst, das kann ich dir anhand dessen leider nicht ableiten. Okay, Gruppe ist voll. Vorne wie immer, bitte dran denken, dass wir nur pullen, wenn alle da sind und dass wir natürlich vorher möglichst alle ran porten. Wir haben diesmal keinen Hexer in der Gruppe. Das heißt, liebe Leute, bitte draußen mit porten, dass wir alle ran bekommen. Ansonsten stehen wir oben und dürfen nochmal rausrennen. Darum viele Hände machen der Arbeit, schnell ein Ende oder wie war das? Und dann können wir das auch schnell mal durchklicken. Arruwa, Hallöchen, hat er mich jetzt zurückgeportet und diese komischen Zuckungen vom Schurken sind weg? Hätte ich das mal eher gewusst, ne? Siehste, direkt die Wunderheilung vollbracht. Sehr schön, hier sind schon unsere Porter, das ist super. Die kriegen das, wir haben das auch mega im Griff hier. Gucke unsere gut behüteten Kollegen, da müssen wir gar nicht groß reinquatschen, dann gucken wir schon mal wie das aussieht. Jawohl, gucke ja da mit Management im Chat sogar, da muss ich ja gar nichts weiter tun. Vielen Dank, liebe Port Crew, für euren steten Einsatz hier. Ach Mist, dann muss ich noch auf Bane warten. Sad life. Nur Haare orange zieht nicht, der Decay bleibt grau. Ja, Haare ist ja auch nochmal so ein Mittel, was man dann ja auch so ein bisschen abseits der Rüstungswirkung dann betrachten kann, ne? Und dann, dann kann es auch sehr schnell ein bisschen umschlagen. Dann bist du auf einmal auch so ein Decay, der gerade so einen 30-Stunden-Stream gemacht hat. Musstest dir die Haare färben. Ach Mann, Team, toll, ein anderer macht's. Ja, so war das bei mir in der Schule auf jeden Fall auch immer. Hier ist schon so aufgeräumt, Freunde. Das ist ja verrückt, muss ich gleich nochmal gucken. Nicht, dass ich hier auch mit ID rein stolpere, aber nein, hier wurde einfach schon aufgeräumt von unseren tapferen Recken. Sehr schöne Sache. Sehr schön. Grim Reaper, hi. Mighty Dunks, hi. Ich hab ne Frage. Irgendwie werden mir seit heute die Schadenszahlen nur noch grau angezeigt. Weiß jemand, woran das liegt? Da hab ich versehen nicht was umgestellt. Höre ich auf jeden Fall zum ersten Mal. Sollte das bei euch anders sein, Freunde, dann helft uns gerne aus. Aber dass die grau angezeigt werden, würde ich jetzt spontan erstmal auf ein Add-on tippen, was du vielleicht noch nicht geupdatet hast oder was du geupdatet hast und was einfach gar keinen Bock auf dich hat. Aber ansonsten bin ich da leider erstmal ziemlich ratlos. 54% Haltbarkeit. Oh ja, siehste, so ist das. Wenn man mit den Chars immer nur bei den T-Mock-Runs mitkommt, die sonst überhaupt nicht spielt und dann auch sowas völlig vernachlässigt. Sich dann halt wegportet, ausloggt und aussehen, und aussehen, sind, wie es so ist. Guti, hier wird schon aufgeräumt, richtig auch vorne, hör mal, na da, gehen wir doch mit rein, hier mit unserer herrlichen Explosion. Gucke da, oder haben die miesen Nachgeborene noch keine Chance. Bam, Makan-Beschuss, Junge, ist genau wie in Torgast, wie wir es in Torgast geübt haben. Hat jemand 50 Bits gesehen? Ich gerade, Kloa, Dankeschön. Kloa schiert hier wild umher, ne, haltet ihn, haltet ihn. Auf Add-on habe ich auch schon getippt. Ja, also man kennt es ja so durchaus von Games, dass dann auch die Schadenszahlen immer mal unterschiedlich farbig angezeigt werden. Wir hatten das ja auf YouTube beim Remnant Let's Play vor kurzem auch, ne, irgendwie, Normalschaden ist dann weiß, und Crit ist gelb, und Schwachstelle rot, und was nicht alles, ja. Vielleicht hast du da irgendeinen Add-on, was sowas dann auch darstellt, mit Crit sind anderen Farben, oder, keine Ahnung, könnte ich mir jetzt auch nur an den Haaren herbeiziehen, so eine Erklärung. Weiß ich leider nicht. Slice, hi. Hier finde ich bestimmt jemanden, der mir zum Thema Temok-Nachtfestung helfen kann. Der elegante Herbstumhang, den gibt es in vier verschiedenen Längen. Auf welcher Schwierigkeit droppt der Lange? Boah. Ey, das ist so eine Million-Frage, bei Wer wird Millionär, oder? Und die Antworten sind dann LFR, Norm, Hero, mythisch. Ich würde vermuten, dass der Lange auch beim höchsten Schwierigkeitsgrad droppt, oder? Das ist jetzt nur mal so eine Vermutung von mir. Warte, ich gucke mal gerade. Was sagst du? Herbstumhang, ne? Die hier sind das dann. Wieso habe ich die denn eigentlich noch nicht? Boah, und bei allen steht Weltbeute, ne? Ist das reudig. Das Problem ist halt, ich habe den, und wir rennen ja eigentlich nur mythisch, ne? Hm. Naja, das ist schwierig. Das ist, das könnte auch so die Anfangsfrage sein, bei Wer wird Millionär, wo die das so ordnen müssen, immer, ne? So nach Geburtsdatum und so ein Kram. Ey, ich weiß es nicht. Slice, ich habe keine Ahnung. Hast du bei Wowhead mal gecheckt? Ähm, wenn du das Item eingibst, ne? Wer es gar nicht kennt, wenn ihr mal ein Item sucht oder so, echt das Item bei Google eingeben, dann müsste sehr schnell eine Seite kommen, die sich Wowhead nennt. Das ist eine der größten, wenn nicht die größte Datenbank, die wir haben. Und da wird dann aufgeschlüsselt, wie das Item aussieht, wie das heißt, mit wie viel Prozent das droppt. Und, jetzt ganz wichtig, ganz wichtig, da gibt es eine Kommentarsektion. Und da tauschen sich so häufig Leute aus zu aktuellen Bugs, zu Problemen zu. Ich könnte mir vorstellen, noch solchen Fragen und geben da dann Tipps. Deswegen, wenn er sowas mal sucht, auch nie die Kommentare vergessen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen es unsere fleißigen Mitstreiter hier gerade im Chat, aber ich muss passen. Harzwild, die 10a des Erfolgs, alle einfallenden Arbeiten an andere abschieben, anschließend anscheißen, aber anständig. Sehr schön. So, das kann man nochmal verinnerlichen, oder? Sehr schön. Weiß jemand, wo der geheime Nebenraum in der Rabenwehr ist, hat einen Schlüssel gefunden. Boah, das war relativ am Anfang noch, oder? Bevor es diese Wendeltreppe hochgeht, bei diesen ganzen Karten. Kann das sein? Alter, wie lange ist Rabenwehr her? Oh mein Gott. Nee. Freunde, ich kann nur mutmaßen gerade bei euren Fragen. Es ist sehr lange her. Ich weiß es nicht. Der ist so geheim, Kitorio, der wurde lange vergessen, das Wissen. Musste erstmal noch eine andere mehrstündige Questreihe machen, um dieses Wissen dir wieder anzueignen. Was ist eigentlich eine gute, aber realistische Gegenstandsstufe für einen Casual-Noob? Boah, das ist relativ schwierig, weil ich durch den Squish jetzt gar keinen Plan mehr habe, was irgendwas ist. Ich hätte jetzt gesagt, 100 aufwärts sollte für alle, egal wie sie spielen, auf jeden Fall erstrebenswert sein, oder? Ich glaube, 100 aufwärts, was haben denn meine momentan unterm Stream? Hier, lass mal gucken. Mein Main, der hat 130, meine weniger gespielten, die haben so 111, 103, mein Mage. Ja, würde ich schon sagen. Also egal, ob Casual oder nicht, 100 aufwärts muss eigentlich drin sein, oder? Ich denke ja. Ich habe einen Gürtel, Kette Nonset, liebe Leute. Wer den haben möchte, kann ihn gern bei mir abholen, aber das würde höchstwahrscheinlich auch jeder irgendwie anders beantworten, je nachdem, wie er spielt, wie er das kennenlernt, oder auch nicht, und wie es so ist. Aber ich würde sagen, so 100 rum, gerne aufwärts. Wow, es ist schon durchgecheckt. Oh nein, meine Hoffnung, sie ist gestorben. Sie ist weg. Sebro, hallöle, hi hi, wir haben, ah ja, gucke, den Gürtel, herrlich, gleich losgeworden. Jetzt Mount Drop, Leute, ihr wisst Bescheid. Reittier, Reittier wollen wir sehen. Darf ich dich zu WOD mal was fragen? Hab damals das Addon ausgelassen, der wäre aber gerade mein vierten Twink. Laut Lore ist Garrosh aus Pandaria mit dem Bronze Drachen nach Drenor geflohen, genau. Garrosh wurde von Thrall in Steinart gefasst und vom Blitz geröstet. Welcher Garrosh ist das dann? Unserer. Denn, warte, ich lese erst zu Ende, durch die Zeitreise müsste es doch einen jüngeren Garrosh geben. In WOD checkt das Lore mäßig Null und wer ist von Drenor und wer aus unserer Zeit. Zum einen, völlig okay, total verwirrt zu sein. Das geht sogar Blizzard Mitarbeitern so. Zum anderen, wurde diese Zeitlinie sehr versiert ausgesucht von Kairos. Kairos Stormu war glaube ich der Bronze Drache, der Garrosh geholfen hat. Und der hat geschaut, dass er eine Zeitlinie findet, wo weder Thrall noch ein Garrosh geboren ist. Damit diese Fragen gar nicht aufkommen. Also, er hat mehr nach Garrosh geschaut, aber natürlich auch wegen den anderen, ja, um zu verhindern, dass wenn da Spannungen sind, diese Heinis nicht dazwischenrufen, wie sie es in jener Zeitlinie vermutlich getan hätten. Und darum konnte das so klappen. Weil er ganz minutiös geschaut hat, dass die Rahmenbedingungen so gut passen, dass die Charaktere, die er da hinschleusen wollte, in dem Fall Garrosh, eben wirklich nahezu nahtlos einzugliedern sind, ohne dass jemand blöde Fragen stellt. Ist am Ende dann doch nicht so geworden, wie sie es ursprünglich wollten. Alles ist eskaliert, ja. Und die Charaktere, die du jetzt angeschnitten hast, was auch nur Garrosh war, ich weiß nicht genau, warum ich ständig in die Mehrzahl ausarte, aber diese Charaktere, die jetzt in dem Beitrag erwähnt wurden, das sind dann unsere, ja. Und bei den anderen Sachen, auch wenn man jetzt auf Prophet Velen zum Beispiel schaut bei der Questreihe im Schattenmondtal, da hat sich dann beispielsweise auch der aus dieser Zeitlinie geopfert und so. Und um sich diese Fragen zu beantworten, muss man am besten, so simpel es klingt, die Augen sehr weit aufhaben, sehr genau hinschauen und auch zuhören, wenn diese Charaktere aufeinandertreffen oder man sich unsicher ist. Es gibt immer Hinweise, ja, die manchmal versteckt sind und generell Zeitreisenthematik, ja, hat sich Blizzard einfach so ein Ei gelegt ins Nest und das kriegen sie gar nicht so einfach raus. Sie müssen es jetzt ausbrüten und läuft so lala manchmal. Also da verwirrt zu sein, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das geht uns allen so und auch Blizzard selber. Und letztens haben wir ja in der schönen Geschichte, die wir gelesen haben, von Nobundu und den Drenai-Schamanen und so haben wir ja erfahren, dass auch die Elemente von allen Welten aus im ganzen Universum kommunizieren und darum kam es auch raus, dass Thrall auf Drenor die Elemente zwang, Garrosh zu richten und deswegen haben auch die Elemente auf Azeroth ihn dann verlassen und sich quergestellt, weil die auch so transdimensional kommunikativ existieren und so entsteht dann auch diese Verbindung. Kairos hat extra darauf geachtet, dass Blizzard beim Erzählen der Geschichte kein Problem hat. Ja, so kann man das auch sagen. Shion hat es gefunden, wenn ihr den Schlüssel von Kalindras erhalten habt, dann findet ihr den Nebenraum nach dem zweiten Boss im Dungeon Rabenwehr. Mit dem Schlüssel öffnet ihr ein rostiges Tor, hinter dem sich ein Quartiermeister befindet. Der kann unter anderem Blut von Sageras Gold und Artefaktmacht-Items droppen. Mit viel Glück ein Legendary, so wie jeder Boss. Wenn ihr die Tür zum Miniboss öffnet, verschwindet der Schlüssel zwar, aber ihr erhaltet dauerhaft Zugang. War ich ja gar nicht so falsch, ne? Gucke, dann waren meine vagenunsicheren Antworten ja doch. Zum Teil zumindest richtig. Shion, Dankeschön fürs Raussuchen. Bono, Hallöle. Ah, aber durch das er Gommasch ja gewarnt hatte wegen dem Fell und so weiter, hatte das ja keine Auswirkung auf unsere Zeit, nur auf die Parallelwelt. Genau, denn, und jetzt kommt einer der allerschlimmsten Punkte, wir sind in WOD ja nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch, wie du gerade richtig geschlussfolgert hast, in eine andere Zeitlinie gereist. Und deswegen kam es ja überhaupt so zustande, dass wir da so andere Begebenheiten hatten und kein Thrall und kein Garage geboren war. Ja, und deswegen sind die Auswirkungen auch derart anders unsere Welt betreffend dann ausgeartet, ne? Genau, und das ist so ein Problem, was viele auch bis heute nicht wirklich verstanden haben und weswegen die WOD auch immer als totalen Blödsinn abstempeln. Es gibt loremäßig, haben wir gerade geklärt, wirklich schwierige Elemente und das hat Blizzard mittlerweile auch gemerkt und da kann man sie über den Nutzen und die Sinnigkeit und die Nötigkeit auch gerne streiten, aber viele haben diesen Punkt überhaupt nicht verstanden, ja, dass wir nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in eine generell andere Zeitlinie gereist sind. Kann man die alten Artefaktwaffen noch nachträglich nachbauen, also die aus Legion, ja, ja, also du kannst auch noch alle Skins freischalten, du kannst dein Klassenreit hier holen, wenn du das noch möchtest, aus Legion, indem du die Kampagnen machst und so, nur der Magiaturm, das war ja diese Solo-Herausforderung am Ende von Legion, der ist mittlerweile rausgeflogen, den Skin kannst du nicht mehr bekommen, aber alles andere, das ist nach wie vor erhältlich. Okay, Freunde, leider wieder kein Mount, ich habe noch Stoffstiefel bekommen, falls ihr jemanden braucht von Gul'dan, dann könnt ihr mich gerne noch anhandeln, ansonsten sind wir auch hier ein weiteres Mal durch mit dieser Geschichte. Nice. Sidecraft, eine Frage, bei der Questreihe Gleichgewicht der Kräfte muss ich da immer noch Ruf haben bei den Nachtsüchtigen, um die Reihe zu beenden für Waffenskins? Ich habe die länger nicht gemacht, Ben, aber ich meine ja, ich meine, dass nach wie vor jung und alt, neue und alteingesessene Spieler bei Gleichgewicht der Kräfte kotzen, weil da relativ wenig vereinfacht wurde und deswegen darfst du das alles noch genauso machen. Ja, Artefakt-Skins freischalten ist nach wie vor, wie auch Klassen-Mount freischalten, eine Char-gebundene Sache mit wenig übergreifenden, mit wenig bis keinen übergreifenden Effekten, deswegen darfst du das alles noch machen, aber lohnt sich. Also Gleichgewicht der Kräfte, das ist ja zum Beispiel der brennende Aschenbringer-Skin, ja, das ist schon eine geile Nummer. Auweia, was haben die damals da gedacht? Nett gemacht, aber Umsetzung bezüglich Timewalk und Co., es ist übel, ja, es ist ganz, ganz übel und auch jetzt mit Shadowlands und Co., wie die Seelen da landen und nicht, also so, es gibt immer vage Antworten von Lore-Entwicklern und Designern, aber so unglaublich vage Antworten, wie das jetzt ist, wenn wir zum Beispiel Draka in Shadowlands treffen, ja, wurden sie gefragt, was ist, welche Draka ist das? ist das die Draka aus Drenor, wenn nein, wo ist die und ist das unsere und hin und her, ja, und dann haben wir, pass auf, die Antwort, die Antwort war folgende, ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Seil, kein, kein Joke, auf die Frage, wie das ist mit den Seelen in den Shadowlands, bei Beispiel Draka, welche das ist, haben sie geantwortet mit, ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Seil, so, und ein Seil besteht aus mehreren, so Fasern, ja, und da kannst du jetzt eine so eine Faser rausnehmen, schönes Hanfseil, schöne Hanffaser, so, ja, aber dann hast du immer noch das Seil, so, und letztendlich setzt sich dieses Seil aus vielen Fasern zusammen und selbst wenn du eine entferntst oder eine fehlt, ist es immer noch das Seil, so, und alle gehören auch dazu und was wir mit dieser unglaublich seltsamen Wagenvergleichsantwort letztendlich sagen wollten, ist, dass die Schatten dann ja auch alles durchziehen und alle Teile dieser Seelen dann in einem Charakter zusammenfließen und es nicht so um die Seele als Einzelnes geht, sondern um das, was den Charakter ausmacht und da gibt es immer eine Schnittmenge, egal in welchem Universum, egal in welcher Zeit, und diese Schnittmenge setzt sich dann in den Schattenlanden quasi zusammen, aber was zum Fick ist diese Erklärung und vor allem die Art der Erklärung auch, ne, also holy fuck, Freunde, Dankeschön für diesen Run, vielen, vielen Dank fürs Zurverfügung stellen von diesem herrlichen Skip auch auf der Ali-Seite wieder. Krav, warum liebst du deinen Bluteuder so, also warum dieser tankt nicht einer der anderen, sag ich dir, antimagische Hülle. Zum einen mag ich es mit einem Blutiker, Heiler in der Heilung abzuziehen, zum anderen gefällt mir der Taurer einfach super, super gut und zum anderen antimagische Hülle ist eine so unglaublich geile Fähigkeit, ich weiß nicht, ob du meinen Blutiker-Guide zu BFA gesehen hast, da hab ich so ein paar Beispiele aus den aktuellen Raids gebracht, da kannst du als DK die Mechanik des Bosses aushebeln mit einer perfekt getimten antimagischen, kriegst du einfach einen Debuff-Stack nicht oder so und kannst den Boss dann länger halten, musst seltener abspotten und machst einfach die ganze Mechanik des Bosses zu deiner Bitch und kannst zu einer ganzen Gruppe, in dem du den länger hältst, viel mehr Freiheiten geben, der andere Tank kann länger rumlaufen oder was weiß ich nicht und solche Sachen, die summieren sich dann auf, jetzt ein Beispiel, was man damit machen kann, die summieren sich auf und das ist hammergeil und das gefällt mir am DK und das macht ihn für mich sehr besonders, im Vergleich zu vielen anderen Tanks, wie ähnliche, andere auch schöne Vorteile, wie auch Nachteile mit sich bringen, aber ich sag immer, solange ich meine antimagische habe, werde ich höchstwahrscheinlich beim DK bleiben und dann macht man einen Knoten rein, dann hat man den Salat, so sieht's aus, ich übersetze mal, wir von Blizzard wissen es nicht, sie haben schon einen Plan, aber wir wissen, bis wir diesen Plan vollends verstehen und nachvollziehen, hmm, dauert so ein bisschen, ne, dauert, Spieler, warum ist das so, Blizzard, weil, Baum, genau so, das ist die Antwort, okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir machen noch ein Horden Run Königsruhe, doch als Abschluss, um unseren Raptor vielleicht nochmal so eine Chance zu geben und dann haben wir heute, glaube ich, alle Nachtfestungsübersättigung, würde ich mal sagen, ich komme mit dem Dudu und tänk das Ding mal eben durch, hab jetzt Trick 17 bei dem Herbstumhang gemacht, konnte bei Wowhead den Schwierigkeitsgrad einstellen und hab mir dann die 3D-Ansicht angeschaut, LFR ist der kurze Fetzen, Normal der lange, Hero der geteilte und mythisch der mittlere, der Spitz zuläufe, ja nice, man muss sich nur zu helfen wissen, oder? Einfach gelöst, das rätst du, ja krass, danke fürs Teilen, braucht man immer noch den Pfadfinder für das Klassenmount, weiß ich nicht, da haben sie ja jetzt auch ganz viel dran geändert, ich hätte jetzt gesagt, ja, weiß es jemand genau, möchte ich aber meine Hand nicht für ins Feuer legen, weil ich hab das komplett fertig gemacht, so Legion alles, deswegen lese ich mir auch nie was durch, wenn da sich noch was verändert oder vereinfacht wird, das kriegen wir dann nur immer im Streamer mit, wenn diese Frage aufkommt, deswegen möchte ich jetzt da lieber mich enthalten und mal gucken, was die anderen so sagen, Leider konntet ihr den Lore Talk nicht zu Ende bringen, gab es andere, die die komplette Lore in Form eines Podcasts erzählt haben, äh, ich denke nicht, ich denke nicht und wenn würde ich die nicht bewerben, ich habe heute mal wieder Eiskrone geradet und habe mir da Gedanken über Shadowlands gemacht, in einem deiner Videos hast du ja über die Krone der Dominanz geredet und hast ein paar Textpassagen aus dem Arthas Buch vorgelesen, da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, sind wir Helden Champions vielleicht der eigentliche Störfaktor, vielleicht hatte ja Arthas mit Aufsetzung der Krone den Jailer schon gespürt und wäre eigentlich stärker, als er da den Geist von der Suhl, da er den Geist von der Suhl verdrängt hat. Das ist eine sehr interessante Ansicht und du hast da auch durchaus richtige Fragestellungen im Kopf, allerdings, sagen wir immer, in den Retail Streams wollen wir spoilerfrei bleiben, deswegen kann ich dazu nichts sagen, sonst werde ich mies geschlagen und mit Fackeln aus dem Dorf gejagt, aber ja, behalte all diese Eindrücke und Fragen, die du da gesammelt hast, auf jeden Fall im Hinterkopf und ich sag mal so, es wird nicht weniger spannend, wenn Shadowlands dann auf den Servern ist. Brauchst du nicht mehr? Braucht man nicht mehr, da hören wir uns. Nice. Pfadfinder braucht man also nicht mehr. Genau, ich hätte so antworten müssen, wie Blacky das gerade sagt. Klassenmount und Pfadfinder, Freunde, die sind wie ein Seil. Ach, schön. Okay, Leute, ihr kennt es. Organisiert, benutzerdefiniert, L-O-H-L, bitte ein bisschen Gear mitbringen, wir machen jetzt mehr oder weniger aktuellen Content und wollen plus null natürlich nicht tryharden und mit dem Dodo war ich auch zum Glück noch nicht, wie es aussieht. Nö, alles cool. Dann können wir ein bisschen Mount gönnen, dies, das, Leute. Attacke, Heiler und D-D-D-S brauchen wir. Hier sind schon mal unsere D-D-S und da ist unser Heiler, sehr schön. Wer es heute nicht in die Gruppe geschafft hat, war ja nur ein Run jetzt für Königsruf, Freunde. Weder der Erste noch der Letzte wird das gewesen sein. Beim nächsten Mal sieht es bestimmt besser aus. Ja, diese Seilantwort, die müsste man sich jetzt so ein bisschen angewöhnen, ne? Da müsste man jetzt anfangen, genau so zu denken und dann kann man auch noch viel mehr in der Lore vorhersehen, als wir es uns ohnehin schon einbilden. Gnollte, was machst du da für perverse Sachen? Und Freunde, viel wichtiger, bestelle ich heute eigentlich? Ey, Lieferando hat mich schon erinnert, Freunde, ihr habt anderthalb Wochen nicht bestellt. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder eine? Muss mal gucken nachher. Auf jeden Fall von Lieferando eine Mail von wegen, na, wie wär's mal wieder? Ich meine, die Mail kriege ich auch, wenn ich drei Minuten lang nichts bestellt habe, aber da dachte ich, ja, ja, ja. Ihr sprecht weise Worte. Mal gucken. Mütisch ist eingestellt, geportet wird. Dann können wir rein hier. Dann können wir rein. Manetsu, vier Monate. Huhu, Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Und dann hoffen wir, dass wir eine schöne, schöne Königsruhrunde noch hinbekommen. Bitte mit Raptor. Es wär so schön. Vielleicht ist das auch ein Hint auf zukünftige Gegebenheiten. Craft, du müsstest das wissen. Wie viel bekannte Seile gibt's in der Lohre? Eigentlich müsste man's machen, oder? Und so ein Video jetzt machen aufgrund dieser Aussage und Seile suchen. Das wär so, so bescheuert. Würde ich feiern, echt. Solange dein Lieferant nicht bei dir anruft, um zu fragen, ob du noch lebst, ist alles okay. Das stimmt, dann müsste man doch mal so sein Bestellverhalten ein bisschen überdenken, ne? Aber solange dieser Fall nicht eintritt, Leute, sind wir safe. Glück gehabt. Glück gehabt. Hast du deinen obligatorischen Döner schon gehabt? Ne, eben nicht. Ich hab wirklich jetzt eine Weile nicht bestellt, weil bei uns auch erstmal noch so Unsicherheit war von wegen, wie ist es jetzt mit Beschränkungen und nicht und hin und der und da warte ich dann immer erstmal ein bisschen ab, bis sich so die ersten Panikphasen gelegt haben bei allen oder was heißt Panikphasen, die ersten Unsicherheiten und davor war ja Sheroon noch da, da haben wir natürlich auch generell viel gegessen und jetzt musste ich erstmal wieder meinen Fastfood-Konsum, ich sag mal, angleichen und das bedeutet, ich musste erstmal ein bisschen reduzieren, damit es nicht in nur Fastfood ausartet, ne? Aber jetzt, Leute, jetzt ist es eigentlich safe zone. Jetzt kann man wieder schön über Dönerquoten und Co. reden. Haben wir gerade eine Schinken-Champignon-Pizza und eine Lasagne bestellt? Alter, das ist aber auch eine schöne Doppelgönnung, oder? Da sehe ich mich. Was für eine Frage, gönnen dir Döner, oder? Es muss schon sein, wir müssen ja auch in diesen chaotischen Zeiten, Freunde, unsere Restaurants und Liefertypis und Co. müssen wir ja supporten, ne? Da müssen wir schon auch den Kopf hinhalten, aber klar. Jetzt habe ich selber Bock auf Essen bestellt. Ja, das bleibt leider nicht aus in unseren Streams immer. Essen ist jetzt, ich sage mal, nicht unauf Thema bei uns, ne? Weil wir alle verfressene, miese Nerds sind, Leute. Und solche, die es noch werden wollen. Bist du noch dieser Döner-Teller-Typ oder eher Schnitzel mit Pommes, Mensch? Boah, ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte auch mal wieder richtig Bock auf so schönen Schnitzel, ja? Wenn ihr euch an einen meiner, ja, werden die wenigsten jetzt können, aber einen meiner allerersten Insta-Posts erinnert, wo ich mit Chiron essen war in so einem Schnitzel-Haus und da gab es so ein richtig Mega-XXL-Schnitzel, ja? So die echt fetten Teile. So, da habe ich so auch Bock drauf, ne? Aber wie es so ist aktuell und deswegen habe ich schon Bock auf Schnitzel, aber insgesamt bin ich eher der Döner-Teller-Typ. Ja, gib mir Döner-Teller, schön Pommes, Alter, beste Leben, Knobisauce auf Nacken und ich bin einfach in dem Moment des Essens bin ich so der glücklichste Mensch der Welt und mein eigenes kleines Universum ist in bester Ordnung, ja? Und das hat noch kein Schnitzel geschafft. Vielleicht ist das irgendwann so, aber ja, ansonsten, ansonsten findest du mich beim Döner, Auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon bestimmt 20 Paragon-Kisten von Talanji geöffnet und bekomme das verdammte Spielzeug einfach nicht immer nur die Fledermaus. Ey, Maveritt geht mir ganz genauso. Ich habe auch nur noch ein Auge auf die Talanji-Kisten und fahre mir ja nicht mal gezielt Huf. Ne? Ich mache dann hier die Bonus-Missionen, die am Missionstisch am Start sind und achte da auf Talanji, Anji-Ruf und so und vielleicht nehme ich aus Versehen auf dem Weg zum tiefen Fuhl mal noch eine Welt-Quest mit, da diesen Elite Old-God-Diener, ja, der da steht kurz vorm Eingang. Aber ansonsten mache ich da auch wenig. Hat trotzdem gereicht, gerade mit dem Bonus-Ruf-Kram, um ein bisschen was rauszuziehen, aber kein Spielzeug für mich, kein Spielzeug. Da gibt es so ein Toll, was sich in den Blut-Troll verwandelt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber halt so ein Blut-Troll-Kostüm, ne? Eigentlich ganz cool. Willst du deinen Lieferanten etwa pleite gehen lassen, du Ungeheuer? Nein, und meine Lieferanten sind alle voll nett. Entweder sind das so grimmige Opas oder voll die netten Boys und Girls und das kann ich echt nicht machen, Leute. Wir müssen alle viel mehr bestellen. Wir müssen alle endlos fett werden. Das ist doch mal was, oder? Wie das Plakat von Burger King, die machen Werbung für Meckes und andere Fast-Food-Ketten, um die Gastronomie zu unterstützen. Das fand ich auch ganz nice. Wir wollen jetzt natürlich nicht Fast-Food endlos in den Himmel heben, aber so diese Gegenseitigkeit, ja, wo sie sich sonst ja immer eher necken und blöd anmachen und wie es so ist, was natürlich auch bloß den Marketing-Konzepten gerade geschuldet ist, aber was soll's. Das alles mal dahingestellt, fand ich, war einfach auch eine schöne Geste. War schon schön. Hab ich Döner gehört? Muss ich mir nebenan gleich einen holen gehen? So wollen wir es nämlich schon gerade. Ach toll, so ein Döner hat ja auch Vorteile. Der ist immer für einen da, der ist warm an diesen kalten Tagen, das war es im Grunde, er schmeckt, ja, das sollte man vielleicht auch noch anmerken, im Idealfall schmeckt er ja. Und warum kommen hier die nächsten Gruppen nicht? Aber die waren auch kurz Döner holen oder was? Was war denn los bei denen? Leute, ich muss euch übrigens immer vom Essen jetzt wieder wegzukommen, weil jetzt gefühlt auch alle gerade schon schreiben, fuck, ich muss jetzt auch bestellen. Ich hatte letztens einen Traum, wo wir gerade bei Fast-Food sind. Ich hatte einen Traum und es war einer dieser Träume, wo man im Nachhinein nicht verstehen kann, warum man sich A dran erinnert und warum man B mittendrin nicht merkt, dass es ein Traum ist, weil er war so bescheuert. Und zwar waren wir so mit, ich sag mal, großen Teilen der Mad Moments-Truppe, Rocktour, Charoon waren dabei zum Beispiel, da waren wir auch bei Maccas und ich mache ja nur McDrive. Ich hasse es ja reinzugehen, andere beim Essen zu sehen, mich beim Essen beobachten zu lassen, gar kein Fan. Ich mache nur McDrive. Ich kann euch nicht sagen, wann ich zuletzt irgendwie in einem McDonalds drin war. unangenehm sein Fanern. Wobei doch, ich weiß es, da waren meine Schwiegereltern hier und bei denen wollte ich jetzt nicht sagen, ich esse nur im Auto. Da sind wir reingegangen. Da saßen wir draußen, da war nicht viel los, das war okay. Ja, und das ist so eine Vorgeschichte. Deswegen, MacDrive, normale Situation für mich, ja, Standard, so. Und dann haben wir bestellt und haben, das Auto war voll, haben so für drei, vier, fünf Leute eben bestellt und sind dann weggefahren und wir machen es immer so, wir bestellen dann bei Maccas und MacDrive und fahren dann drüben auf dem Parkplatz von, keine Ahnung was da ist, so irgendwie Carglas oder was auch immer und fressen da dann in Ruhe. Schön ein bisschen Radio, Mucke, entspannt, chillen, keiner sieht und hört was geil, feiere ich. Schön in Ruhe fressen und reden, beste Leben. Und ja, das haben wir dann gemacht und dann haben wir festgestellt, hm, irgendwie fehlt die Hälfte der Bestellung. Und ich meine, war eine große Bestellung, kann passieren, viele Leute, dies, das im Auto. Sind wir zurückgefahren, war erstmal mega die Schlange. Hab ich halt geträumt, dass eine fucking lange Schlange bei MacDrive ist, was soll die Scheiße, ja. Und haben wir gewartet, haben wir rumgesessen, getalkt, bisschen Musik gehört und dann kamen wir dran und dann war da halt so ein Typ, ein anderer Typ, den ich auch vorher noch nicht gesehen habe und der hat dann halt gesagt, ja, okay, mach ich fertig und er war super langsam. Ich weiß nicht, ob er mies provozieren wollte, aber er war so langsam und hat dann da die Burger eingewickelt und die Pommes hier mit dieser kleinen Schaufel, ne, in die Pappboxen getan und so und da war ich schon im Traum, weil da hatte ich wieder Puls. Junge, hatte ich den selben Puls, wie vorhin, als wir darüber nachgedacht haben, was wieder für Fragen und Kritiken zum Patch kommen werden. Ja, und dann auf einmal hat er uns die Hälfte der fehlenden Hälfte rausgegeben und meine, yo, hier ist schon mal der eine Teil, aber ich muss jetzt duschen. Erstmal generell seltsame Situation für WoW-Spieler natürlich, aber ich dachte mir auch, okay, bei McDonalds jetzt zu sagen, während wir immer noch nicht die ganze Bestellung haben, ich muss duschen, okay, kann man vermutlich machen. Und dann hat er aber angefangen, sich auszuziehen, bis auf eine Badehose, die er drunter hatte und plötzlich kamen im Meckes, im Mitarbeiterbereich, so Duschköpfe runtergefahren, wo dann halt Wasser rauskam, kein Eis, Eis hat mich weniger gewundert als Wasser und alle hatten plötzlich Badekleidung an und haben dann da geduscht. Und jetzt das Kränkste, alle fanden es voll normal, also wir haben total legit einfach im Auto gewartet. Mein Hörner hat sich nicht gedacht, ja, Bruder, hat es Zeit aufzuwachen in dem Moment. Nein, 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 ohne Witz, das ging auch mega, die haben in Ruhe geduscht, so schön eingeschäumt, die hatten dann so Abflüsse im Boden, ist halt abgeflossen und so, die ganzen Burger waren dann auch voll mit Wasser und Schaum, die Pommes durchnässt und so und dann, als er uns quasi die durchnässte Tüte rausgegeben hat mit der Restbestellung, nachdem sie eine halbe Stunde Beachparty gefeiert haben, da bin ich dann aufgewacht. So. Und das ist so ein Traum, wo ich sage, was zum Fick und warum ist das auch ein Traum, an den ich mich so detailliert erinnere? Was ist denn das, Alter? Was habe ich da geraucht? Oder bin ich am Bahnhof in eine falsche Spritze getreten? Oder Grüße an Frankfurt an dieser Stelle? Also das, es war ganz, ganz seltsam. Verdrängst du etwas, dass du sowas träumst? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern wissen, ich muss es anscheinend hinterfragen, aber Leute, wenn ihr demnächst im McDrive seid und die Leute fangen auf einmal an zu duschen, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. Kennst du diese Jelly Beans von Bertie Botts, also diese mit sämtlichen Geschmacksrichtungen? Ja. Hatte die vor kurzem geschenkt bekommen und die waren echt geil. Zwar nur Pech gehabt, verrotten, das Ei ist ekelhaft, Gras wiederum geht noch, aber es hat Spaß gemacht, schön mit einem Kumpel und dann dem anderen zuzuschauen, was er hatte. Ja, das ist so Erlebnisessen. So, das hatten wir früher auf dem Schulhof auch, da gab es bei IMP so diese Chili- und Currygummibären und so und da hatten wir auch unseren Spaß mit, ne? Nice. Er musste die Pommes waschen, kann sein. Neue Corona-Richtlinie. Die Mitarbeiter müssen alle 10 Minuten eine halbe Stunde duschen, ne? Ganz, ganz seltsam. Ich habe neulich geträumt, ich war in China und während der Flutwelle durch das kleine Dorf habe ich einzeln verpackte Butterkekse gekauft. Es sind so manchmal diese anders seltsamen Träume einfach, ja? Auf jeden Fall. Ich arbeite für nicht näher genannte Softgetränkehersteller, der mit Meckes kooperiert. Ich werde mal veranlagen, verschlagen, dass wir das Eiswürfel-Duschen einbauen für die Mitarbeiter. Ja, den Vorschlag kann man ruhig mal bringen, oder? Da kann man ruhig mal sagen, Chef, ich habe hier eine tolle Idee. Woher? Ja, so ein WoW-Streamer einige träumt. Ist eigentlich bestes Konzept, direkt gratis ausgearbeitet, ja? Herrlich. Wenn das dann so live geht, freue ich mich über eine kleine Erwähnung an so einer Tafel oder eine kleine Beteiligung. Ansonsten toi 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 für dieses Unterfangen. Das war kein Traum, das war die Zukunft. Die Zukunft der Hygiene. Ach Mann, die Explosion bei den Fritteusen, Junge. Träumst du öfters von duschenden Männern? Nein, zum Glück nicht. Ich träume echt nicht unoft von irgendwelchen Sachen mit Wasser, aber Wasser ist halt auch fucking überall, das hat nicht mal mit meiner Tiefseephobie zu tun, aber mein Träum ist echt oft Wasser so. Zum Glück pinke ich mir da nicht ein, kennt man, wenn man im Traum so auf Toilette geht oder so und dann merkt, hm, scheiß Idee, alle. Wait, wait, belass es bei diesem Tropfen. Scobby, Hallöchen und Dr. Steiger, Dankeschön für dein Abo. Danke, danke. Aber vielleicht, wenn die wirklich ständig duschen, dann wissen wir zumindest, warum so oft die Eismaschinen kaputt sind, ne? Kein Wunder. Sehr belastend. Meistens landet man ja vor Gericht, weil man ohne Hose vor jemand anderem gestanden hat, ne, Gnolle kennt sich aus, darf da auch nichts weiter zu sagen, laufendes Verfahren. Oder wenn man im Traum gefühlt 100 Meter abstürzt und kurz vor dem Aufschlag wach wird, ja, und dann so richtig im Bett so komisch springt, ne, und alles einmal zuckt und ist schon, Träume sind schon sehr strange manchmal. Sehr, sehr strange. Muss man für das Legionsklassenmount immer noch die verhärte Küste komplett durchquessen oder gibt's mittlerweile Skips? Nö, da hat sich so gut wie nichts dran verändert, außer, wie wir vorhin gelernt haben, dass man den Pfadfinder-Erfolg nicht mehr auf Zwang mit allem drum und dran machen muss, ne? Aber verhärte Küste sollte in dieser Form noch dazugehören. Meine Frau hat letztens geträumt, ist plötzlich aufgeschreckt und hat mir lautstark gesagt, mach das Licht aus und haben die Chinesen auf den Feldern kein Wasser. Das ist aber auch mal eine interessante Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, es ist manchmal interessant, wenn der Partner sowas macht, ne, war bei Shairoon ja auch. Das war noch eine unserer, unserer ersten gemeinsamen Nächte, wo man noch nicht wusste, wie schläft der andere auch, wie legt man sich und so. Und da habe ich noch gelesen, am Handy, sie hat schon geschlafen, hat sich auch einmal zu mir umgedreht und meinte, ja, irgendwas mit dem Sultan und so. Wir müssen aufpassen wegen dem Sultan. Hüte. 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 Okay, er hat sich wieder umgedreht und weiß jetzt von nichts mehr. Also irgendwas war da auch mit dem Sultan, Freunde. Wenn ihr demnächst vom Sultan bei Meckes bedient werdet und er hat nur eine Badehose an, ab da vorsichtig sein. Ab da immer gut aufpassen, ihr wisst Bescheid. Gegen solche Träume gibt es sicher was von Ratiopharm. Das bleibt zu hoffen, ja. Das bleibt zu hoffen. Gesius, mach es gut. Guten Hunger. Das Blizzard bei neuen Add-ons nie eine Kooperation hat mit McDonald's, wäre doch perfekt. Wir bekommen zu jedem Kids-Menü eine WoW-Figur, ey, da würde ich mir aber auch gönnen. Da gab es mal eine Aktion, ich glaube, zu einem der Pokémon-Filme. Da gab es das bei Burger King. Da hatten die so Figuren. Und ich mochte aber in dem Moment kein Burger King und da ist dann meine Mutter reingegangen und hat einfach nur für die Figuren bezahlt, weil ich Mew haben wollte und dann haben wir da mit denen verhandelt, dass das Kind halt nicht diese Kids-Box haben möchte, sondern nur die Figuren und wir wollen halt ganz viele Figuren, weil ich so großer Fan bin und sie kann jetzt hier nicht 20.000, drölfzig Millionen, was auch immer, so eine Boxen kaufen und haben sie da ewig verhandelt und ich hatte am Ende meine fünf Figuren und Mew, ja, ich habe wirklich Mew gezogen. Geil. Hab nach Exemann eine schlaflose Nacht beschert, bin nachts aufgewacht und habe laut ihr fünf Minuten in eine dunkle Ecke gestarrt und geflüstert, was ist das? Alter! Das ist aber auch dieses andere verstörend, oder? Im schlimmsten, oder im, das heißt im schlimmsten, im besten Fall war es nur eine Spinne, die ja lang gekrochen ist und selbst das ist ja schon unangenehm. Wer weiß, was du gesehen hast, Blackie? War eine Ausbildung zum Scharfseher, ne? Du bist begabt. Hochbegabt. Nice one. Vor ein paar Jahren ist meine Frau aufgesprungen und schrie mich an, es gibt hier keine Bäckerstraße. Hab gegoogelt, hatte recht. Ja, war einfach so ein Funfact gerade mal, Sie dachte, sie überraschte ich und dann läuft das, ja. Das South Park Special zur Pandemie, hab ich gesehen, ja, sehr, sehr gut gewesen. Haben wir gleich an dem Abend live auf Comedy Central verfolgt. Sehr, sehr fresh. Genug Träume jetzt, ich krieg schon keine Luft mehr vor Lachen. Ja, es sind so diese anderen Schilderungen nochmal. Eiskeks, Hallöchen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Von Mew und Mewtwo will ich auch nicht träumen, ja, also Pokémon war ich natürlich Fan damals, ne, jetzt war noch der Film kam und so und dann gab es so fucking viel Merch, oh mein Gott, und die Figuren und jedes Mal, wenn Flohmarkt war, musste eine unserer Tanten losdackern und vor sämtlichen Cousinen und Cousins die Figuren holen und dann wurden die aufgeteilt und das, das war auch immer ein Unterfangen, ne, so Abenteuer, Großfamilie, holy shit. Ja, ist schon wild teilweise. Sehr, sehr wild. Ein Freund ist mal mitten in der Nacht aufgestanden, hat angefangen, ihn auf Federmappe rumzuwühlen. Okay, auf die Frage, was das soll, antwortete er, will das Radio ausmachen. Naja, da fragt man sich, meinen wir schon, was da im Kopf gerade nicht so ganz glatt lief, ne. Da hatten wir ja auch, als wir gerade eingeschlafen waren oder uns gerade so zum gemütlichen Filmgucken positioniert haben und das war eine Nacht bevor wir in Urlaub gefahren sind in unsere schöne Ferienhütte und da hat Shireen auch so halben Schlafzucken mit dem Ellbogen eben gezuckt und mir erstmal schön die Brille in der Mitte durchgebrochen. Das war auch richtig geiles Timing und eine richtig großartige Situation. Das war auch so dieses halbe Schlafzucken, ne, man kennt das, immer hier mit dem Arm und hier kribbelt man das Bein und so ganz kurz so, ne, mal so ein Ausrutscher. und der Ausrutscher landete halt voll in meiner Fresse. Sie sagt, bis heute waren versehen. Und ja, dann durfte ich noch schön vorher zum Optiker, hatte zum Glück noch eine Ersatzbrille neu gleich in Auftrag gegeben und war ein bisschen stressigerer Start in den Urlaub, als wir das eigentlich geplant hatten, aber ja, Glück im Unglück an der Stelle, ne. Zum Glück den Ellbogen nicht deutlich weiter unten angesetzt und zum Glück noch eine Ersatzbrille gehabt, also alles cool. Ich gehe meistens nur noch nach Meckes, wenn sie dort Coca-Cola-Gläser haben, ja, die braucht man natürlich, ne, mein Schrank ist auch kunterbund mit den ganzen Editionen, dementsprechend viele habe ich auch. Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Freunde, jetzt hier, komm, wir hatten ein anderes Thema, wir hatten ein so schönes Traumthema und jetzt droppt der Raptor, wie im Traum. Los geht's, wer zieht ihn? Come on, Schlüsselstein, Schlüsselstein, was sind das für Ranzloot, Leute? Das ist ja unter dem Nicht-Raptor-Loot, nochmal der Beschissene. Schade. Schade, schade, Schokolade, sagt man da so schön, aber wir werden nicht aufgeben vorne, noch ist Zeit. Noch ist Zeit bis Shadowlands und wir werden nicht aufgeben. vorher wieder nachgeäfft. Nein, sie war schon halb eingeschlafen, wir haben irgendeinen Film geguckt und wie alle Frauen schläft sie natürlich dann ein nach einer halben Stunde. Lul, dafür kriege ich nachher auf die Fresse. Dieselbe Freundin hatte auch öfters im Schlaf geguckt und mir mal mit Schmackes das Knie in den Unterleib gerammt und weiter geschlafen. Autsch, das sind so die bleibenden Erinnerungen. Und jetzt Kies pushen. Ja, wo ist der Kollege, der gestern gefragt hat, ob wir Schreien plus 12 machen? Lul. Okay, Leute, damit sind wir am Ende. Wir sind bei unseren glorreichen drei Stunden angekommen. Es war mir ein wahres Fest mit euch. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr, sehr geile Themen heute wieder. Allein, wenn ich an den Anfang und nach der Riege denke. Der Wahnsinn. Dankeschön fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Mütmachen, vielen, vielen Dank auch für euren tollen Support. Wir hören uns morgen, circa 16 Uhr mit der Beta. Bisschen Decay wollten wir ja noch ballern. Und ab Dienstag, da kommt das neue Assassin's Creed raus. Und da habe ich noch gar nicht so den Plan, muss ich sagen, wie wir das machen. Ob wir das durchziehen an ein, zwei Tagen oder wie auch immer, wie ich Bock habe. Gönnen wir uns dann im Rahmen der Flaute bei Pre-Patch. Ja, ist halt dann auch nichts an Stream-Content so. Eine Rares-Klatschen, Quest-Reihe. Gucken wir. Machen wir einen Plan. Ansonsten, wer neu ist, wir streamen an sich jeden Tag circa 16 Uhr. Updates dazu auf Twitter und im Stream-Titel und auf YouTube gibt es auch täglich ein bis zwei Videos. Alles unter dem Stream verlinkt. Schaut gerne mal rein. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen und stressfreien Start in die neue Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.